Der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Kapitel 1, Abschnitt 1 Um zwei Uhr nachts ist die Plastimolar leer. Eine Bogenlampe bescheint ein Tramhäuschen und einige Bäume, deren Blätter lackiert glänzen. Auch ist ein Polizist vorhanden, der diese Einsamkeit zu bewachen hat. Er langweilt sich, dieser Polizist, sehnt sich nach einem Glase Wein, denn er ist Wartländer und der Wein für ihn der Inbegriff der Heimat. Dieser Polizist heißt Malan, er trägt einen kupferroten Schnurrbart und gähnt von Zeit zu Zeit. Plötzlich steht vor dem Tramhäuschen ein junger Mann, weiß Gott, von wo er plötzlich aufgetaucht ist. Dieser junge Mann, elegant gekleidet in einem grauen Anzug, nur seine Haare sind etwas wirr, benimmt sich merkwürdig. Er zieht zuerst den Rock aus, dann löst er den ledernen Gürtel, taumelt ein wenig, steht dann in kurzen Unterhosen da. Seine Sockenhalter sind aus blauer Seide. Nun nestelt er an seinen Manschettenknöpfen. Der eine Knopf klirrt aufs Pflaster. Da rafft sich Polizist Malan auf, tritt näher und sagt, aber mein Herr, was tun Sie da? Der junge Mann glotzt. Die Pupillen seiner Augen sind sehr groß, so groß, dass die Farbe der Iris gar nicht zu erkennen ist. Außerdem sind die Züge des Gesichts merkwürdig starr und unbewegt. Und während Polizist Malan noch überlegt, ob der Mann eigentlich besoffen ist, schwankt der Halbentkleidete stärker, greift mit den Händen in die Luft, findet keinen Halt und knallt mit dem Hinterkopf aufs Pflaster. Dann liegt er ruhig. Nur die Gummiabsätze seiner braunen Halbschuhe trommeln einen leisen Marsch auf dem Asphalt. Malan beugt sich über den jungen Mann und murmelt, der ist ja gar nicht betrunken. Er riecht nicht nach Wein, nicht nach Schnaps. Da schüttelt er den Kopf, hebt den Körper auf und trägt ihn auf die Bank, die den Kiosk im Halbkreis umgibt. Er sammelt die verstreuten Kleidungsstücke, faltet sie sorgfältig. Schöner grauer Flanell, denkt er. Er liest die Adresse des Schneiders, murmelt, von London, wohl einer von den fremden Diplomaten, und seufzt dazu, denn der Völkerbund bringt doch nur Unannehmlichkeiten in die ruhige Stadt Genf. Und während er noch nicht recht weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist, ob man zuerst ans Spital zu telefonieren hat oder an den Kommissär Piloui, kommen Schritte näher, und im Schein der Bogenlampe taucht ein älterer Herr auf, der einen breitrandigen schwarzen Hut trägt. Darunter schimmert ein kurzer weißer Bart. »Was ist los, Brigadier?«, frägt der ältere Herr. »Er hat eine tiefe Stimme.« »Ein Unglücksfall? Kann ich Ihnen behilflich sein?« Der alte Herr tritt zu dem Liegenden, hebt mit dem Daumen dessen Oberlied und sagt. »Merkwürdig.« Dann fasst er nach dem Handgelenk, zählt laut die Pulsschläge, während er eine flache Uhr aus der Westentasche zieht. Malan steht daneben und weiß nicht recht, wie er sich benehmen soll. Der Herr, vielleicht ist er ein Arzt, dann ist alles gut, kommt möglicherweise von einem Krankenbesuch, sonst wäre seine Anwesenheit zu so nachts schlafender Zeit immerhin verdächtig. Man kann ja fragen, denkt Malan und räuspert sich. Aber bevor er noch ein Wort gesagt hat, meldet sich der Herr, »Sie möchten wissen, wer ich bin.« Da. Er hat eine Brieftasche gezogen, ihr eine Visitenkarte entnommen. Darauf steht Louis Dominic, Professeur de Psychologie a l'Université de Genève. »Mein lieber Brigadier, dies ist eine Vergiftung. Das Beste, Sie telefonieren sofort ans Spital,« sagt der alte Herr. Er spricht die Worte sehr präzis aus und macht dazu belehrende Handbewegungen. »Haben Sie die Kleider schon durchsucht, keine Papiere?« Malan wird verlegen. »Er hat seine Pflichten, scheint es vergessen.« Nun besinnt er sich auf sie. Er kehrt die Taschen der Hosen des Rockes um. Sie sind leer. »Von welcher Seite ist der Mann gekommen?«, frägt der Professor weiter. Auch diese Frage kann Malan nicht beantworten. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag,« sagt Professor Dominicé. »Ich werde an das Spital telefonieren. Ich habe dort einen Bekannten. Meinem Ruf wird man schneller Folge leisten als dem Ihren. Und während ich telefoniere, können Sie die Toilette untersuchen, die unter diesem Kiosk liegt. Vielleicht finden Sie dort etwas.« Der Herr weiß mehr als ich, denkt Polizist Malan, aber er wagt nicht, seine Gedanken laut werden zu lassen. Er ist noch nicht lange bei der Polizei, und außerdem imponiert ein Professor einem einfachen Mann beträchtlich. Darum geht Malan auch gehorsam um das Tramhäuschen, steigt Treppen hinab und gelangt in einen weißgekachelten Raum. Es ist sehr still hier. Fliegen summen um eine einsame Glühbirne, die rötlich leuchtet. Geschlossene Türen mit der Aufschrift öffnet sich nur nach Einwurf eines Zwanzig-Sentim-Stücks. Alle Türen, an denen Malan vorbeischreitet, tragen noch ein anderes bewegliches Täfelchen, das anzeigt, dass die Kabine frei ist. Nur die letzte Tür ist angelehnt, das Schild verschoben, ein Spalt klafft. Malan lauscht. Nur Fliegen summen. Kein Atemzug. Er will die Tür vorsichtig aufstoßen. Da wird sie von innen aufgerissen, Malan will zugreifen, ein harter, spitzer Schädel bohrt sich in seine Magengrube. Später, viel später, als im Samariterkurs der Plexus Solaris durchgenommen wird, denkt er still, Aha, sonst nichts, und er setzt sich auf die Fliesen. Seine aufgesperrten Augen nehmen dennoch ein Bild auf. Zwei Beine, die über die Stiege verschwinden. Sie stecken in weißen Tennishosen. Malan geht die Stufen hinauf, sieht sich oben um, der Platz ist leer. Auch der Professor scheint verschwunden zu sein. Auf der Bank liegt der junge Mann mit halbgeschlossenen Augen. Sein Atem geht pfeifend. Doch da ist der Professor. Deutlich ist er in der Telefonkabine zu sehen. Er gestikuliert und spricht aufgeregt in den Trichter. Dann hängt er den Hörer an und kommt heraus. Haben Sie niemanden gesehen? Fragt Malan. Der Professor schüttelt den Kopf. Er hat seinen breitrandigen Hut auf den Hinterkopf geschoben. Seine weißen Haare schimmern feucht. Die Nacht ist sehr schwül. Es ist mir nämlich jemand begegnet dort unten, sagt Malan. Dabei presst er die Fäuste in die Magengrube. Sind Sie verletzt? Erkundigt sich der Professor besorgt. Malan schüttelt den Kopf. Dann öffnet er die geballten Fäuste. Aus der rechten fällt etwas zu Boden, das im Licht metallisch schimmert. Malan bückt sich. Er erinnert sich, dass er beim Hinfallen etwas unter seiner Handfläche gespürt hat. Und seine Finger haben sich unbewusst um dieses Ding geschlossen. Nun betrachtet er es und ist erstaunt. Denn etwas Ähnliches hat er noch nie gesehen. Es sind gebündelt etwa zwanzig sehr feine Drähte, die nicht länger sind als ein kleiner Finger. Hilflos streckt er das Bündel dem Professor hin. Professor Dominicé nickt. Kenn ich, sagt er trocken. Er zieht einen der feinen Drähte aus dem Bündel, hält ihn hoch und erklärt, den braucht man, um jene Hohlnadeln zu reinigen, sofern sie nämlich verstopft sind, deren sich Morphinisten bedienen, um sich vermittels einer sogenannten Bravatschenspritze das aufgelöste Gift in den Körper einzuverleiben. Der Polizist Malan ist doch nicht ganz dumm. Die geschraubte, sicher verlegene Ausdrucksweise des Professors scheint ihm irgendwie bedenklich. Aber was soll man machen? Man ist schwerfällig. Wie soll man seinen Verdacht äußern? Den Verdacht nämlich, dass mit diesem alten Herrn etwas nicht stimmt. Übrigens lässt Dominicé auch keine Frage aufkommen. Das Sanitätsauto, sagt er, wird in kürzester Frist den Patienten abholen. Ich bin müde. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Falls man mich braucht, werde ich immer zu erreichen sein. Gute Nacht. Merkwürdig, wie die Finger des Professors zittern, während er sich aus grobem französischen Tabak eine Zigarette dreht. Er zündet sie an, entfernt sich. Hinter ihm bleibt der Rauch in der stickigen Luft reglos stehen. Und ich habe den Herrn nicht einmal gefragt, ob er den Mann da kennt, murmelt Malan vertrießlich. Na, der Alte soll sich selber um die Sache kümmern. Er sagt nicht Sache, sondern gebraucht ein gröberes Wort. Unter dem Alten aber versteht er den Kommissär Piloui, einen Mann mit blondem Fahnenbart, der mit dem Polizisten Malan immerhin eine Eigenschaft gemeinsam hat. Der Kommissär liebt auch Wartländer Weine. Nun ist Malan wieder allein, denn der Kranke auf der Bank zählt nicht. Der große Platz ist trotz des scharfen Lichtes der Bogenlampe unheimlich. Die leeren Fenster der Geschäftshäuser glotzen bösartig, und Malan räuspert sich, um sich dieses furchterregende Gebaren zu verbieten. Aber die Häuser glotzen weiter. Endlich kommt ein Surren näher. Ein Auto hält mit einem Ruck. Es ist ein grüner, geschlossener Kasten mit spärlichen Milchglas-Scheiben. Ein Mann steigt aus. Der Chauffeur springt von seinem Sitz. Eine Bahre gleitet aus dem Kasten. Der Kranke wird darauf gepackt. Eine Tür knallt zu. Der Chauffeur sitzt schon wieder auf seinem Platz. Ein böses Surren des Anlassers, und Malan kommt sich verhöhnt vor von den roten Augen des Schlusslichts. Abschnitt 2 Deliriert er viel? fragte Dr. Thevinus. Er zog zwei Hartgummipfropfen aus den Ohren, die durch rote, zusammenlaufende Kautschuk-Schläuche mit einem schwarzen Zylinder verbunden waren, der auf der nackten Brust des Patienten lag. Schwester Annette schüttelt den Kopf. Eigentlich nicht, sagte sie. Er murmelt nur von Zeit zu Zeit unverständliche Worte. Ich glaube, fast es ist Englisch. So, Englisch. Dr. Thevinus, ein etwa 35-jähriger Mann mit spärlichem blondem Haar, blickt zum Fenster hinaus. Das ging auf grüne Laubbäume. Im Zimmer stand nur ein Bett. An der Wand war ein weißes Becken angebracht, mit zwei weißen Hähnen darüber. Der Patient warf sich unruhig in seinem Bett herum. Don't sting, stöhnt er. Go to hell! Hallo, Rosenstock, sprachkundiger Ahasfa. Was heißt Sting? Dr. Wladimir Rosenstock, Assistenzarzt, klein, leicht verfettet trotz seines jugendlichen Aussehens, schien sich beim Gehen immer im Schlittschullauf zu üben. So glitt er ins Zimmer. Sting? wiederholte Rosenstock fragend. Ein ungebräuchliches Wort. Heißt stechen, wenn es sich um eine Biene handelt oder um eine Wespe oder sonst um ein Insekt. Hallo, Dr. Thevinus schnalzte mit den Fingern. Stimmt auffallend. Sehen Sie sich diesen Arm an? Nun, der Fleck da am Ellenbogengelenk? Sieht der nicht wie eine Injektion aus, eine intravenöse Einspritzung? Vergiftet? Aber welches Gift? Was meinen Sie, mein blonder Engel? Die letzten Worte galten Schwester Annette, die sich Mühe gab zu erröten. Rosenstock, geliebtester meiner Schüler, welche Diagnose wird Ihrem Hirn entsteigen? Weisheitsgepanzert, wie seinerzeit eine griechische Göttin dem Schädel ihres Vaters. Was übrigens eine merkwürdige Art vegetativer Vermehrung war, verzeihen Sie den schlechten Witz. Woran krankt der junge Mann? Welches Gift tobt in seinen Adern, um mich jener Ausdrucksweise zu bedienen, die geldverdienenden Schreibern eigen ist? Reden Sie, Rosenstock. Vergessen Sie Ihre Abstammung. Vergessen Sie das Sprichwort, welches das Schweigen mit dem Goldstandard in Verbindung bringt. Bekehren Sie sich zum Bimetallismus. Lassen Sie das Silber Ihrer Rede erklingen. Ich lausche. Schwester Annette kicherte ein Backfischlachen. Auch Rosenstock lächelte. Er liebte es, gehänselt zu werden. Doch als er antworten wollte, unterbrach ihn Dr. Thevenos wieder. B., Rosenstock, Sie wollen ein Gutachten abgeben, ohne den Patienten untersucht zu haben? Sie wollen sprechen und noch wissen Sie nichts von der Anamnese des Falles. Rosenstöcklein bedenken Sie, Sie sind noch kein Professor, der mit nachtwandlerischer Sicherheit Kohl verzapfen darf. Intuitiv, verstehen Sie? Sie sind erst Assistent und als solcher zu höchster, zu strengster Gewissenhaftigkeit verpflichtet. Ich will Ihnen helfen. Der junge Mann hier. Ruhig, junger Mann. Ich bin daran, Ihren Fall zu explizieren. Ich muss Sie dringendst bitten, mich nicht zu unterbrechen. Der Patient stöhnte nämlich leise, warf sich herum und murmelte auch. Was sagen Sie, junger Mann? Er hat Durst, bemerkte Rosenstock. Glaub ich, wir können ihm vielleicht. Schwester Annette hatte schon ein Glas in der Hand und stützte den Patienten, um ihm das Trinken zu erleichtern. Dr. Devenos seufzte tief. Ich möchte auch mal krank sein und mich von Ihnen pflegen lassen. Sie sind so sanft, mein blonder Engel, und ich muss mich die ganze Zeit mit einer energischen Frau herumschlagen, die gar kein Gefühl hat für meine Zartheit. Es war bekannt im Spital, dass Dr. Devenos mit einer Kollegin verlobt war, die in der Irrenanstalt Bel-Air als Assistentin Dienst tat. Und auch an die Klagen des Arztes war man gewöhnt. Die Dame, sie hieß Madge Lemoyne, war in Amerika geboren und auch dort aufgewachsen, musste sehr energisch sein. Ja, Rosenstock, das Leben ist schwer. Denken Sie, Madge hat mir heute Morgen angeläutet, Sie müsse mich unbedingt sprechen. Dabei haben wir uns gestern Abend noch gezankt. Was will sie nur? Devenos versank in Nachdenken, während Rosenstock den Körper des Patienten abklopfte. Es war ein sauberer Körper, braun gebrannt, senig, die Haut roch schwach nach Lavendel. Störend war einzig der große rote Fleck in der Ellenbogenbeuge, der aussah wie ein beginnender Ausschlag. Dr. Devenos war ans Fenster getreten, um seinem Assistenten Platz zu machen. Von dort her kam seine Stimme, sachlich referierend. Heute Nacht hatte ich Dienst, um zwei Uhr fünfzehn wurde ich angerufen. Professor Dominicé, einer meiner Lehrer, teilte mir mit, er habe an der Place du Moulard einen jungen Mann gefunden, der offenbar an einer Vergiftung erkrankt sei. Er bat mich, das Sanitätsauto zu schicken. Der Fall schien schwer. Es wäre gut, wenn der Patient bald in fachgemäße Behandlung käme. Auf meine Frage, ob er den Patienten kenne, hängte der Professor ab. Er sprach sonderbar unfrei am Telefon. Er wiederholte sich oft. Ich hatte Mühe, ihn zu verstehen. »Nun, hier ist der junge Mann. Was haben Sie gefunden?« »Ja«, sagte Rosenstock und schwieg. »Nun los, los, Rosenstock. Sie werden mich doch nicht blamieren wollen.« »Also, mir scheint«, begann Rosenstock, »es könnte sein, dass der Einstich in der Ellenbogenbeuge in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergiftung stünde.« Er schwieg wieder und kratzte an seiner Nase, die dick war und knollig. Ein merkwürdiger Einstich. Er tippte mit dem Finger, der die Nase verlassen hatte, auf die entzündete Stelle. Es sieht aus, als hätte eine ungeschickte Hand eine intravenöse Injektion versucht. Und zwar scheint ein beträchtliches Quantum-Gift eingespritzt worden zu sein. Dieses Gift, nun die Alkaloide des Opiums, als das sind Heroin, Codein, Morphin, schalten aus, von wegen den vergrößerten Pupillen. Es käme nur die Gruppe der Tropäine in Betracht. Und wir haben die Auswahl zwischen Atropin, Skopulamin und Chioschiamin. Chioschiamin, wiederholte Rosenstock und kostete das Wort aus wie einen Leckerbissen. Es klingt wie ein Frauenname aus einem meterlinkschen Stück. Das alte Prinzip von Chioschiamus niger, dem Bilsenkraut, einem Nachtschattengewächs. Bilsenkraut. Das hatte eine große Beliebtheit bei den Hexen des Mittelalters. Ihre Flugträume hingen mit den Wirkungen dieser Pflanze zusammen. Sie nahmen das Zeug äußerlich, die Hexen, als Salbe, soviel ich mich erinnere. Haben Sie die Frage einmal studiert, Dr. Tevinos? Sehr interessant. Wir sind hoffnungslos fantasiearm geworden. Finden Sie nicht auch? Ich empfehle Ihnen, den Hexenhammer zu lesen. Unglaubliche Geschichten werden Sie darin finden. Dinge, die auch Fräulein Dr. Limoyen interessieren dürfte, da sie doch zur Seelenkunde übergegangen ist. Hören Sie auf, hören Sie auf, Schwätzer. Man merkt, dass Sie von Talmudisten abstammen. Ich bin ja einverstanden mit Ihnen. Hioskiamin natürlich, wird schwer nachzuweisen sein. Isomer und solche Geschichten. Wenn wir nur endlich einmal wüssten, wer... Da ging die Tür auf. Eine Frau, trotz der sommerlichen Hitze in dunkles Blau gekleidet, betrat das Zimmer. Sie schritt zum Bett, sah lange auf den Kranken und legte ihm die Hand auf die Stirn. »Armer Junge«, sagte sie. »Wer sind Sie? Wie kommen Sie herein? Was fällt Ihnen ein?« Dr. Tevinus überstürzte seine Fragen. Die Frau sah ihn einen Augenblick an, dann wandte sie sich zur Tür. »Ich habe nur gehört von dem Unglück, und ich wollte sehen«, sagte sie still. Und dann fiel die Tür hinter ihr zu. Tevinus wollte ihr nachlaufen, aber in der Tür stieß er mit einer Schwester zusammen. »Es will Sie jemand am Telefon sprechen«, sagte die Schwester. »Mann oder Frau?«, fragte Tevinus wild. »Es war eine Männerstimme«, antwortete die Schwester und lächelte dazu ein wenig impertinent. »Gut«, nickte Tevinus, »er hatte den geheimnisvollen Besucher scheinbar vergessen, denn er verschwand.« Abschnitt 3 »Also, jetzt erzählen Sie einmal klar und deutlich, mein lieber Malan. Aus Ihrem Rapport wird ja niemand klug.« Kommissär Pilloui ließ die Hand über seinen langen gelben Bart gleiten und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Polizist Malan stotterte. »Nein, so geht das nicht, warten Sie.« Kommissär Pilloui holte eine Flasche aus einem Fach seines Schreibtisches, füllte ein Glas mit einer wasserklaren Flüssigkeit. Sie roch bedenklich nach Alkohol. Malan trank, räusperte sich, und dann konnte er plötzlich reden. »Also, ich will einmal resümieren«, sagte Kommissär Pilloui. »In der Toilette war der Mann versteckt, der weiße Tennis-Hosen trug. Groß, klein? Das wissen Sie nicht? Außerdem haben Sie Träte aufgelesen, von denen jener Professor behauptet, sie seien zum Putzen von Hohlnadeln bestimmt. Wo sind die Träte? Die hat der Professor mitgenommen. So, so. Werde ihn später anläuten. Und Sie finden, dieser Professor hat sich sonderbar benommen. Inwiefern sonderbar? So, als ob er mit der Geschichte etwas zu tun gehabt hätte? Nicht? Aha. So, als ob er den jungen Mann kennen würde? Ich verstehe. Und Sie haben den Professor ans Spital telefonieren lassen, und der junge Mann ist abgeholt worden. Warten Sie, ich will schnell das Spital anrufen. »Ja, hier Stadtpolizei. Ein junger Mann ist eingeliefert worden diese Nacht. Ich brauche einige Angaben. Wer behandelt ihn?« »So, Sie wollen ihn ans Telefon rufen. Danke.« »Guten Tag, Doktor. Wir kennen uns ja.« »Ja, ja.« »Hören Sie, was hat der junge Mann, den Sie da behandeln?« »Mysteriöse Angelegenheit? Wieso mysteriös? Es gibt nichts Mysteriöses.« »Was Sie nicht sagen. Vergiftung? Wie sagen Sie?« »Verteufelter Name. Werde ich mir nie merken können. Hab nie von diesem Gift gehört.« »Ah, nicht möglich. Raffinierter Mordversuch?« »Ja, ich sag's ja immer. Seit dieser verdammte Völkerbund unsere Stadt unsicher macht, hat man nur Scherereien.« »Von einer fremden Delegation? Natürlich. Was habe ich Ihnen gesagt? Sie glauben, Sie können ihn durchbringen?« »Desto besser.« »Keine Anhaltspunkte?« »Ich meine, was seine Personalien betrifft. Da nichts?« »Ja, Professor Dominici, ich weiß. Ich werde mich bei ihm erkundigen.« »Danke, Doktor. Leben Sie wohl. Morgen vielleicht?« »Gut, gut.« Nach diesem Gespräch schwitzte Kommissär Pilloui außerordentlich. Er bedurfte einer Erquickung. Also entließ er den Polizisten Malan und ging in eine kleine, nahegelegene Weinstube, wo er die verlorene Flüssigkeit mithilfe von Wartländer Wein ersetzte. Ende von Teil 1 Teil 2 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 4 Seine Exzellenz, Sir Avindranath Eric Bose, hatte die Gesichtsfarbe jener alten Herren, die den Winter hindurch in Davos oder St. Moritz Curling gespielt haben und gewohnt sind, sich von den Anstrengungen dieses sanften Spieles bei einem Whisky-Soda oder einem heißen Gin zu erholen. Übrigens war Sir Eric Baronet des Königreichs Großbritannien, bevollmächtigter Delegierter eines indischen Randstaates, eines kleinen Staates, der seinen eingeborenen Fürsten vertrieben und Sir Eric zum Landpfleger erkoren hatte. Eigentlich nur, um seinen Untertanen zu schmeicheln, hatte seine Exzellenz den merkwürdigen Namen Avindranath angenommen. Er stammte nämlich aus Sussex und hatte Nationalökonomie studiert. Das war schon länger her. Er langweilte sich oft in seinem Randstaat, darum war ihm der Völkerbund ein willkommener Vorwand zu einer Europareise, die Schweiz gefiel ihm ausnehmend. Es war tiefer Nachmittag. Seine Exzellenz war spät aufgestanden, noch unrasiert, und diesen Mangel behob soeben sein Kammerdiener Charles. Während dieser den Pinsel sanft über die roten Wangen seines Herrn führte, erkundigte sich Sir Eric, Charles noch immer keine Nachricht von Crawley? Charles stellte den Pinsel ab, zog ein Messer aus seiner oberen Rocktasche und begann es abzuziehen. Erst dann antwortete er, »Nein, Sir« und verneigte sich dazu. Sir Eric wollte etwas bemerken, aber da das Messer soeben über seiner Oberlippe schwebte, verschluckte er die Bemerkung. Schmerzte Sir, erkundigte sich Charles und seine Exzellenz verneinte mit einem Grunzen. Klopfen an der Türe. »Gestatten Sie, Sir, dass ich mich erkundige, was los ist?«, fragte Charles, klappte das Messer zu und ließ Sir Eric mit einer halbrasierten Gesichtshälfte sitzen. An der Türe führte der Diener ein leises Gespräch, kehrte zurück, um seine Exzellenz mitzuteilen, es seien zwei Ärzte draußen, die seine Exzellenz zu sprechen wünschten. »Bin nicht krank,« bemerkte Sir Eric mürrisch. »Sie wünschen eine private Unterredung,« sagte Charles mit neutraler Stimme. »Sie sollen warten,« bestimmte Sir Eric. »Ich habe mir erlaubt, diese Weisung zu geben.« »Warum fragen Sie mich dann?« Seine Exzellenz war ungnädig. Sie fuhr mit der Hand durch ihr spärliches weißes Haar, so, als leide sie an einer unerträglichen Migräne. Im Empfangssalon des Hôtels de Russie, Empfangssalon, hoffnungsloser Luxus, Beschreibung unnötig, Sie kennen das schon von verschiedenen Filmen, stritt sich Dr. Tevenos mit seiner Braut, Fräulein Dr. Metsch-Lemoyne. Diese Metsch-Lemoyne hatte ein Gesicht wie eine expressionistische Madonna, trug ihre Haare ungewöhnlich kurz, Herrenfrisur, Scheitel auf der Seite. Zu bemerken wäre noch, dass sie sehr geschmackvoll gekleidet war, roter, ärmelloser Jumper, kurzer Rock, von einem raffinierten Braun, das ihre sonnenverbrannte Hautfarbe gut zur Geltung brachte. Ihr Körper wirkte sehr weich. Vielleicht war dies der Grund, dass sie es stets liebte, eine gewisse Härte in ihrem Verhalten hervorzukehren. »Johnny«, sagte sie, »sie nannte ihren Freund, den Dr. Tevenos, stets Johnny, obwohl er Jean hieß, und schon dieser Name brachte den Arst in Harnisch. Wird uns der alte Herr noch lange warten lassen? Ich bin sicher, dass Ronny sich unten langweilt.« Ronny war Metsch's Airedale-Terrier, und Ronny wartete unten im kleinen Amilcar-Zweiß-Sitzer, der Metsch und ihren Freund – vermeiden wir lieber das Wort Verlobter oder Bräutigam, denn Metsch hasste diese Worte – vom Spital zum Hotel de Russie geführt hatte. »Nenn mich bloß nicht Johnny«, klagte Dr. Tevenos. »Ich will nichts mit England zu tun haben. Ich bin Genfer, ich bin Schweizer. Du solltest mich Jean nennen, verstehst du?« Metsch grinste wie ein Schulmädel. Sie hatte breite Zähne, was nach dem Urteil eines Frauenkenners ein Zeichen von Intelligenz sein soll. Ich kann nicht darüber urteilen. Sir Eric erschien. Er duftete nach Kölnisch Wasser, und die Röte seines Gesichtes war mit Puder temperiert. Er war wirklich ein wohlgepflegter alter Herr, noch nicht verfettet, sein glattes Gesicht lag in höflichen Falten, und er verneigte sich mit Würde. Sogar das Erstaunen über die Anwesenheit einer Dame – war nicht von zwei Ärzten die Rede gewesen – hielt sich durchaus in den Grenzen des Anstands. »Dr. Tevenos«, stellte sich der Arzt vor, »und meine Kollegin, Dr. Metsch Lemoyne.« Metsch schneigte den Kopf. Seine Exzellenz beugte sich nieder zum Handkuss. Sir Eric hatte eine Schwäche für moderne Frauen, die sich gut anzogen. Metsch überschüttete seine Exzellenz mit einer Sturzflut englischer Erklärungen. Dr. Tevenos stand ein wenig dumm daneben. Sir Eric hörte interessiert zu, dann wandte er sich an Tevenos. Ihre Kollegin erklärt mir soeben, Sir Eric's Französisch war ein wenig mühsam, dass mein Sekretär Crowley als Patient in ihrer Behandlung steht. Er wurde gestern, so sagt Madame, auf der Place du Moulin gefunden, unter mysteriösen Umständen. Vergiftung, wie? Und nur einem Zufall haben wir es zu verdanken, dass er erkannt worden ist. Das heißt, noch nicht definitiv erkannt? »Die Sache ist die folgende Exzellenz«, sagte Dr. Tevenos, »und man sah ihm die Erleichterung an, dass er endlich sprechen durfte. Fräulein Lemoyne besucht Professor Dominici sehr oft. Er war auch mein Lehrer, aber wir sehen uns nur selten. Ich bin sehr beschäftigt. Spitaldienst ist anstrengender als Psychiatrie.« Tevenos freute sich ersichtlich über seine Bosheit, aber sie verpuffte wirkungslos. Nun, Professor Dominici hat sich heute Morgen erinnert, dass er jenen jungen Mann, den er mir zur Behandlung überwiesen hat, eigentlich doch erkannt habe. Es sei der Sekretär eurer Exzellenz, Crawley, der, wie mir Dr. Lemoyne mitteilte, häufig als Besuch im Hause des Professors gewesen ist. Da sich nun der Professor nicht ganz wohl fühlt, hat er Fräulein Lemoyne gebeten, eure Exzellenz aufzusuchen und sie zu bitten, mit uns ins Spital zu kommen. »Ich komme, natürlich komme ich sofort.« Sir Eric war sehr aufgeregt. Er lief im Salon hin und her und ließ ein horngefasstes Monockel an einem breiten, schwarzen Seidenband um seinen Zeigefinger rotieren. »Charles«, rief er. Ein zweiter Ruf war unnötig. Schon stand der Kammerdiener in der Tür, verneigte sich und fragte, »Sir Eric?« »Sagen Sie, Charles, hat Crawley nicht gestern Abend jenen Vertragsentwurf mitgenommen, zum Abschreiben, wie er sagte?« »Sie, Charles, dieser Entwurf ist wichtig, unendlich wichtig. Wenn er in... in...« »Doch, das interessiert Sie nicht. Hat er ihn mitgenommen?« Herr Crawley trug eine Aktenmappe. »Jawohl, Sir.« Er sagte, er wolle noch jemandem diktieren, es könne länger dauern. »Ich hatte gestern Abend zu tun, sonst wäre ich ihm gefolgt. Soll ich mich erkundigen?« »Nein, lassen Sie nur, ich werde sehen.« Sir Eric Bose war undiplomatisch aufgeregt. Madge und Tevinos betrachteten ihn verwundert. »Das Auto, Charles, ich muss ins Spital. Crawley ist, scheint es, dort eingeliefert worden. Ich muss mich um ihn kümmern. Wäre mir leid, wenn dem Jungen etwas passiert wäre. Auf was warten Sie, Charles, gehen Sie!« Charles war nicht aus der Ruhe zu bringen. »Panama oder Filzhut, Sir. Ich würde zu Panama raten, es ist heiß. Bringen Sie, was Sie wollen, aber schnell, schnell!« Abschnitt 5 Der junge Mann, der nach dem Urteil zweier Ärzte an einer Hius-Kiamin-Vergiftung litt, lag noch immer im weißen Isolierzimmer unter der Obhut von Schwester Annette. Sir Eric betrat als erster das Zimmer, gefolgt von Dr. Tevinos. Madge erschien ein wenig später, ihr Zweisitzer war unterwegs aufgehalten worden. »Hello, Boy«, sagte er, »what's the matter with you?« Aber der Boy antwortete nicht. Er verdrehte nur die Augen. »Ja, es ist mein Sekretär«, sagte seine Exzellenz und blickte hilflos umher. »Name, Vorname, Geburtsort, Jahrgang?« fragte Tevinos streng und achtete nicht auf Madges vorwurfsvolle Blicke. Fräulein Lemoyne bemühte sich dann, diese abrupte Fragestellung bei seiner Exzellenz zu entschuldigen. Aber Sir Eric setzte ein nachsichtiges Lächeln auf und antwortete bereitwilligst. Der junge Mann heißt Walter Crawley, ist in Bombay am 5. März 1902 geboren, stammt von englischen Eltern, kam später nach England, studierte dort. Seine Eltern sind schon früh gestorben. Freunde von diesen haben mir Crawley empfohlen. Er war mir sehr nützlich, denn er war ein verlässlicher Bursche bis in die letzte Zeit. Ich weiß nicht, was da plötzlich mit ihm los war. Er war zerstreut, bedrückt. Ich habe immer gedacht, es würde vorübergehen. Wenn Sie meine Angaben der Polizei mitteilen wollen, bitte sehr. Übrigens stehe auch ich immer gern zur Verfügung. Tevinos nickte und verließ das Zimmer. Die Zurückgebliebenen schwiegen. Nur Crawley in seinem Bett murmelte von Zeit zu Zeit, aber man schenkte diesem Murmeln keine Beachtung. Manchmal klang es nach Old Man, auch Professor war zu verstehen. Dann schien sich der Kranke gegen etwas zu wehren, sprach von Fly, worüber seine Exzellenz den Kopf schüttelte. Der Junge war nie von Aeroplanen begeistert, ein seltener Fall bei unserer heutigen Jugend. Er behauptete immer, er werde seekrank, wenn wir ausnahmsweise das Flugzeug benutzen mussten. Seine Exzellenz schlug nun vor, die Kleider des Kranken eingehend zu untersuchen. Aber Schwester Annette wehrte sich gegen diesen Vorschlag. Man solle die Rückkunft des Arztes abwarten, meinte sie. Als Dr. Tevinos bald darauf wieder eintrat, wurden die Kleider Crawleys gebracht. Aber die Taschen waren leer. Sir Eric endlich fand, als er durch ein Loch im Rockfutter griff, eine Visitenkarte. Sie glich der von Professor Dominici am Morgen gegen zwei Uhr dem Polizisten Malan überreichten. Es waren darauf noch Schriftzeichen zu lesen. Winzige Buchstaben. Metschle-Moyne konnte Folgendes entziffern. Lieber Crawley, es wird mich freuen, Sie heute Abend gegen acht Uhr bei mir zu sehen. Freundschaftlich ihr D. Höchst, höchst bedenklich, äußerte sich Sir Eric. Er hielt das Monocle vors Auge wie eine Lupe und las die Mitteilung zum zweiten Mal. Wieso bedenklich, wollte Tevinos wissen. Die Erklärung, die der Professor wird geben können, wird sicher höchst einfach sein. Wir werden sehen, sagte Sir Eric und steckte die Karte ein. Ich werde sie selbst der Polizei übergeben. Zuerst wollte Tevinos gegen die Mitnahme der Karte protestieren, aber das Gebaren des vernachlässigten Patienten störte ihn. Walter Crawley benahm sich reichlich sonderbar. Er ließ röchelnde Atemzüge laut werden. Seine Gesichtsfarbe wurde fahl und grau. Auf der Stirn bildeten sich Schweißtropfen. Wladimir Rosenstock, der Assistenzarzt, der vor kurzem eingetreten war, beschäftigte sich mit ihm. Hopp, hopp, Schwester, flüsterte er erregt. Dr. Tevinos war auch ans Bett getreten. Flüsternd gab er der Schwester Befehle. Diese rannte aus dem Zimmer, kehrte mit einer Spritze zurück. Aber da spannte sich Crawleys Körper so, dass er einen Bogen bildete. Nur Fersen und Hinterkopf lagen auf. Dann war ein Knacken zu hören wie von brechendem Holz. Und Walter Crawley von Bombay, Indien, Sekretär seiner Exzellenz, Sir Avindranath Eric Bose, blieb entspannt liegen und hatte das Atmen vergessen. Um seinen Mund entstand langsam ein niederträchtig höhnisches Lächeln, so als wollte er sagen, »Gewiß, ich bin nun tot, aber damit ist meine Angelegenheit noch lange nicht erledigt. Ihr alle werdet euch über meinen Abgang noch den Kopf zerbrechen.« Dies sollte auch tatsächlich geschehen. Vorerst aber schien Tevinos nur erstaunt, schüttelte den Kopf, jagte die Anwesenden aus dem Zimmer und blieb mit dem Toten allein. Ende von Teil 2 Gelesen von Hokus Pokus Teil 3 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 6 Es gibt Leute, die ein Reizmittel einem Nahrungsmittel vorziehen. Wenn sie hungrig sind und kein Geld haben, ziehen sie eine Zigarette einem Stück Brot vor. Dr. Tevinos war ähnlich veranlagt. Nach dem Urteil seiner Bekannten wäre er mit einer einfachen Frau, einer jener besorgten, mütterlichen Naturen, durchaus glücklich geworden. Er zog aber dem Roggenbrot, wie gesagt, die Zigarette vor und verliebte sich in Fräulein Dr. Metschle-Moyne. Der Verkehr mit Metsch war so anstrengend, dass er fünf Kilo Körpergewicht verloren hatte und diesen Verlust hatte er bis jetzt nicht wieder zu ersetzen vermocht. Ja, ein Zusammensein mit Metsch zerrte an den Nerven. Eine schottische Dusche, heißer Wasserstrahl, gleich darauf eiskalter, kann sparsam gebraucht eine angenehme Entspannung erzeugen. Wird sie aber zu oft wiederholt, so kann sie zur Tortur werden. Metsch konnte zärtlich sein. Plötzlich, nach einem Wort, das ihr nicht passte, wurde sie ausfallend und spielte die Gekränkte, um ebenso unbegründet wieder einzulenken. Merkwürdig war, dass sie sich nur mit Tevenos so benahm. Andere Leute rühmten ihre Gutmütigkeit, ihr ausgeglichenes Wesen. Manchmal schien es, als sei sie noch auf der Suche nach dem passenden Partner und habe Tevenos nur so zum Zeitvertreib genommen, aus Furcht vielleicht vor jener Einsamkeit, vor jenem sich nutzlos fühlen, dass viele berufstätige Frauen wie eine Art schlechten Gewissens mit sich herumschleppen. Walter Crawley war um halb fünf gestorben. Tevenos hatte den Abend frei, und so bat er Metsch mit ihm zusammen, zu Nacht zu essen. Aber Fräulein Dr. Lemoyne wünschte, nachher noch tanzen zu gehen. Tevenos, der über einen nicht sehr beweglichen Körper verfügte, seufzte, als vom Tanzen die Rede war, aber er ergab sich in sein Schicksal. Er versuchte, gewaltsam lustig zu sein, vermiet es von Crawleys Ableben zu sprechen. Erst als er im Auto saß, zuerst hatte er noch einen kleinen Kampf mit Metsches Airdailler Ronny zu bestehen, der nur widerwillig seinen Platz dem unsympathischen Eindringling, der Hund war obendrein noch eifersüchtig, einräumte. Erst im Auto, nach einem langen, drückenden Schweigen, sagte Tevenos, »Was nur der Meister mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat?« Metsch hakte sofort ein. »Erstens verstehe ich nicht, warum du Dominicé immer den Meister nennst, obwohl...« »Und dann, was soll der alte Mann mit dieser Vergiftungsgeschichte zu tun haben?« »Ich bitte dich.« »Ich weiß, dass Crawley seine Kurse besucht hat.« »Auch sonst war er manchmal beim Professor.« »Aber, dass der alte Herr mit der Ermordung des Sekretärs etwas zu tun haben soll, das ist doch lächerlich.« »Und die Karte?« »Gestern war Crawley also doch beim Meister.« »Beim Meister, ich nenne ihn so.« »Du hast kein Gefühl für die Bedeutung dieses Mannes.« »Weißt du denn überhaupt, dass er unsere einzige Genfer Berühmtheit ist?« »In okkulten Fragen?« »Ich habe dir doch sein Buch zum Lesen gegeben.« »Ja«, sagte Mätsch versöhnlich, »sein Buch ist gut, aber es ist alt.« »Wann hat er es geschrieben?« »Vor zwanzig Jahren?« »Inzwischen ist doch viel Wasser durch den Genfer See geflossen und viel Blut in der Erde versickert.« »Alt, sein Buch?« »Desoit zitiert es.« »Schrenk-Notzing, Österreicher.« »Sogar Flammarion.« »Und da behauptest du, dass es veraltet ist?« Mätsch war über diese Rede so erstaunt, dass der Wagen einen Zickzackkurs einschlug. Sie blickte kurz zu ihrem Freund. »Sein wann beschäftigst du dich mit diesen Fragen? Ich habe geglaubt, du interessierst dich überhaupt nur für Blutsenkungen und Harnanalysen. Seit wann liest du Seance-Protokolle?« Tevinos errötete wie ein ertappter Schulbube, aber er zog sich geschickt aus der Situation. »Seit ich eine Freundin habe, die sich mit Seelenkunde befasst.« Darauf schwieg Mätsch. Nach einer kleinen Pause fragte sie, »Wer ist diese furchtbare Frau, die beim Meister, wie du sagst, als Haushälterin dient?« »Ah, du meinst Jeanne Pochon. Warum furchtbar? Sie sieht nicht schön aus, die Jeanne. Alt ist sie auch.« »Ja, sie ist ein ehemaliges Medium. Diese Jeanne spielt die Hauptrolle in seinem Buch. Der Meister hat sie in einem spiritistischen Zirkel kennengelernt, hat dann mit ihr allein Sitzungen abgehalten. Später hat sie sich verheiratet. Ihr Mann war ein Trinker. Er ist gestorben und hat sie mit einem Buben allein gelassen. Da hat sie der Professor bei sich aufgenommen. Zuerst wohnte sie bei ihm. Jetzt hat sie sich, glaube ich, eine kleine Wohnung eingerichtet und vermietet Zimmer. Aber, wie ich gehört habe, hat sie kein Glück damit. Ihr letzter Mieter war ein Bankbeamter. Den musst du kennen. Der ist ja jetzt bei euch oben in Bel-Air. Plötzlich verrückt geworden, erzählte die Frau. Wart einmal, heißt er nicht Crotas, Croissant oder so ähnlich? »Corpas, meinst du? Ja, ich erinnere mich. Diese Jeanne Pochant hat ihn damals gebracht. Da habe ich sie auch zuerst gesehen. Wir glaubten an einen Alkoholdelir. Aber dann war es nur eine simple Schizophrenie. Verfolgungsideen, Stimmen. Übrigens, er sprach auch von Stechen, wie Crawley. Jetzt hat er sich beruhigt und arbeitet im Garten. »So, Stechen«, hat er gesagt, stellte Tevinos fest. Und dann schwieg er, bis sie vor dem kleinen Dorfwirtshaus in Jussi hielten, wo sie zu Nacht essen wollten. Während der Mahlzeit war Tevinos sonderbar aufgeregt. Er streichelte von Zeit zu Zeit Matches Hand, die auf dem Tisch lag. Er, der Korrekte, der es sonst peinlich vermied, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten zu zeigen. Match ließ es geschehen. Nur Ronny gefiel in diese Demonstrationen nicht. Er bellte, ließ sich aber dann durch einen Brotbrocken, der in ausgelassene Butter getaucht war, beruhigen. Abschnitt 7 Die Latham-Bar in der Rue du Rhone ist jeden Abend gefüllt. Sie besitzt einen guten Mixer, der die Amerikaner anzieht. Eine gute Kapelle, die manchmal auch Klassisches spielt, was die Engländer schätzen. Die deutschen Diplomaten kommen wegen der französischen Lieder, weil sie bei diesen durch ein lautes Lachen beweisen können, dass sie die Pointen und Zweideutigkeiten verstehen und also auf französischen Esprit geeicht sind. Im Ganzen verkehrt dort ein internationales Publikum, in dem selbst Russen und Italiener nicht fehlen. Tevinos tanzte nicht gut. Erstens war der Platz, der inmitten der vielen Stühle für die Paare frei war, viel zu klein. Man musste sich an den anderen vorbeischieben. Gab man nicht Acht, so stieß man sich schmerzhaft an spitzen Ellenbogen oder bekam einen Absatz auf den Fußspann, was unangenehm war, besonders wenn man Halbschuhe trug. Dann war es entsetzlich heiß. Madge ärgerte sich, weil ihr Freund feuchte Hände hatte, und Tevinos musste sich nach jedem Tanz die Hände waschen. Die Stimmung an ihrem kleinen Tisch war ungemütlich. Madge desertierte und tanzte oft mit einem jungen Mann, irgendeinem Balkaner mit Haaren wie geschmolzener Teer und einer Gesichtshaut, die in der Farbe an Tilseter Käse erinnerte. Während Tevinos über seine Enttäuschung grübelte, er hatte sich wirklich auf das Zusammensein mit Madge gefreut, und nun kam es ganz anders, während er vergebens versuchte, sich mit Ronny anzufreunden, der unter dem Tisch lag und Kopf auf den Pfoten ungnädig schielte, legte sich eine Hand auf seine Schulter. Darf ich mich setzen? fragte Professor Dominicé. Er hatte viel Ähnlichkeit mit dem Apostel Petrus. Wahrscheinlich war es auch der Hevelok aus dünnem grauem Tuch, der an die Gewandung biblischer Figuren erinnerte. Tevinos sprang auf. Meister, sagte er, Meister, welch guter Geist führt Sie her? Kein guter Geist. Der Geist der Unruhe und der Angst ist es. Der Professor sprach so dröhnend, daß die Leute an den anderen Tischen aufmerksam wurden. Tevinos war bedrückt. Plötzlich sah er mit quälender Deutlichkeit den nackten Körper Crawleys des Sekretärs vor sich und den entzündeten Hof rings um den Stich in der Ellenbogenbeuge. War es ein Einstich? Setzen Sie sich, Meister, legen Sie den Mantel ab. Es ist warm hier. Ich muß Sie ein paar Sachen fragen. Was trinken Sie? Mich friert, sagte der Professor. Dann rief er laut über den Lärm. Kasimir. Ein Kellner in weißem Jäckchen arbeitete sich schwimmend durch die zähe Masse der Tanzenden. Der Professor schüttelte ihm schweigend die Hand. Nicht friert, Kasimir, wiederholte er. Einen Mockaduble oder Tripple. Besser noch Tripple. Ich brauche Anregung. Mit Kirsch, Professor? fragte Kasimir kameradschaftlich wie zu einem Gleichgestellten. Der Professor schüttelte den Kopf. Nein, nur stark. Sehr stark. Dann versank Dominici in ein Schweigen, das etwas unheimlich wirkte, und Tevenos störte es nicht. Satzfäden durchzogen die Luft, die grau war vom Tabakrauch. Sie wirkten ein buntes, wehres Netz, das die beiden einspannen. Dann kam Match und zerriss das Netz. Dominici stand auf. Seine Höflichkeit wirkte wehmütig wie ein Rokoko-Stuhlin mitten von Stahlmöbeln. Liebes Kind, sagte er, wie freue ich mich, Sie zu sehen. Sie sind erhitzt, aber trotzdem ist Ihre Hand kühl geblieben. Das düngt mich angenehm. Der Kellner brachte den Kaffee. Mit einem Seufzer zog der Professor seinen Havelock aus, legte ihn über einen Stuhl. Er trug einen langen, grauen Gehrock. Im Westenausschnitt war eine grauseidene Plastronkrawatte zu sehen. Ich habe mich einsam gefühlt heute Abend. Es beschäftigt mich gar viel diese Tage. Er setzte sich umständlich, hob die Schöße seines Gehrocks, um unerwünschte Faltungen zu vermeiden. Match hatte die Hände gefaltet auf den Tisch gelegt. Es waren kleine Mädchenhände mit stumpfen Fingern, die Nägel kurz geschnitten und nicht sehr gepflegt. Devenous nahm einen Anlauf. Was ist das für eine Geschichte mit diesem Crawley? Haben Sie ihn wirklich nicht gekannt, Meister? Dominici unterbrach ein Gähnen, dass er sich nicht die Mühe genommen hatte, hinter der Hand zu verbergen. Seine Gesichtsfarbe war von einem ungesunden Grau. Er nippte an dem heißen Kaffee. Seine Augen waren müde und ausdruckslos, ohne Glanz. Entschuldigt mich einen Augenblick, sagte er, stand auf, tastete seine Taschen ab, so als wollte er sich vergewissern, dass er ein notwendiges Requisit bei sich habe. Dann ging er mit schleppenden Schritten über den in diesem Augenblick leeren Tanzplatz. Nach einigen Minuten kam er wieder. Die Schritte, die Bewegungen des Körpers schienen die niederdrückende Müdigkeit wie ein staubig schweres Kleid abgestreift zu haben. Ja, die Geschichte mit Crawley, sagte er, ist merkwürdig. Merkwürdig für Laien, aber nicht für mich. Unser Perzeptionsvermögen, und er begann eine lange psychologische Erklärung, die mit vielen Fremdwörtern beweisen sollte, dass das Nichterkennen eines sonst bekannten Menschen eine alltägliche Angelegenheit sei. So vertieft war der Professor in seiner Erklärung, dass er ein wenig erschrak, als ein Vorübergehender ihn streifte. Ein Mann mit Wulstlippen war dies, die Poren der Gesichtshaut waren auffallend groß. Er entschuldigte sich wortreich. Neben ihm ging eine Frau, bei deren Anblick Tevenos erregt aufspringen wollte. Während der Mann eifrig auf den Professor einsprach und dabei Match anstarrte, flüsterte Tevenos seiner Freundin zu, »Das ist die Frau, die heute Morgen Crawley besucht hat. Ich muss sie sprechen, ich muss ihren Namen wissen. Sie soll mir sagen, was sie gewollt hat.« Aber Match hielt ihn zurück. Sie tat eifersüchtig. Ob sie es in Wirklichkeit war, konnte nicht festgestellt werden. Genug, sie packte Tevenos Hand, »Du wirst sitzen bleiben.« Und ihre Stimme klang so drohend, dass Tevenos gehorchte, denn eine Szene in einem öffentlichen Lokal war nicht nach seinem Geschmack. Der Mann mit der großporigen Gesichtshaut hatte sein Gespräch mit dem Professor beendet. Er verbeugte sich vor Match und stellte sich vor. »Bei Ranow«, auf der zweiten Silbe betont. Dann entfernte er sich mit der hochgewachsenen Frau, die Tevenos Interesse erregt hatte. »Wer war das?«, fragte Match. Der Professor seufzte laut und gründlich. Sein Gesicht war noch grauer als sonst und ängstlich verzogen. »Eine dunkle Persönlichkeit«, sagte er, »ein Russe, Baranov heißt er, der, wie ich glaube, in irgendeiner Beziehung zu der Sowjetgesandtschaft steht. Aber offiziell will die Delegation nichts mit ihm zu tun haben. Die Regierungen brauchen heutzutage scheint es derartige Subjekte. Dominicé ballte die Fäuste auf dem Tisch, wie in hilfloser Wut, um ihre dreckigen Geschäfte erledigen zu lassen. Geht etwas schief, so lässt man sie fallen und wäscht seine Hände in Unschuld. Wir leben in einer schmutzigen Zeit.« »Und die Frau, die bei ihm war?«, fragte Match. »Tevenos interessiert sich für Sie. Er wollte Sie ansprechen, aber das dulde ich nicht. Die Frau?« »Seine Sekretärin.« »Eine schöne Frau. Ich bin ihr einmal vorgestellt worden. Sie schien Mitleid mit mir zu haben.« »Natalia Ivanovna Kuligina«, heißt sie. »Sie kannte Crawley, den Sekretär«, platzte Tevenos heraus. »Sie hat ihn heute Morgen besucht.« »Sie nannte ihn armer Junge.« »Mitleidig scheint sie zu sein.« »Ich wollte Sie fragen, was Sie eigentlich im Spital wollte.« »Aber wenn Match ihren Rappel hat?« »Aber, Johnny«, sagte Match gefühlvoll, »du solltest doch stolz sein, dass ich eifersüchtig bin.« Und sie legte ihre Hand auf Tevenos Schulter, denen die unerwartete Zärtlichkeit erstaunte. »Sie kannte Crawley«, sagte der Professor und stützte den Kopf in die Hand. »Ich glaube wohl, dass sie Crawley kannte.« Aber als Tevenos und Match in ihn drangen, sich ein wenig klarer auszudrücken, schüttelte Dominicene nur den Kopf. So ließen sie ihn schließlich allein sitzen. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokus Pokus Teil 4 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Kapitel 2 Abschnitt 1 Die Morgenblätter des nächsten Tages beschäftigten sich mit dem Tode des Sekretärs Crawley. Das erste Journal de Genève, das seinen Ehrgeiz dareinsetzte, so dezent zu sein, dass auch sechsjährige Kinder seine Prosa verzehren durften, ohne Schaden an ihrer Seele zu nehmen, sprach in gefühlvollen Worten von dem Tode eines hoffnungsvollen jungen Diplomaten, der eines geheimnisvollen Todes gestorben sei. Am Schluss des Artikels wurde andeutungsweise gefragt, ob hinter diesem Verbrechen nicht die Hand des Erzfeindes westlicher Kultur zu suchen sei. Diese anscheinend harmlose Frage hatte einen geharnischen Protest der Sowjetdelegation zur Folge, der dann im Abendblatt in winzigen Buchstaben gerade am Schluss des redaktionellen Teiles erschien und übersehen wurde. Die Tribüne de Genève hatte einen Toxikologen angefordert, der ausgezeichnet und geistvoll über das ehrwürdige Alter der Gifte plaudern konnte. Dieser berichtete vom Bilsenkraut und der Tollkirsche, die auch zu Liebesfiltern gebraucht worden seien. Das sozialistische Travai brachte, wie gewohnt, die Vergiftung des jungen Diplomaten mit der Korruption der bürgerlichen Gesellschaft in Verbindung und fand dadurch einen neuen Weg, von den Bankskandalen der letzten Zeit zu sprechen, was wöchentlich mindestens sechsmal geschah, denn so oft erschien dieses Blatt. Aber auch im Ausland fand der geheimnisvolle Vorfall gebührende Beachtung. Besonders in der Heimat der Kriminalromane, und das Königreich Großbritannien kann diesen Titel ruhig beanspruchen, schwelgte die Nachrichtenpresse in fingerbreiten Schlagzeilen. »Mysterious Death of the Secretary of Sir Eric Bose«, die ist die Überschrift im Globe, war eine der bescheidensten. Aber, wie gesagt, es gab nicht viel mitzuteilen. Immerhin hatte die Meldung eine nicht ganz gewöhnliche Wirkung, und zwar äußerte sich diese folgendermaßen. Gegen zwei Uhr nachmittags, am Morgen waren die Meldungen über Crawleys Tod erschienen, trafen sich zwei Herren am Telegrafenschalter der Hauptpost in Genf. Sie waren beide ungeduldig und kämpften höflich um den Vorrang. Den einen kannte der Beamte als eifriger Kunde. Seine sportlichen Allüren, Golfhosen, buntes Hemd, wollten nicht recht zu seiner ungesunden Gesichtsfarbe passen. Es war der Völkerbund-Korrespondent des Globe, der behauptete, die Referate der Abrüstungskonferenz hätten ihm ein chronisches Magenleiden eingebracht, und er sei ein Märtyrer seines Berufes. Fast hätte dieser Herr im Kampf um den Vortritt am Schalter den Sieg davon getragen. Aber der andere Herr, der dunkel und unauffällig gekleidet war und trotz der Hitze einen steifen Hut trug, hatte einen so unangenehmen Blick, dass der eingeschüchterte Korrespondent schließlich doch den Platz freigab. Der Herr mit dem unangenehmen Blick reichte einen Zettel durch den Schalter, der trotz seiner Kürze den Schalterbeamten stutzig machte. Der Beamte fühlte sich verpflichtet, eine leise Frage zu stellen, die der Herr durch das Vorzeigen einer Karte beantwortete. »Gewiss, Monsieur«, sagte der Beamte diensteifrig, »in diesem Falle kann ich das Chiffretelegramm natürlich ohne weiteres abschicken. Aber Sie werden begreifen, dass dies nicht jedem gestattet werden kann. Auch wir in der Schweiz haben unsere militärischen Geheimnisse.« Aber der Herr im steifen Hut schien sich für die Landesverteidigung der Schweiz wenig zu interessieren, er winkte barsch ab. Seine Frage nach dem Preis war in ein Wort gepresst, er zahlte und führte als Abschiedsgruß zwei Finger zum Hutrand. Der Beamte aber stand auf und verbeugte sich, was für einen Postbeamten, selbst wenn er Genfer ist, immerhin nicht ganz alltäglich ist. »Übrigens, verzeihen Sie«, fragte der Korrespondent des Globe, »wer war der Herr vor mir? Er kommt mir bekannt vor, als hätte ich ihn schon ein paar Mal gesehen.« »Das kann sein«, erwiderte der Postbeamte froh, die Langeweile des heißen Nachmittags mit einem Gespräch zu zersplittern. »Er war schon ein paar Mal hier, aber nur, um recht harmlose Telegramme aufzugeben, meistens Glückwünsche und andere unwichtige Sachen. Ich habe immer gedacht, er sei irgendein Kammerdiener.« Der Korrespondent pfiff so laut, dass der Beamte ihn besorgt anblickte. »Natürlich«, sagte der markenkranke Herr, »das ist ja Charles gewesen, Sir Eric Boses Charles. Was man nicht alles erfährt. Ich hatte keine Ahnung, dass er daneben ein... Aber Sie dürfen das nicht verraten, verstehen Sie? Dienstgeheimnis. Es könnte unabsehbare Folgen haben. Und wie viel macht mein Telegramm?« Schon zwei Stunden später übten diese beiden Telegramme ihre verheerende Wirkung aus. Ein noch jugendlich aussehender Mann, rothaarig, 1,98 Meter groß, Simpson Cyril O'Kee mit Namen, musste seine Ferien unterbrechen, die er in Coyour, einem kleinen Fischerdorf am Mittelmeer, hart an der französisch-spanischen Grenze verbrachte. Das kleine Postfräulein, das sie ihm übergab, wartete vergebens auf den übertrieben schmachtenden Blick, mit dem der junge Mann sie sonst stets zum Lachen brachte. Er runzelte nur missmutig die Nasenhaut. Auch dies war komisch. Nickte, und am Abend war er verschwunden. Er wurde von der Bevölkerung vermisst, denn er war beliebt, weil er allnächtlich mit einem der Fischer aufs Meer fuhr zum Sardinenfang. Man erfuhr nur, dass er sich nach Port Vandre begeben hatte, um dort den Nachtschnellzug zu nehmen, der am nächsten Morgen in Genf ankommt. Um halb zehn Uhr morgens betrat Cyril Simpson O'Kee das Hotel de Roussy und wartete in der Halle auf das Resultat seiner Anmeldung. Endlich durfte er in den ersten Stock steigen, auf dessen Gang ihm Sir Eric Boses Kammerdiener entgegenkam. »Seine Exzellenz wird sie sogleich empfangen«, sagte Charles laut, führte O'Kee in einen Raum, den wir schon kennen, hoffnungsloser Luxus-Filmkulisse, schloss behutsam die Tür, dann sagte er mit völlig veränderter Stimme, »Setz dich, Simp, du kannst rauchen, der Alte schläft noch, wir sind ungestört, schön, dass du gleich gekommen bist.« »Die Sache stinkt mir zum Hals heraus, ich kann's allein nicht mehr deichseln, und seit der Junge hat dran glauben müssen, hab ich keine Ruhe mehr. Du musst mir helfen. Der große Chef in London weiß Bescheid, dass ich dich aufgefordert habe.« »Also Baranov scheint in die Sache verwickelt zu sein, und durch Baranov ein alter Professor. Ich hab den Jungen, den Crawley, in der letzten Zeit nicht beaufsichtigen können, aber es sind Pläne verschwunden, sagt der Alte, und ein Bündnisentwurf, außerdem ein Projekt, von dem ich nichts weiß, das aber der Landpfleger so schwer vermisst, dass er die abendliche Dschinn-Ration verdoppelt hat, um schlafen zu können. Aber auch die nützt nichts. Also sieh mal, was du machen kannst. Der große Chef hat mir eine Empfehlung mitgegeben, an den Staatsrat, der das Departement für Polizei und Justiz unter sich hat. Die kannst du haben. Sie ist allgemein gehalten. Als was willst du auftreten? Der Globe hat mir telegrafiert, ich soll hier die Spezialreportage übernehmen. Der Fall des Sekretärs hat viel Staub aufgewirbelt. Das wird genügen. Glauben Sie nicht auch, Colonel? Charles legte den Zeigefinger auf seine Lippen. Keine Titel hier, wenn ich bitten darf, man kann nie wissen. Er dachte nach. Irgendso ein alter Professor scheint mit in den Fall verwickelt zu sein. Er kennt Baran auf dieser Professor. Dominici heißt er übrigens. Seine Haushälterin sollte man vielleicht auch im Auge behalten. Nun, du wirst dich schon zurechtfinden. Die Empfehlung schicke ich dir dann zu. Du wirst doch nicht im Hotel wohnen, sondern wie gewöhnlich eine kleine Wohnung nehmen, nicht wahr? Oki verabschiedete sich. Charles begleitete ihn durch den Gang. Er hatte ein devotes Kammerdiener-Lächeln angelegt, als er sich von Oki an der Treppe verabschiedete. Dann begegnete ihm der Etagenkellner, den er anhielt. Diese Journalisten, sagte Charles, in alles müssen Sie Ihre Nase stecken und immer glauben Sie, dass Sie aus mir altem Mann große Neuigkeiten herauspressen können. Mir hat dieser junge Tropf zwanzig Franken geschenkt. Dabei besitze ich schon ein Landhaus und bin sicher reicher als er. Ja, ja, seufzte der Etagenkellner. Ihr Kammerdiener habt es gut. Abschnitt 2 Kommissar Piloui war verärgert. Er hatte den ganzen Morgen herumlaufen müssen. Zuerst hatte das Parquet, bestehend aus Staatsanwalt Philippe de Morsier, Untersuchungsrichter Despin, Gerichtsschreiber und polizeilichen Mitläufern, den Tatort an der Place du Molar besichtigen wollen. Piloui hatte zehn Mann aufbieten müssen, um eine neugierige Menge zu zerstreuen, Er hatte sich durstig geschrien, und das Resultat dieser Besichtigung war konkruent und symmetrisch gleich null, wie er sich auszudrücken beliebte. Man war in die Toilette hinuntergestiegen. Malan hatte die Türe bezeichnen müssen, hinter welcher der Mann in weißen Tennishosen sich verborgen gehalten hatte. Herr de Morsier, der Staatsanwalt, hatte, Aha, ja, sehr interessant, gelispelt, und der Untersuchungsrichter hatte ihm beigepflichtet. Gefunden hatten sie nichts. Staatsanwalt de Morsier, ein hagerer Herr mit einem weißen Chinesen-Schnurrbart, sein heimliches Laster war das Verfertigen von Sonetten, und er hatte eine gewisse Fertigkeit darin erlangt. Familienzeitschriften brachten sie unter einem Pseudonym, klopfte dem Kommissar auf die Schulter. Sie werden die Sache schon ganz richtig untersuchen, mein lieber Pelloui, aber mit Vorsicht, ich bitte Sie, nicht stürmisch zügeln Sie Ihre Jugend. Dabei war Pelloui über 40. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Herr Untersuchungsrichter Despin, der uns begleitet, wird Ihnen gern mit Rat und Tat beistehen, nicht wahr? Sie besitzen schon das Sektionsprotokoll. Ich habe es heute Morgen flüchtig durchgelesen. Es ist sehr verklausuliert, finden Sie nicht auch? Das Gift, von dem der Arzt spricht, und das er bald Skopulamin, bald Hioschiamin nennt, lässt sich nicht feststellen, so viel ich verstanden habe, weil es sich leicht zersetzt. Von einem sicheren chemischen Nachweis wie beim Ersehen kann also nicht die Rede sein. Ich erinnere mich da an einen Fall aus meiner Praxis, er ist schon 20 Jahre her. Der Herr Staatsanwalt de Morsier erzählte ausführlich eine völlig belanglose Geschichte von einer Hundevergiftung, während seine Zuhörer mit gesenkten Blicken Anwandlungen zu Feitstanz unterdrückten. Das Publikum, von Polizisten zurückgehalten, folgte von Ferne mit Neid und Bewunderung den rednerischen Gesten des Staatsanwalts. Die Frage, die mir wichtig zu lösen scheint, Herr de Morsier fand endlich zu seinem Ausgangspunkt zurück, ist die Kenntnis der Umwelt. Er machte eine wunderbar ausdrucksvolle, kreisförmige Bewegung mit seiner sehr weißen, sehr senigen Kreisenhand, die Umgebung, die Atmosphäre festzustellen, in der jener junge Mann sich bewegt hat. Wer Atmosphäre sagt, sagt Psychologie. Sie haben, meine Herren, einerseits, schöpfende Bewegung mit gekrümmten Fingern der linken Hand, das diplomatische Milieu, jenen abgesandten, ferner Zonen, um denen das Ränkespiel internationaler Politik kreist, andererseits, gleiche Bewegung mit der rechten, andererseits die Wissenschaft. Jener junge Mann scheint eine zwiespältige Natur gewesen zu sein. Die Realität politischer Kombinationen hat ihn nicht befriedigt. Ihn lockte das Reich der Seele, jenes dunkle Reich, hier zitierte der Greis eine Strophe eigener Produktion, die einer Übersetzung nicht standhalten würde, und in diesem fand er den rechten Führer. Ich habe Professor Dominicé genannt, aber Vorsicht, meine Herren, Sie haben es mit einem Manne zu tun, der internationalen Ruhm genießt, mit einem Vertreter des geistigen Genf, das an überragenden Menschen so reich war, ist und sein wird. Kommissar Pilloui stöhnte laut, aber selbst dieser Ausdruck der Verzweiflung vermochte Herrn de Morsier nicht in seiner Rede zu stören. Nur beim Untersuchungsrichter Despin fand Pilloui Verständnis. Dieser seufzte auch. Ich würde Ihnen also vorschlagen, meine Herren, Ihr Augenmerk auf den Aufenthaltsort jener Personen zu richten, die mit diesem jungen Sekretär Crawley in Verbindung gestanden sind. Vor allem, wer war der Mann in weißen Tennishosen, der vor dem Polizisten Malan geflohen ist? Wo hielt sich Professor Dominicé auf vor seinem Erscheinen auf dem Platze hier? Wo war seine Haushälterin? Und auch im anderen Milieu, im Diplomatischen nämlich, wäre eine Untersuchung angebracht. Kammerdiener Bekannte, hatte der junge Mann Feinde, brauchte er Geld? Ich bin sicher, dass es unserem tatkräftigen und findigen Kommissar Pilloui gelingen wird, alle diese Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit zu lösen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Herr de Maussier verbeugte sich. Den Hut konnte er nicht ziehen, denn er trug eine Baskenmütze. Sein kahler Kopf war sehr empfindlich. Noch eines erinnerte sich der Staatsanwalt. Es wird Sie heute noch, Kommissar, ein junger Mann besuchen, der mir warm empfohlen ist. Mir und meinem Freunde, dem Staatsrat. Ein fähiger englischer Journalist. Ich bin sicher, dass Ihnen die kriminalistischen Erfahrungen dieses jungen Mannes willkommen sein werden. Nicht wahr? Die Anwesenheit internationaler Politiker in unserer ruhigen Stadt hat die Verhältnisse derart kompliziert, dass wir fremde Hilfe gut gebrauchen können. Hierauf empfahl sich der Staatsanwalt definitiv und hinterließ einen kleinen, bärtigen Kommissar, der aussah wie ein Gnom, der vor Wut zerplatzen möchte. Abschnitt 3 Fräulein Dr. Metschle-Moyne hatte Dienst. Nach dem Mittagessen hatte sie sich in ihr Zimmer begeben, das abseits von der Anstalt Bel-Air in einem kleinen Pavillon lag. Sie war dort ungestört, denn der Bau enthielt außer ihrem Wohn- und ihrem Schlafzimmer nur einen einzigen größeren Raum, der als Magazin diente. Im Wohnzimmer stand ein Grammophon, der wichtigste Einrichtungsgegenstand, ein lederner Clubsessel, ein Schreibtisch, einige Stühle und ein niedriger Schlafdiwan. Eigentlich war auch der Spiegel sehr wichtig, ein alter Spiegel mit rötlicher Goldleiste, den Metsch bei einem Antiquar aufgetrieben hatte. Sie warf sich auf den Divan, stellte das Grammophon neben sich, legte Dina auf und vertiefte sich in den sechsten Band eines französischen Serienromans, genannt Fantomas, der ungeheuer spannend und ungeheuer unwahrscheinlich war. Ronny, der Airdaler, hatte seine Herrin begeistert begrüßt, sich dann mit einer Speckschwarte beschäftigt und, als diese verzehrt war, einer Hummel seiner Aufmerksamkeit zugewandt. Doch auch die Hummel war faul. Sie flog zum Fenster hinaus und verschwand im grünen Laub, das wie eine zitternde Wand vor dem Fenster stand. Metsch war gerade zu der Stelle gelangt, an der erzählt wird, wie Fantomas, der große Verbrecher, einen deutschen Prinzen aus kaiserlichem Geblüt unter dem Springbrunnen der Place Vendôme gefangen hält. Da läutete das Telefon und Ronny bellte. Er hasste das Telefon. Vielleicht war er altmodisch gesinnt und hatte nichts für die Technik übrig. »Ja,« sagte Metsch, »dann ich komme.« »Eine Aufnahme, Ronny,« klagte sie. »Kein Wunder, dass so viele Leute überschnappen, bei dieser Hitze. Und die vielen Reden, die hier gehalten werden, müssen ja die Luft der Stadt vergiften.« Und sie seufzte noch einmal, denn sie musste einen weißen Mantel anlegen. Dieser weiße Mantel bereitete ihr Kummer, denn er machte sie dick und unförmig, wie sie behauptete. Aber er gehörte nun einmal zum Beruf, den sie ausübte, und sie suchte die ungünstige Wirkung durch schönes Schuhwerk und seidene Strümpfe wieder auszugleichen. Im Aufnahmezimmer stand eine sehr dicke Frau am Fenster. Sie war schwarz gekleidet, und ihr Rock fiel bis auf die Erde. Wirklich, sie war sehr dick, besonders ihr Brustumfang war erstaunlich, und sie bewachte aus den Augenwinkeln ein unscheinbares Männchen, das verzagt und verloren auf einem Stuhl nahe beim Tisch saß. Match erkannte die Frau. Es war jene Jeanne Pouchon, Haushälterin bei Professor Dominicé, und bei ihrem Anblick ging eine Veränderung mit Matches Gesicht vor sich. Es wurde streng, die grauen Augen wurden dunkel, und sie sagte, »Bringen Sie uns wieder einen Patienten?« Jeanne Pouchon nickte schweigend und hielt Match ein verschlossenes Kuvert hin. Nach einer Pause sagte sie, »Das ärztliche Zeugnis.« »Sie haben kein Glück mit Ihren Mietern, Frau Pouchon«, meinte Match, öffnete den Brief und las. Ende von Teil 4 Gelesen von Hokus Pokus Teil 5 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 4 Auszug aus der Krankengeschichte Name des Patienten Niedecker Pierre-Emil Geboren am 4.03.1899 in Genf Eltern N. Friederik Pierre und Marie geborene Catin Beruf Büroangestellter Ledig Konfession reformiert Folgt die Angabe der verschiedenen Reflexe, die nichts Bemerkenswertes zu vermelden haben, das Aufnahmedatum und Match-Notizen, die folgendermaßen lauten 25. Juni Bei der Aufnahme steht der Patient am Fenster und scheint sich um nichts zu kümmern. Auf die Frage, wo er sei, antwortet er, mit einem seltsam unbeteiligten Lächeln, »Monsieur Pierre hat Angst«. Auf die Frage der Referentin, wovor er denn Angst habe, antwortete er geheimnisvoll flüsternd, »Sie wollen mich nicht fliegen lassen.« »Wer denn?« »Der alte Mann mit dem weißen Bart und die dicke Frau.« »Die Luft riecht gut, aber sie ist zu leicht, sie trägt Monsieur Pierre nicht.« Gebracht wurde der Patient von Frau Jeanne Pochon, Haushälterin bei Professor Dominicet, die Folgendes erzählt. Niedecker wohnte seit drei Monaten bei ihr, jedoch verließ er seine Stelle unter dem Vorwand, er habe eine einträglichere Beschäftigung gefunden. Ein junger Mann besuchte ihn seit dieser Zeit oftmals des Abends. Dieser Mann behauptete, er sei Privatsekretär bei einem fremden Diplomaten, sei mit Arbeit überhäuft und brauche eine Hilfe. Frau Pochon behauptet, sie habe oft des Abends aus dem Zimmer ihres Mieters eine laute, eintönige Stimme gehört, die scheinbar diktiert habe. Von dieser Zeit an sei eine merkwürdige Veränderung mit Niedecker vor sich gegangen, er habe oft nach Alkohol gerochen, sei spät in der Nacht heimgekommen und tagsüber liegen geblieben, seine Miete habe er pünktlich bezahlt. Er hatte eine Schreibmaschine gemietet. Auffallend sei nach Ansicht Frau Pochons, dass Niedecker sehr misstrauisch wurde. Sie hatte viel unter seinem Spionieren zu leiden, er schlich ihr manchmal durch alle Zimmer nach, einmal ertappte sie ihn dabei, wie er ihren Schreibtisch im Wohnzimmer aufzubrechen versuchte. Auf Vorhalt, was denn sein sonderbares Wesen zu bedeuten habe, behauptete Niedecker, er werde verfolgt, aber er müsse zuerst noch die Beweise finden, dass er ermordet werden solle. Vorletzte Nacht kehrte er mit beschmutzten Kleidern erst morgens gegen sechs Uhr heim, seine weißen Tennishosen vor allem waren in einem traurigen Zustand. Auf die besorgte Frage, wo er denn gewesen sei, gab er keine Antwort, zog sich aus und legte sich ins Bett, wo er bis gegen Abend schlief. Dann ging er aus, offenbar um jemanden zu besuchen, denn er hatte einen anderen Anzug angezogen und ein sauberes Hemd. Gegen zwölf Uhr nachts kam er heim, er schien betrunken zu sein, denn er lärmte etwas und seine Schritte waren unsicher. Er schlief bis spät in den Morgen. Als ich ihm gegen zehn Uhr sein Frühstück brachte, schien er vollkommen verwirrt, bedrohte mich und sprach verwirrtes Zeug. Ich dachte an einen Fieberanfall, fährt Frau Pochon fort und ließ einen Arzt holen. Der Arzt riet mir, den Kranken hierher zu bringen. Er verabfolgte ihm eine Spritze, um ihn zu beruhigen. Mein Sohn konnte mir nicht helfen, denn er war schon an seine Arbeit gegangen. Niedecker folgte mir ohne weiteres in ein bereitstehendes Auto und ich brachte ihn hierher. Der Patient steht noch immer am Fenster. Er weigert sich, Frau Pochon die Hand zum Abschied zu reichen. Er folgt aber dem Oberwärter willig auf die Abteilung. Unter dem Datum des folgenden Tages steht Folgendes zu lesen. Bei der Abendvisite sitzt der Patient abseits von den übrigen Kranken am Fenster. Pfleger G. berichtet, Niedecker sei bei der Ankunft auf der Abteilung auf den Patienten Korbaz zugegangen, habe ihn lange schweigend betrachtet und dann gesagt, »Sind wir jetzt beide im Himmel?« Korbaz habe Niedecker erkannt, ihm die Hand geschüttelt und lachend gefragt, »Wie geht's der Hexe?« Darauf habe Niedecker geschwiegen und sich ängstlich in eine Ecke versteckt. Seit diesem Augenblick habe er nicht mehr gesprochen. »Patient Korbaz ist ebenfalls von Frau Pochon zu uns gebracht worden«, Anmerkung der Referentin. Auf die Frage, wie es ihm jetzt gehe, antwortet Patient mit weinerlicher Stimme, »Monsieur Pierre hat Angst«. Gefragt, »Wovor er denn Angst habe?«, wiederholt er Stereotyp, »Monsieur Pierre hat Angst.« Er horcht manchmal wie abwesend in die Luft, wenn man mit ihm spricht. Gefragt, »Was er denn höre?«, behauptet er nur, er habe Angst. Steife Mimik, Affekt inadäquat. Nach weiterem Drängen erklärt er dann stockend »Ein alter Herr mit weißem Bart«, »Es ist der Apostel Petrus«, stehe hinter ihm und sage ihm, er sei schuldig, denn er habe gemordet. Wieso gemordet? Er habe einen Mord nicht verhütet, darum sei er schuld an dem Mord. Starker Tremor der Hände, trockenes Schluchzen, auf Zusprechen hin, er sei ja hier in Sicherheit, wird er zusehends ruhiger.« Bericht des Nachtpflegers Patient bekam auf Verordnung um neun Uhr zwei Gramm Chloral, schlief dann ruhig bis halb zwei. Er wachte dann plötzlich mit einem lauten Schrei. Es sei jemand hinter der Tür, der ihn greifen wolle. Man solle die Tür verschließen. Sonst komme die Polizei und hole ihn ab. Patient stürzt zur Tür und stemmt sich dagegen. Als der zweite Nachtpfleger ihn zurückhalten will, nimmt Patient Boxerstellung an. Er wird mit Gewalt ins Bett zurückgebracht. Fräulein Lemoyne fährt dann fort. Der herbeigerufene, diensttuhende Arzt, Referentin, versucht den Patienten zuerst suggestiv zu beruhigen. Es sind jetzt Männer und Frauen, die ihn verfolgen. Vor allem ist es ein Mann, der ihn verfolgt und er nennt ihn den Meister der goldenen Himmel. Auf die Frage, ob dieser Meister mit dem Apostel Petrus identisch sei, blickt Patient lange Zeit ins Leere und antwortet nicht. Da die Erregung zurückkehrt, erhält er ein Kubikzentimeter Morphinskopulamin subkutan. Beim Einstechen der Nadel schreit Patient laut, man wolle ihn umbringen, wie man seinen Freund umgebracht habe. Auf die Frage, wer denn dieser Freund sei, erfolgt keine Antwort. Patient schläft ein. Am Morgen ist er wieder aufgeregt, kommt ins Dauerbad. Soweit die Eintragungen in der Krankengeschichte. Abschnitt 5 Johnny, wie schön, dass du gleich gekommen bist. Hast du dich freimachen können? Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Du sollst mir raten. Ich bin vollkommen erledigt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weißt du, dass diese furchtbare Jean Pouchon schon wieder einen Mieter gebracht hat? Match packte Dr. Tevenos Hand, zog ihn zum Club-Sessel, drückte ihn, immer noch aufgeregt schwatzend, hinein und machte es sich auf seinen Knien bequem und legte die Hände verschränkt auf seinen Nacken. Ihre blonden Knabenhaare standen unordentlich von ihrem Kopf verab, was ihr das Aussehen eines verrupften Vogels gab. Die Augen blickten müde. Du hast eigentlich ein liebes Gesicht, Johnny, sagte sie und streichelte Dr. Tevenos Haare. So beruhigend. Eigentlich begreife ich gut, dass dich im Spital alle Leute gern haben. Und weißt du, wenn ich manchmal hässlich zu dir bin, so tue ich das nicht aus Bosheit. Aber deine ewige Milde und dein ewiges Nachgeben kann mich verrückt machen. Man sollte dich aufrütteln. So! Und sie packte ihn bei den Ohren und schüttelte seinen Kopf. Auf Dr. Tevenos Gesicht entstand ein wehmütiges Lächeln. Sonderbare Fällchen zitterten in den Augen und Mundwinkeln. Er befreite seine Ohren, packte dann behutsam Madges Kopf und küßte sie auf die Augen. Madge seufzte tief, ihr Körper entspannte sich. Sie legte den Kopf auf die Schulter des Mannes und sprach wie in einem Traum. Man glaubt immer, weiß Gott, wie abgehärtet man sei. Man hat so viel Elend gesehen und ist hilflos dabei gestanden. Aber man kann sich einfach nicht gewöhnen. Es kommt dann plötzlich so ein armes Menschlein mit einer Seele, an der andere herumgepfuscht haben. Das ganze Werk ist in Unordnung geraten und nun soll man helfen. Da ist der kleine Mann, den diese Pochon gestern gebracht hat. Sieht rührend aus, obwohl er eine rote Nase hat und ich sonst Alkoholiker nicht sehr leiden kann. Aber dieser dauert mich. Seine Angst, seine Tränen. Heute Morgen habe ich ihn noch im Bad gesehen. Wir haben ihn ins Bad tun müssen. Da hat er meine Hand gepackt und sie nicht loslassen wollen. Ach, seufzte Madge, warum bin ich nicht Uhrmacher geworden? Da könnte ich das Werk auseinandernehmen, hier eine Schraube anziehen, dort eine Achse ölen und dann ginge die Uhr wieder. Aber bei einem Menschen Spritzen, Schlafmittel, Bad und Warten, Warten, bis der Mann sich entschließt, von selbst wieder gesund zu werden oder bis er es vorzieht, sich ganz in jenes Reich zurückzuziehen, auf dessen Schwelle er steht. Bei diesem Niedecker, habe ich dir gesagt, dass er Niedecker heißt, der kleine Mann mit dem Mausgesicht, hat man ganz den Eindruck, er sei verirrt. Irgendjemand hat seine Seele gepackt und hat sie dann ausgesetzt in einem Land, wo ihr alles fremd ist. Und da ist die Seele krank geworden, weil sie eine ganz einfache, bürgerliche Seele ist, eine sesshafte Seele. Sie hat diesen Klimawechsel nicht vertragen. Ich weiß, ich weiß, ich drücke mich ganz unwissenschaftlich aus. Alles, was ich sage, ist gerade das Gegenteil von dem, was in den großen Büchern steht. Aber der Mann leidet doch in dem Reichen, das er verdammt ist, und ich soll ihn nun in die Wirklichkeit zurückführen. Matt schlug die Augen auf, und erst da bemerkte sie, wie das auch Tevinos bedrückt aussah. Was ist los, Johnny? Hast du auch Sorgen? Tevinos fuhr sich mit der Hand über die Augen. Weißt du, sagte er, wenn dich der kleine Mann beschäftigt, so kann ich diesen Crawley nicht vergessen. Immer muss ich denken, ich habe etwas unterlassen. Ist es dir nicht aufgefallen? Ach nein, du kannst nichts gemerkt haben, du hast ihn ja nur knapp vor seinem Tode gesehen. Aber ich war fest überzeugt, ihn durchzubringen, und dann kam plötzlich diese Verschlechterung. Die ist mir ein wenig rätselhaft. Auch sein Tod, der passt gar nicht zu der Diagnose, die ich am Anfang mit Rosenstock gestellt habe. Nicht wahr? Wir haben Hioschiamin oder etwas Ähnliches vermutet. Aber ist es dir nicht aufgefallen, dass sein Tod eigentlich gar nicht zum Krankheitsbild passte? Ich weiß schon, wir haben wenig Erfahrung. Aber dieser gespannte Bogen des Körpers, die verkrampften Backenmuskeln, wie starre Krampf, findest du nicht? Man könnte fast glauben, es sei ihm im Spital noch ein anderes Gift beigebracht worden, in der Überzeugung, man werde nichts merken. Aber von wem? Da ist diese Frau, die wir gestern in der Lathenbar gesehen haben. Die war im Zimmer. Und ich erinnere mich, gleich nachdem sie fort war, hat man ihm wieder zu trinken gegeben, dem Crawley nämlich. Und ich erinnere mich genau, dass die Frau ihre Handtasche neben den Topf gelegt hat, in dem der Tee war. Ich bin dann fortgegangen und habe Crawley erst wieder gesehen, als wir zusammen mit dem indischen Diplomaten gekommen sind. Und da begann schon der Todeskampf. Ich wagte das nicht, der Polizei zu erzählen, denn schließlich habe ich nicht die Sektion gemacht, sondern der Gerichtsarzt. Und ich kenne den Herrn gar nicht, er hat es auch nicht für nötig befunden, mich zu befragen. Und aufdrängen will ich mich nicht. Und nun plagt es mich immer, dass ich etwas versäumt habe. Wir sind eben nicht an so komplizierte Geschichten gewöhnt. Meinst du, ich sollte der Polizei auch von diesem Niedecker erzählen? fragte Match. Die beiden sprachen aneinander vorbei, jeder beschäftigt mit dem, was ihn bedrückte. Niedecker? Tevinos musste sich besinnen. Ich glaube nicht. Die Geschichte ist ohnehin kompliziert genug. Und es genügt doch, dass der Mann bei euch ist, wo er gut aufgehoben ist. Und wem willst du? Da schrillte das Telefon. Ronny bellte verärgert, er war im Schlaf gestört worden. Matt schob den Hörer ab. Lemoyne? meldete sie sich. Dann? Ja, er ist hier. Übrigens, guten Tag, Rosenstock. Wie geht es Ihnen? Schlecht? Warum? Was ist los? Ja, ja, ich rufe Tevinos gleich. Einen Augenblick. Johnny Rosenstock will dich sprechen. Alarm in Zion. Und sie lachte. Tevinos meldete sich, schwieg dann. Man hörte ein fernes Krächzen. Die Stimme am anderen Ende des Drahtes überschlug sich. Ich komme, sagte Tevinos. Sein Gesicht war alt geworden. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ein heißer Wind drängte sich ins Zimmer. Draußen war es düster. Fall Nummer zwei, sagte Tevinos. Ein Apotheker. Gleiche Symptome wie Crawley. Was hat das nur zu bedeuten? Ende von Teil 5 Gelesen von Hokus Pokus Teil 6 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Kapitel 3 Abschnitt 1 Die Rue de Carrouche ist sehr lang und führt fast bis zur Peripherie der Stadt. Dort, wo die Häuser seltener werden, zweigt eine kleine Nebenstraße ab, die von hohen Mietskasernen eingesäumt wird. Im Parterre einer dieser Mietskasernen ist eine primitive Apotheke, die von Herrn Ältester geführt wird, einem alten, buckligen Männchen, das über glattem Mund und Kinn einen lang ausgezogenen grauen Schnurrbart trägt. Herr Ältester hat kluge, ein wenig verschlagene Augen. Er ist gutmütig und hilft gerne dort, wo das Gesetz eigentlich die Hilfe verbietet. In gewissen Kreisen ist er rühmlich bekannt, weil er verschwiegen ist. Seine Menschenkenntnis ist hervorragend. Er hilft nur Leuten, die er für verlässlich erkannt hat und die ihn nicht durch unbedachte Reden mit der Polizei in Konflikt bringen. Nie hat er einen Gehilfen einstellen wollen. Trotzdem es bekannt ist, dass er stets allein ist, auch die beiden Zimmer, die er hinter dem Laden bewohnt, bringt er selbst in Ordnung und dort empfängt er gewöhnlich seine obskuren Kunden. Trotz er mit düsteren Elementen zu tun hat, Rauschgiftlieferanten und Süchtigen, Kokotten und Hochstaplern, ist ihm nie etwas zugestoßen. Nie hat jemand versucht, bei ihm einzubrechen. Nur einmal ist ein Raubversuch gegen ihn unternommen worden, aber von diesem weiß die Polizei nichts. Nur die Eingeweihten haben davon erfahren. Das ging damals folgendermaßen zu. Herrn Ältesters Apotheke hatte Nachtdienst. Um elf Uhr schellte es. Ältester, klein, bucklig, unansehnlich, öffnete. Ein junges Bürschchen, etwas verlottert, steht vor der Tür, streckt Ältester ein Rezeptformular entgegen, drängt sich in den Laden, stößt die Türe wieder zu. Und während Ältester das Rezept liest und zugleich merkt, dass es gefälscht ist, zieht das Bürschchen einen Revolver aus der Tasche und hält ihn Herrn Ältester vor die Nase. Hände hoch, sagt es dazu. Herr Ältester setzt gemütlich einen Hornkneifer auf die Nase, schiebt die Unterlippe vor, dass sie an einen Eierlöffel erinnert, fixiert den jungen Mann und sagt trocken, kommst du gerade aus einem Kriminalfilm, ha? Mach nicht solche Sachen, du bringst dich ins Unglück. Wenn du etwas brauchst, so red, aber steck den Prügel ein, er könnte losgehen. Das Bürschchen will nicht Vernunft annehmen, es verlangt Geld, die ganze Ladenkasse. Das Menschenwille ist sein Himmelreich, sagt Ältester, und seine Rede klingt verärgert, denn er hätte lieber etwas Prägnanteres gesagt. Er geht zum Ladentisch, zieht eine Schublade auf, Herr Ältester liebt keine Registrierkassen. Bedienen Sie sich, sagt er, bleibt stehen und pfeift. Es ist ein Gassenhauer, und er pfeift ihn grundfalsch. Des jungen Mannes Augen schießen hin und her wie Quecksilberkugeln auf einem Stück Papier, aber seine Aufmerksamkeit nützt ihm nichts. Plötzlich stehen neben ihm zwei elegante Herren, nehmen ihn in die Mitte und fragen ganz sachlich in die Richtung, wo Herr Ältester steht, Prügel? Herr Ältester pfeift weiter, er muss genickt haben, denn der eine Herr sagt mit einer fremdländischen Aussprache, »Gib schon her den Pistol!« Der junge Mann gibt brav den Pistol, er ist bleich geworden. »Doch geladen«, stellt der kleinere der Herren fest. Dann wird der Junge aufgehoben, ein Sack stülpt sich über seinen Kopf, dann liegt er mit dem Oberkörper auf der Ladenbank und bekommt, »Oh, Schmach!« mit einem Teppichklopfer Prügel. »Keine bösartigen Prügel, sie tun nicht sehr weh. Es ist mehr eine beschämende Exekution. Hernach wird ihm der Sack abgenommen, da steht Herr Ältester neben ihm, steckt ihm eine Zwanzig-Franken-Note zu. »Wenn du wieder etwas brauchst, kannst du ja vorsprechen«, meint er und grinst unverschämt. Der Junge trollt sich. »Ich danke Ihnen, Herr Baranov«, sagt darauf Ältester zu dem Kleineren, »und dann gehen die drei wieder an ihre Geschäfte, die im Hinterzimmer verhandelt werden.« Übrigens wusste die Polizei ziemlich viel von Herrn Ältester, aber sie konnte nie einschreiten. Ein paar Mal hatten sie Haussuchungen veranstaltet, nichts gefunden. Herr Ältester grinste jedes Mal, er hatte gelbe Rostzähne, und durch diese wirkte sein Lächeln noch viel aufreizender. Die Polizei bewachte seine obskuren Kunden, auch das nützte nichts. Schließlich ließ sie Herrn Ältester in Ruhe, aber heute musste sie sich mit ihm beschäftigen. Es war halb elf Uhr morgens, Kommissar Pelloui war soeben von seinem zweiten Frühstück zurückgekommen. »Übrigens hat sich dieser verdammte englische Journalist bis jetzt noch nicht vorgestellt«, dachte Pelloui gerade. Da wurde ihm mitgeteilt, man habe vom Polizeiposten in der oberen Rue de Carouge schon zweimal angerufen, vor fünf Minuten und soeben. Pelloui verlangt die Nummer, nennt Träge seinen Namen. »Einen Augenblick«, tönte es zurück. »Malan hat sich ablösen lassen, er stand an der Kreuzung, er will sie persönlich sprechen.« »Der gute Malan«, brummte Pelloui. »Wir erinnern uns noch an Malan, jenen robusten Wartländer mit dem kupfernen Schnurrbart, der den Sekretär Crawley an der Place du Moulin gefunden hat. Malan meldet sich, mit einer Stimme, der man es anmerkt, dass ihr Besitzer aufgeregt war. »Das gleiche, Kommissar, das gleiche wie damals«, stotterte er. »Malan«, sagte Pelloui, und seine Stimme war väterlich. »Ich kann Ihnen durch den Draht keinen Kirsch einschenken, zur Beruhigung, aber sagen Sie dem Postenchef, er soll Ihnen auf meine Rechnung einen Kognak geben, vielleicht wird es Ihnen dann besser.« »Schon gehabt, Kommissar, schon zwei«, tönte es zurück. Pelloui lachte noch, doch da blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Malan hatte scheinbar Luft bekommen, seine Mitteilung musste zusammenhängend sein, denn der Kommissar kam aus seiner Ruhe. Er warf seinen Fahnenbart über die Schulter, dass er im Rücken hing wie das Ende eines geschmacklosen Wollschals. Seine Finger suchten nach einem Druckknopf, Alarm. Zwei Männer sprengten fast die Tür, als sie eintraten. Pelloui lauschte noch immer, er legte eine Hand aufs Sprachrohr und kommandierte, »Zwei Autos, vier Mann, Fotograf, Experte für Fingerabdrücke, das Paket benachrichtige ich selber.« Malan musste fertig geworden sein. Pelloui drückte auf die Gabel, stellte eine neue Nummer ein, verhandelte kurz, neue Nummer, neue Verhandlung. Nach zwei Minuten fuhren die bestellten Autos davon. Der bleiche Staatsanwalt Philippe de Maussier, der feinsinnige Sonettendichter, hatte rote Tupfen auf den Wangen und einige Schweißtropfen zwischen den Augenbrauen, so sehr hatte er sich beeilt. Dann standen sie in der kleinen Apotheke. Die Rollläden vor den Auslagen waren herabgelassen. Dämmerig war der Raum, es roch streng nach Chemikalien. Ein einsamer Sonnenbalken drang durch ein Loch im Wellblech und fiel gerade auf die Stirn des Herrn Ältester, die grau war. Herr Ältester lebte noch. Der Gerichtsarzt war mit ihm beschäftigt. »Vergiftung«, sagte er, »muss ins Spital.« Herrn Ältesters rechter Ärmel war zurückgestreift. In der Ellbogenbeuge war ein roter Flecken. Im Laden herrschte ein wüstes Durcheinander. Zerbrochene Flaschen lagen auf dem Boden. Weißes Pulver vermischte sich mit Braunem. Der Schrank, in dem die Gifte aufbewahrt wurden, war aufgebrochen. Der Körper des Apothekers lag vor dem Ladentisch. Pilui beugte sich nieder, nachdem der Doktor zurückgetreten war, denn im dämmerigen Licht hatte er etwas glitzern sehen. Dieses glitzernde Objekt hob er mit zwei Fingern vor seine Nase. Es war ein Bündel kurzer Drähte. »Wie sieht denn Karte Nummer zwei?«, sagte Pilui. »Bei Crawley ist doch Ähnliches gefunden worden, nicht wahr?« Dann schnüffelte Pilui im Laden herum, deutete hier auf eine Tür, dort auf eine Flasche. »Aufnahme«, sagte er kurz. Der Fotograf und der Fingerabdruckexperte folgten ihm wie ein Koppel Jagdhunde. In einer Ecke hatte sich Herr Staatsanwalt Philippe de Morsier aufgepflanzt. Er betrachtete den Tatort wie von einem Feldherrnhügel und krakelte Zeichen in ein ledergebundenes Notizbüchlein, ließ seine Blicke bisweilen zur Decke schweifen, so als könnten sie dort Inspirationen einfangen. Das Krankenauto fuhr vor, das den schwerkeuchenden Herrn Ältester entführte. Und kaum war das Hummelgesurr des sich entfernenden Gefährts verstummt, da betrat ein jüngerer Herr den Laden, dessen Erscheinen bei den Anwesenden verschiedene Reaktionen auslöste. Staatsanwalt de Morsier entstieg seiner Versunkenheit, ein herzliches Lächeln zitterte durch den weißen Schnurrbart, und er sagte, »Mein lieber Oki, Sie kommen wie gerufen, wir wissen nicht weiter, und unser Kommissar Pellouis wird erfreut sein, einen so hervorragenden Mitarbeiter begrüßen zu dürfen.« Diese formvollendete Art der Vorstellung nötigte Kommissar Pellouis, ein höfliches Lächeln aufzulegen, obwohl es ihm gar unerfreulich zumute war. Abschnitt 2 Oki hatte Fingerspitzengefühl. Er merkte deutlich, dass er dem Kommissar unerwünscht kam. Aber es wurde ihm nicht allzu schwer, den verärgerten Gnomen umzustimmen. Cyril Simpson Oki, Spezialreporter am Londoner Globe, Mitarbeiter des Intelligence Service, dies wussten nur wenige, verstand es, Sympathien zu kapern, so wie ein alter Seeräuber das Entern von Schiffen. Seine Art, sich beliebt zu machen, hatte viel Ähnlichkeit mit dieser altertümlichen Beschäftigung. Bildhaft gesprochen, er warf einen Enterhaken nach dem anderen aus, und so solide waren diese Haken, dass der Angegriffene sich nicht zu befreien vermochte. Oki also, wir haben ihn schon einmal kurz beschrieben, rote, drahtige Haare über einem mit Sommersprossen übersäten Gesicht, langer, sehr langer, hagerer Körper, merkwürdig schmale Gelenke, eine spitze Nase, die beweglich war wie bei einem Kaninchen, Mund und Kinn wirkten schön. Oki also trat zu dem Kommissar, legte seinen langen Arm um die gepolsterten Schultern des Mannes und zog ihn in eine Ecke. Dort flüsterte er eindringlich. Hören Sie, mein lieber Kommissar, ich weiß, Sie sind nicht entzückt von meiner Anwesenheit. Wahrscheinlich meinen Sie, ich sei einer dieser langweiligen Engländer, die immer etwas zu reklamieren haben. Sie täuschen sich. Erstens bin ich Ihre, zweitens trinke ich nicht nur Tee, sondern auch stärkere und erfreulichere Getränke, und drittens, ein Blick auf den Ringfinger des Kommissars, sehe ich, dass auch Sie Junggeselle sind. Wir wollen die Sache nun so deichseln. Wir schauen uns hier zusammen ein wenig um, auf die Enquete in der Nachbarschaft können Sie verzichten, die habe ich schon erledigt. Dann gehen wir zusammen essen und besprechen die Sache in Ruhe und Frieden. Die Wahl des Restaurants überlasse ich Ihnen, Schweizer Weine kenne ich noch nicht, da müssen Sie mich einweihen. Ich werde mich jetzt ganz schweigsam verhalten, bis der Oberbonzer abgeschoben ist. Der versteht ja sowieso nichts von der Sache, wie alle Bonzen. Habe ich nicht recht? Kommissar Pellouis war überwältigt, so überwältigt, dass er seinen Mund offen stehen ließ, was in dem blonden Vorhang seines Bartes nicht gerade sehr ästhetisch wirkte. Dann aber klatschte er seine neuen Bekanntschaft auf die Achsel, zu diesem Behufe musste er sich auf die Fußspitzen stellen. Abgemacht, krähte er, Sie gefallen mir. Und einträchtig begannen die beiden den Rundgang durch die Räume hinter dem Laden, die bis jetzt von einer eingehenden Durchsuchung verschont geblieben waren. Aber sie fanden sozusagen nichts. Das kahle Wohnzimmer, zwei alte Bauernlehnenstühle, ein globiger Tisch, ein niederer Diwan, in einer Ecke ein zarter Schreibtisch, der gar nicht in die Umgebung passte, wirkte kalt, weil auf dem roten Fliesenboden kein Teppich lag. Sonst war das Zimmer hervorragend in Ordnung, für einen Junggesellen ohne Haushälterin. Im schwarzen Eisenofen war Papier verbrannt worden. Pelloui, stöhnend über seine verschiedenen Fettwülste, die ihm beim Knien überall im Weg waren, räumte sorgfältig aus. Umsonst. Das verkohlte Papier war von kundiger Hand zu Pulver zerschlagen worden. Der Schreibtisch enthielt alte Rechnungen. Die mittlere Schublade ließ sich nur schwer öffnen, es machte den Eindruck, als habe sich ein Gegenstand irgendwo eingeklemmt. Mit vielem Pusten gelang es dem Kommissar schließlich, die Schublade herauszuziehen. Da fiel etwas mit gedämpftem Klange zu Boden. Aukie bückte sich und legte das Ding auf den Tisch. Es war ein Seidenband, vier Finger breit etwa, von grellgelber Farbe und sorgsam zusammengelegt. Beim Aufrollen fiel eine Münze auf den Tisch. Sie musste uralt sein, diese Münze, schwärzlich angehaucht, Silber. Die beiden beugten sich tiefer. Da war ein Mann zu sehen, ein nackter Mann, dem Fliegenflügel aus den Schultern wuchsen, und sein Antlitz war bedeckt mit einer Maske. Winzige Buchstaben liefen am Rande entlang, und sie wirkten wie Ungeziefer. »Das ist Griechisch«, sagte Pelloui. »Können Sie Griechisch, Herr Erokese?« Aukie nickte. »Kaula, kao, saula, sao«, entzifferte er mühsam, blickte auf und fuhr fort. »Basilidianische Knossis, zweites bis drittes Jahrhundert, Alexandrien.« »Hä?«, machte Pelloui und rollte Glotzaugen. »Ein Amulett«, erklärte Aukie geduldig. »Die Knossis des Palisides gehört zu den Degenerationserscheinungen dieser religiösen Erkenntnis, beschäftigt sich nur noch mit Magie, schwarzer oder weißer, ganz nach Wunsch. Der Mann da mit den Fliegenflügeln wird wohl Abraxas sein, der Feind des Weltenschöpfers, der Ahne unseres Luzifers. Drehen Sie die Münze um. Sehen Sie? Das Pentagramm mit der Spitze nach unten, also schwarze Magie. Und das Band? Aukie nahm es auf. Es war auf drei Seiten gesäumt, außerdem waren an den beiden Schmalseiten drei Druckknöpfe angebracht. Die ungesäumte Längsseite trug etwa zwölf kleine Schlitze, die wie winzige Knopflöcher wirkten. Aukie legte sich das Band über die Stirn, ließ die Druckknöpfe am Hinterkopf einschlagen. Nun sah es aus, als trage er ein breites, goldenes Stirnband. Verstehen Sie? sagte Aukie. Piloui schüttelte den Kopf. Bestandteil eines Ornates wahrscheinlich. Die Knopflöcher hier dienen wohl zum Anbringen eines Tuches, einer Maske, die das Gesicht verhüllt. Vielleicht ist es auch ein leichtes Gewebe, das über den ganzen Körper fiel. Und, sehen Sie, er zog das Band wieder ab, auch an der anderen Breitseite finden Sie Löcher, weniger als unten, aber genug, um ein Netz anzubringen, das die ganze Verkleidung hält. Noch etwas, lassen Sie das Licht schräg auf das Gewebe fallen. Sehen Sie, so. Nun? Mattschimmernd zeigte sich das Pentagramm, der Trudenfuß der Münze, mit seinem Liniengewirr umgab er einen schattenhaft wirkenden Körper. Links und rechts von dem Fünffspitzenstern waren auf die gleiche, matschimmernder Art Abbilder von Insekten eingewoben, Bienen und Hummeln, Wespen und Mücken, angedeutet zwar nur, in Umrissen, aber deutlich erkennbar. Piloui lachte laut und fett. Entschuldigen Sie, sagte er, als er wieder zu Atem gekommen war, aber ich kann nicht anders. Wenn ich mir diesen alten Lumpen Ältester, Gott sei seiner Seele gnädig, denn er hat viele Leute ruiniert, wenn ich mir diesen alten Lumpen als hohen Priester vorstelle, so lächelt es mich gewaltig. Ocky schwieg und schweigend machten sich die beiden an die Durchsuchung der Küche. Aber in der Küche saß Herr Staatsanwalt de Morsier auf einem Schemel und dichtete. Er hatte einen Bleistift zwischen die Zähne geklemmt und starrte mit abwesenden Blicken auf den obersten Teil des Küchenschranks. Ganz unwillkürlich folgte Pellui der Richtung des Blickes. Eine ungewöhnliche Geschäftigkeit nahm von ihm Besitz. Er packte einen Schemel, schleppte ihn zum Schrank, erwischte etwas Schwarzes, das nur mit einem Zipfel über die Kante ragte und schwenkte es triumphierend in der Hand. Ein Wollschal, trompetete er, ein schwarzer Wollschal. Er roch daran, nieste, schüttelte sich. Riecht nach alter Frau, Kampferspiritus, da! Auch Oki musste riechen und bestätigte die Meinung des Kommissars. Sehr interessant, sagte eine Stimme hinter ihnen. Der Staatsanwalt hatte die Gefilde der Inspiration verlassen. Im Laden puffte es, ein heller Schein blendete in die dämmerige Lücke. Wenn ihr fertig seid, kommt dann hier herein, rief Pellui. Fotograf und Experte erschienen an der Tür. Wir haben nicht viel gefunden, klagte der Fotograf. Die Abdrücke sind alle verwischt. Nur hier erhob eine weithalsige Flasche hoch mit eingeschliffenem Glasstöpsel. Vollah, hios kiamini stand darauf. Ist ein deutlicher Abdruck zu sehen, ein Daumen. Wir müssen dann ins Spital und den Abdruck vom Apotheker haben. Vielleicht handelt es sich um den Seinen, obwohl er einem kleinen Daumen gehört, einem Frauendaumen, möchte ich fast sagen. Nun, Ältester war ja auch von kleiner Statur. Der Experte nickte. Er war mehr schweigsamer Natur und zündete umständlich einen Stumpen an. Er zog ein Blatt aus der Tasche und reichte es Pellui. Oki nahm es ihm sanft aus den Händen. Es schien Pergament zu sein, sehr alt, mit vielen schwarzen Runzeln bedeckt und einer verwischten Schrift. Es sah aus, als sei das Papier mit großer Gewalt zerrissen worden. Die Buchstaben, die noch erkennbar waren, gehörten zu Worten und Oki entzifferte Nomi, Rezip, Datu, Atropa Bell, Mandrak, Asafö, Miske Subsigen, Cum Olio Amigda. Ich verstehe einiges. Offenbar handelt es sich um ein Rezept aus irgendeinem alten Zauberbuch, aber der Mann, der es geschrieben hat, muss Apotheker gewesen sein. Sie haben übrigens Glück, dass ich mich einmal mit Chemie beschäftigt habe, bevor ich den einträglicheren Beruf eines Reporters ergriffen habe. Das erste Wort ist ja leicht verständlich, die Anrufung irgendeiner Gottheit, im Namen, wohl im Namen unseres Freundes mit den Fliegenflügeln, dessen Bekanntschaft wir auf der Münze gemacht haben. Wird Behemoth oder Abraxas oder sonst wie heißen. Dann kommt Recipe, der Beginn eines Rezepts. Datu ist auf Datura zu ergänzen, das nächste ist Atropa Belladonna, Tollkirsche, aber der alte Herr gibt nicht an, ob es sich um Blätter oder Wurzeln handelt, ist ja gleich. Mandragora kennen Sie sicher, die Alraunwurzel, die unter den Galgen wächst und menschliche Gestalt hat. Aber sie enthält ein Tropäin, genau wie die beiden vorhergegangenen Pflanzen. Dann das Feinste vom Ganzen, Asaphetida, faules Fleisch. Und all diese Ingredienzien sind zu mischen mit Bittermandelöl und zu mischen sind sie unter irgendeinem astrologischen Zeichen, wahrscheinlich wenn der alte Jupiter in einem besonders wirksamen Hause steht. Übrigens hat der große Arzt Paracelsus, von dem haben Sie doch gehört, Kommissar, ebenfalls ein derartiges Rezept gegeben. Es ist Hexensalbe, Kommissar, und dass das Rezept dieser Hexensalbe gerade in der puritanischen Stadt Genf sich erhalten hat, ist eine zarte Ironie des Schicksals. Denn ich sage Ihnen vielleicht nichts Neues, wenn ich Sie daran erinnere, dass eine Hexensalbe zugleich ein sehr wirksames Aphrodisiakum war, eine Salbe, welche die Liebe weckt, und wenn ich Liebe sage, so meine ich deren fleischlichste Form. Hören Sie auf, Ockie, haben Sie Mitleid mit mir. Dem Kommissar standen große Schweißtropfen auf der Stirn, aber der Staatsanwalt war aufgestanden. Die Rollen schienen vertauscht zu sein, denn nun war es Herr de Morsier, der, einem Reporter gleich, mit gezücktem Bleistift und hungrigem Notizbuch, vor Ockie stand und sagte, Mein Herr, Ihre Ausführungen sind interessant, besonders die Namen, die sie nannten, die Namen der Arzneimittel, haben einen wohlklingenden Laut. Darf ich um deren genaue Angabe bitten, ich gedenke, sie in einem Sonett zu verwenden, das ich Ihnen widmen werde. Ockie verbeugte sich geschmeichelt. Ende von Teil 6 Gelesen von Hokus Pokus Teil 7 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Klauser Abschnitt 3 Es war schon halb drei Uhr, 14.30 Uhr für Liebhaber moderner Zeitrechnung, als der Kommissar und der Reporter endlich zum Essen kamen. Sie hatten einen Umweg über das Spital gemacht. Dr. Tevenos war nicht zu sprechen, aber Wladimir Rosenstock, war entzückt, sein medizinisches Licht leuchten lassen zu dürfen. Die gleichen Erscheinungen ließ er sich vernehmen, die man auch bei dem verstorbenen Crawley habe feststellen können. Hemmung aller Sekretion, Schweiß- und Speichelabsonderungen versiegt, Trockenheit im Munde, im Schlunde und in der Nase, Behinderung des Schling- und Sprechvermögens, Lähmung des auerbachschen Plexus, Scharlachgerötete, heiße, trockene Haut, zeitweilige Erregungszustände. Man habe alles versucht, Magenspülung, kombinierte Kampfer- und Morphininjektionen. Aber der Mann sei alt, es bestehe wenig Hoffnung, ihn über den Berg zu bringen. Und wann etwa der Mordversuch anzusetzen sei, wollten die beiden Herren wissen. Rosenstock machte einige Schlittschuhläufer- Schritte durchs Zimmer. Das sei schwer zu sagen, meinte er. Der Apotheker sei gefunden worden, wann, um halb elf Uhr etwa, und gegen zwölf Uhr sei er eingeliefert worden. Die akuten Symptome seien da schon ziemlich zurückgegangen, ob die Herren keinen Anhaltspunkt hätten. Da meldete sich Oki und teilte mit, dass ein Zeuge gegen sechs Uhr morgens aus dem Laden Schreie und Poltern gehört habe. Das könnte stimmen, meinte Rosenstock. Fünf bis sechs Stunden wird die Vergiftung alt sein, aber es ist weiter nichts als eine Vermutung. Dann wollte Pilui noch wissen, wo sein Bekannter Dr. Tevenos sei. Aber da hüllte sich Rosenstock in Schweigen. Er musste einen Besuch machen, einen eiligen Besuch. Einen Krankenbesuch, wollte der neugierige Oki wissen. Man kann es auch einen Krankenbesuch nennen, meinte Rosenstock reserviert. Übrigens habe ich zu tun und Sie müssen mich entschuldigen. Er schien eines jener Kinderspielzeuge, Trottinette nennt man sie, zu besteigen und verschwand auf diesem unsichtbaren Vehikel aus dem Zimmer. Nun saßen also die beiden in einer Pinte. Sie lag in einem jener kleinen Gässchen, die in der Umgebung des Justizpalastes ein von jeder Modernität verschontes, stillbeschauliches Leben führen. Der Wirt war ein Franzose, ehemaliger Chef de Cuisine, kochte ausgezeichnet, kaufte seinen Wein selbst. Die Beize war ziemlich unbekannt. Prost, sagte Kommissar Piloui und stieß mit seinem neuen Freund an. Oki nickte, der Wein war gut. Dann aßen die beiden schweigend und ich muss es mir leider versagen, das Menü wieder zu geben, denn es waren Speisen, die nur Gastronomen bekannt sind und da diese Rasse im Aussterben ist, hat es keinen Sinn, auf sie Rücksicht zu nehmen. Gegen die niederen Fensterscheiben prasselte der Regen, ein Gewitter ging nieder, es war dunkel im kleinen Raum, der Wirt schaltete das Licht ein, brachte dann dicken türkischen Kaffee im Kupferpfändchen. Dann war es sehr still im Raum, bis Piloui schließlich sagte, nun? Zeugenaussagen, meinte Okie, die Gemüsehändlerin mal wieder Torettini, Witwe, kinderlos, hat ihren Laden am Morgen um fünf Uhr geöffnet. Da sie schräg gegenüber der Apotheke wohnt und Ältester sie von jeher interessiert hat, weil er merkwürdige Besuche erhielt, wirft sie jeden Morgen beim Öffnen ihres Ladens einen Blick auf die Apotheke. Die Rollläden waren heruntergelassen, doch meinte sie zwischen den Dritzen Lichtschimmern zu sehen, was sie erstaunte, da es bekanntlich jetzt im Sommer schon um vier Uhr morgens hell ist. Um halb sechs tritt sie zufällig vor ihre Türe, um ihre Gemüseauslagen in Ordnung zu bringen, und hört aus der Apotheke Lärm. Die Gasse war zu dieser Zeit fast menschenleer, nur in der Rue de Carouge war ein Trupp Arbeiter zu sehen. Frau Torettini kann sonst nichts angeben. Ihr Fanfaitas, Mechaniker in einer Autofabrik, hat am Abend vorher, als er gegen zehn Uhr aus der Kneipe kam, hinter den schon herabgelassenen Läden der Apotheke Singen gehört. Er bezeichnete das Geräusch als Singen und als ich ihn fragte, was er denn unter Singen verstünde, Volkslieder oder Grammophonmusik, schüttelte er den Kopf. Wie wenn man an katholischen Kirchen vorbeigeht, so hat's geklungen, behauptete er. Der Zeitungsverkäufer André Gatineau muss schon Halt, rief Piloui, ich habe eine Frage. Wie kam es, dass Sie Erskung des kranken Ältester machten? O'Kee spielte mit einem silbernen Kettchen, das um sein Handgelenk lag. Ich bin eben früh aufgestanden, sagte er lächelnd, und ich kann Ihnen da nichts weiter erzählen, weil Sie sonst auf falsche Gedanken kämen. Lassen Sie mich lieber fortfahren. Der Zeitungsverkäufer Gatineau, der schon um fünf Uhr bei der Tribünen sein muss, um die Morgenblätter zu erwischen, Dörfern verkauft, hat um halb fünf Uhr einen älteren Herrn gesehen, mit weißem gelocktem Bart, der mit einer sehr dicken Frauens Person die Straße hinunter ging. An der Rue de Carrouche waren beide verschwunden. Gatineau glaubt, die beiden hätten ein Taxi genommen. Passt diese Beschreibung auf irgendjemanden, den Sie kennen, Kommissar? O'Kee, hervorragend! Der Kommissar hüpfte wie ein Rugby-Ball bei einem Match. Der Professor. Ich habe immer gewusst, der Professor ist in die Sache verwickelt. Wer hat Crawley ins Spital geschickt? Ich frage Sie, wer hat Crawley? Sie lieben rhetorische Fragen, Kommissar, stellte O'Kee mit strenger Stimme fest. Wir wissen, dass der Professor in der Sache, die uns beschäftigt, eine Rolle spielt. Aber welche Rolle? Wer war Sie sollten es aber wissen. Wozu haben Sie sonst einen Ihrer Leute vor dem Haus des Professors postiert? Hä? Und einen untauglichen noch dazu? Sie haben mich gefragt, wieso ich von dem Mordversuch hier Kenntnis erhalten hätte. Weil ich dem Professor gestern Abend gefolgt bin. Ein Auto hat ihn um neun Uhr abgeholt. Es ist bei seinem Hause vorgefahren, hat kaum zehn Sekunden gehalten, gehornt. Der Professor ist aus der Haustür und mit einem Satz in den Wagen gesprungen. Fort war er. Ihr Polizist hatte gerade ein wichtiges Gespräch mit der Kellnerin in der Kneipe, die dem Hause des Professors gegenüber liegt. Ich bin ihm nachgefahren, dem guten Professor. Er hat sehr geheimnisvoll getan, als er in der Apotheke verschwand. Ich habe gewartet bis Mitternacht. Um angekommen, hat geklopft, ist eingelassen worden. Ich bin dann schlafen gegangen. Aber heute Morgen war ich schon zeitig wieder da. Hat übrigens der Polizist Malan von mir gesprochen? Malan gesprochen? Von Ihnen? Piloui schüttelt ratlos den Kopf. Nein, er hat gesagt, ein kleiner Junge habe ihm aufgeregt mitgeteilt, die Apotheke sei noch immer geschlossen und man höre Stöhnen durch die Türe und da sei er eben hineingegangen. Die Türen seien offen gewesen, das heißt die Tür, die vom Hausgang in die Wohnung führt und die Tür von der Wohnung in den Laden und dann hat er mich gleich angerufen, als er den Körper gesehen hat. Sie sehen, Kommissar, Sie müssen nicht böse werden, aber Ihre Leute arbeiten unexakt. Malan ist fortgelaufen und Sie können sich vorstellen, Polizist aus einem Hausgang herausstürzt. Die Gemüsefrau wollte gleich schauen gehen, was los war. Sie rief ihre Nachbarinnen herbei, es waren spielende Kinder auf der Straße. Diese ganze Meute wollte den Laden stürmen und da habe ich mich vor den Eingang gestellt und habe nur Polizei gesagt und das Abzeichen meines Tennisclubs gezeigt, das ich hier unter dem Rockaufschlag trage. So habe ich Ihnen doch die Jungfernschaft dieses Falles gerettet und dafür müssen Sie mir dankbar sein. Okay, Piluys Augen glänzten feucht, war es die Rührung, war es der Alkohol oder vielleicht beides? Okay, Sie sind ein Freund, was soll ich nun tun? Der Reporter stellte freudig fest, dass die ausgeworfenen Enterhaken nicht mehr zu entfernen waren, doch als er antworten wollte, unterbrach Sie sollen mich nicht für ganz borniert halten. Ich will versuchen zusammenzufassen. Wir haben also zwei mysteriöse Vergiftungsfälle, einen fremden Sekretär und einen Genfer Apotheker. Beide werden, so scheint es, durch das gleiche Gift zu ermorden versucht. Es muss also ein Bindeglied zwischen den beiden zu finden sein. Da haben wir Professor Dominicé. Er kennt Crawley, er kennt, wie Sie behaupten, auch Nähe, als das Verbrechen begangen wurde. Wir finden beide Male ein Bündel Drähte, wie sie zu jeder Pravats Spritze geliefert werden. Wir stellen ferner fest, dass der junge Sekretär am Abend seines Unfalls eine Einladung des Professors erhalten hatte. Wir finden ferner bei dem Apotheker Dinge, die auf das Hineinspielen einer okkulten Sekte deuten. Wir wissen ferner, dass Aushälterin früher Medium war. Donnerwetter, unterbrach sich Pilloui, die dicke Frau, die mit dem Professor aus dem Hause des Apothekers gekommen ist, ist das, natürlich ist sie das, nur weiter, Kommissar. Ja, jetzt weiß ich nicht weiter. Denn einerseits behauptet die indische Exzellenz, ihr seien wertvolle Dokumente entwendet worden, und diese Dokumente habe Crawley gehabt. Also ein Mord mit einem klaren politischen Hintergrund. Aber beim Apotheker scheint etwas anderes mitzuspielen, eben dieses Hexenrezept und die Münze und die gelbe Stirnbinde. Sagen sie okk, was ist eigentlich mit diesen Hexensalben. Die Hexensalben, ein Rauschmittel, mein Lieber. Die armen Frauen hatten Visionen, sie meinten zu fliegen. Sie rieben sich mit der Salbe ein, gewöhnlich die Körperstellen, wo die Haut dünn war, Achselhöhlen und so weiter. Dann klemmten sie sich einen Besenstiel zwischen die Beine, legten sich aufs Bett und sagten oben aus und nirgend an, und dann flogen sie zum Kamin hinaus, auf den Boxberg oder sonst wohin, nach Thessalien, was weiß ich, und trieben dort Unzucht mit dem Teufel, dem Abraxas, dem Behemoth, dem Herrn der Fliegen und anderem Gewürms. Ja, so ging die Sache vor sich und dafür wurden sie verbrannt, wenn man nämlich ein Teufelszeichen an ihrem Körper entdeckte und ich habe mir sagen lassen, der Apotheker sowohl als auch der junge Mann hätten in der Ellenbogenbeuge einen Einstich gehabt, mit einem roten Hof darum und das sah aus wie eine ungeschickt gemachte intravenöse Injektion, vielleicht war es auch etwas anderes. Sie haben Heu gesehen, das Pech gehabt hat. Es war nur halb trocken, dann regnete es drauf, dann trocknete es wieder, dann wurde es wieder nass und dann wurde es eingeführt, noch halb feucht. Genau wie dieses Heu sah Pilwys Bart aus. Er war matt und unansehnlich, gar nicht mehr stolz wogend wie eine blonde Fahne. Abschnitt 4 Matt Lemoyne hatte die Abendvisite in aller Eile erledigt. Sie wollte in die Stadt, sie war unruhig. Wem sollte sie von ihrem merkwürdigen Patienten erzählen? Sie beschloss, Professor Dominicet aufzusuchen und mit ihm über Jean Pochant zu sprechen. Als sie mit ihrem Zweisitzer gegen 5 Uhr vor dem Hause des Professors hielt, sprang Ronny als sehr lang trug rote drahtiger Haare über einem mit Sommersprossen besäten Gesicht, schnalzte auf sonderbare Art mit der Zunge, stieß lauter aus, die wie ein zerquetschtes Gebell klangen, worauf Ronny einen kurvenreichen Freudentanz aufführte und den Mann stürmisch begrüßte. Auf die Rufe seiner Herrin hörte er nicht. Match musste näher kommen und den Hund am Halsband packen. Auch das nützte wenig. Ronny erstickte fast an seiner Freude. Der Fremde verbeugte sich vor Match. Den Hut konnte er nicht ziehen, denn er war Barhaupt. Entschuldigen Sie, sagte er, Cyril Simpson okay. Oh, Sie sind Engländer, fragte Match und wurde rot. Das ärgerte sie, denn schließlich war sie eine berufstätige Frau und kein Backfisch, der errötet, wenn er von einem Herrn angesprochen wird. Das weitere Gespräch wurde auf Englisch geführt. Ich bin Ihre, sagte Okie todernst und tätschelte Ronny, der vor Begeisterung über die neue Bekanntschaft fast in hysterische Krämpfe verfiel. Kennen Sie denn Ronny? fragte Match. Nein, Okie wackelte ein wenig mit der Nase, was Match zum Lachen brachte. Ich kenne nur die Airdaler Sprache und weiß, wie man einem Hund ein Ronny bellte hinter einem Radfahrer her, der einen großen Korb auf dem Rücken trug. Ronny's Antipathie gegen die moderne Technik erstreckte sich auch auf Fahrräder. Ja, ich muss weiter, seufzte Match und sie empfand ihr Seufzen selber als unmotiviert. Einen Besuch machen. Oh, sagte Okie, Sie wollen in dieses Haus zu dem Professor? Nehmen Sie sich in Acht, Miss Lemoyne, Von wem denn? Erstens von mir, denn auch ich muss ihn sprechen und weiß nicht recht, wie ich es anstellen soll. Ihn einfach besuchen geht nicht, ihn auf der Straße abfangen gefällt mir nicht. Ich weiß nicht recht, was ich tun soll. Wissen Sie mir keinen Rat? Ja, aber warum wollen Sie ihn denn sprechen? Wer sind Sie eigentlich? Wollte Match wissen. Das sei immerhin schwer zu definieren, erwiderte Okie, und ganz verschwommen kam es ihm zum Bewusstsein, dass es ihm Schwierigkeiten machte, die Frau neben ihm anzulügen. Sie gingen auf und ab, und Ronny versuchte während dieser Zeit, die psychologischen Reaktionen eines Köters zu prüfen, der traurig in einer Ecke saß, indem er diesen Hund sachlich in den Schwanz kniff. Ronny war nicht umsonst der Hund einer Seelenärztin. Ja, wiederholte Okie, er sei also eigentlich Reporter und von seiner Zeitung ausgesandt, um über eine dunkle Angelegenheit zu berichten. Es sei da ein junger Engländer, ein Diplomat, auf ziemlich mysteriöse Art in die Gefilde der Seligen hinüber gewechselt. Matt schaute bei dieser Ausdrucksweise kurz auf, schwieg aber, und das Londoner Publikum fühle sich von geheimnisvollen Begebenheiten nur allzu sehr angezogen. Als ob der Tod eines chinesischen Kulis nicht ebenso geheimnisvoll sei. Aber Kulis gebe es eben Millionen und diplomatische Sekretäre nur eine kleine Menge und das erkläre vielleicht zum Teil das Interesse eines hungrigen Publikums. Nun ja, kurz und gut der Professor Dominicé schien da etwas zu wissen über den Tod dieses Sekretärs Crawley und da sei noch die Geschichte mit dem Apotheker die sei auch düster und auch da habe der Werte Gelehrte seine Hand im Spiel. Es empfehle sich daher ein Interview zu riskieren, nicht wahr? Lachen sie, befahl Oki plötzlich streng, dann stieß er und warum? es mit einem Verrückten zu tun, aber der vielleicht Verrückte ließ ihr keine Zeit, auch nur den Versuch einer Diagnose zu stellen, er hatte ihren Arm gepackt. Lachen sie, befahl er wieder, es muss aussehen, als ob wir alte Bekannte wären, und sie müssen denken, ich hätte ihnen soeben einen fabelhaften Witz erzählt, ha 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 ha, und Match lachte ängstlich mit, noch einmal, und noch einmal lachte Match. Ich will ihnen erklären, warum, dort drüben an der Ecke steht ein reichlich unsympathischer Zweibeiner mit eingefettetem Schnurrbart, einer fettigen Krawatte und seine Hose hat Wülste über den Knien. Das ist der Herr de Rias, dem soeben telefonisch ein Rüffel überwiesen worden ist, und zwar von meinem Freunde, dem Kommissar Piloui, weil nämlich besagter Geheimpolizist Deryas gestern Abend nicht aufgepasst hat. Und nun geht es den Herren gar nichts an, wer sie sind und in welchen Beziehungen sie zu dem Professor stehen. Wir werden also zusammen den Professor besuchen, und Herr Deryas wird dann seiner Behörde mitteilen können, dass ein Herr und eine Dame nun ja, das wird er schon gut machen. Ende von Teil Sieben Gelesen von Hokus Pokus Teil Acht von der Tee der Drei Alten Damen von Friedrich Glauser Kapitel Vier Abschnitt Eins Professor Dominicé führte ein unregelmäßiges Leben, aber dies störte niemand, da er keine Familie und keine besorgte Gattin hatte. Wohl wurde er von seiner Haushälterin, eben jener Jeanne Pochon, deren Anblick auf die Seelenärztin Metschle Moin so niederdrückend wirkte, ausgiebig tyrannisiert, aber der Professor war über diese Tyrannei hoch erhaben, erfüllte sie kaum. Er führte ein unregelmäßiges Leben, sagten wir. Das heißt, er machte die Nacht zum Tag, stand spät auf, er das Elend eines neubeginnenden Tages überwunden hatte, darum hatte er auch seine Vorlesungsstunden auf den Nachmittag gelegt. Er las an der Universität zwischen fünf und sechs Uhr und dies nur dreimal in der Woche. Es war mehr ein Ehrenamt als ein Beruf, obwohl zu sagen ist, dass Professor Dominici in diesen drei wöchentlichen Stunden wahrscheinlich Wichtigeres zu sagen hatte, als gewisse seiner Kollegen in Heute war Professor Dominici erst um zwei Uhr aufgestanden. Als er um sechs Uhr morgens heimgekommen war, hatte er gar nicht sein Schlafzimmer aufgesucht, sondern sich angekleidet auf das Sofa gelegt, das in seinem Arbeitszimmer stand. Nur den grauen Gehrock hatte er sorgfältig über einen Stuhl gehängt, den steifen Kragen darauf gelegt und die breite Plastron-Krawatte unter einigen Wälzern auf seinem Schreibtisch zum Kletten ausgebreitet. Hernach war er durch einen zähen Schlaf geschwommen, einen unruhigen und quälenden, so wie man durch ein bewegtes Wasser schwimmt, dessen Wellen bedrohend wirken. Aber selbst diesen Schlaf, so unruhig er auch gewesen war, hatte er noch als Wohltat empfunden, dem Erwachen gegenüber. Dies war nun bewusste graue Pein, aus der es keine Fluchtmöglichkeit gab. Der Professor stand auf, ein nervöses Gähnen, das sich stets wiederholte und sich durch keinen Willensakt unterdrücken ließ, trieb ihm die Tränen in die Augen. Er ging ins Schlafzimmer, wusch sich, bürstete mit zwei Bürsten seinen Apostelbart, sah lange in den Spiegel, schüttelte den Kopf, er fand sich abstoßend, murmelte Worte, die übersetzt etwa grausige Fresse bedeuten, ging wieder ins Arbeitszimmer zurück, legte Kragen und Krawatte an, schloss eine Schublade auf und entnahm ihr eine Flasche, die mit einer farblosen Flüssigkeit gefüllt war. Dann war ein zitterndes Klirren zu hören, es war sehr still im Zimmer. Der Professor seufzte tief auf, er blieb noch einige Augenblicke sitzen, den Kopf in die Hand gestützt, das Gähnen hatte aufgehört, trocken wurden seine vorher tränenden Augen und die Pupillen verengten sich. Sie waren schließlich genauso groß wie Stecknadelköpfe. Wir wollen nicht allzu geheimnisvoll tun. Professor Dominicé war Morphinist und dies seit einem Jahre. Wenige Leute nur wußten von dieser Tatsache, die wohl in seinem Leben keine allzu einschneidende Rolle gespielt hätte, wenn durch sie nicht eine rastlose Neugierde in ihm erwachsen wäre, eine Neugierde, die ihn dazu trieb, die Wirkung der verschiedenen Nervengifte am lebenden Objekt zu studieren. Doch davon später. Zwei Stunden saß der Professor ungestört an seinem Schreibtisch. Der kleine Haufen Zettel, der links neben ihm lag, wurde immer dünner, während rechts von ihm die ins reine geschriebenen Folio Bogen den schon vorhandenen Stoß vermehrten. Von Zeit zu Zeit nahm er seine Zuflucht zu der Flasche, dann war das leise Klirren im Raume wieder zu hören. Auf dem Schreibtisch brannte die Lampe, die Läden vor den Fenstern waren geschlossen, der Professor hasste das Tageslicht, und beim Lichter der Lampe betrachtete er manchmal die Hand, welche die Feder hielt. Es hervortretenden Venen, die sonst kreisen Hände verunzieren, und jedes Mal, wenn der Professor diese seiner Hand betrachtete, schüttelte er den Kopf, so als betrachte er einen fremden, unsympathischen Gegenstand. Schwerfällig stand er auf, als die Türglocke schrillte. Er nahm noch einen tiefen Zug aus der soeben getretenen Zigarette, murmelte einen undeutlichen Fluch über Jeanne Pochant, die immer noch mit erschienen war, und ging dann öffnen. Mein liebes Kind, sagte er, und es war wirkliche Freude in seiner Stimme. Wie freundlich von Ihnen mich besuchen zu kommen. Sie müssen entschuldigen, wenn ich Sie habe warten lassen, aber ich war in meiner Arbeit vertieft. Aber Sie sind nicht allein, nun auch Ihr Begleiter ist mir willkommen. Aukie wurde vorgestellt, er verbeugte sich, die drei traten ins Zimmer, der Professor befreite einige Stühle von ihrer papierenen Last, lud mit breiter Armbewegung zum Sitzen ein, ließ sich selbst vor dem Schreibtisch nieder und stellte die Lampe so, dass sie wie ein Scheinwerfer ins Zimmer blendete, während sie seinen Kopf im Schatten ließ. Dann faltete er die Hände und sagte, nun? Aber bevor noch seine Besucher antworten konnten, störte ein Kratzen an der Türe. Ronny begehrte Einlass. Er fand es taktlos, dass man ihn draußen hatte stehen lassen, im dunklen Vorraum, wo es nichts Interessantes zu erleben gab. Mein Gott, sagte Dominici, wir haben den Hund vergessen, und er ging zur Türe, um sie zu öffnen. Ronny begrüßte den Professor demutsvoll und freudig. Er war dem Professor zugetan, auf eine sonderbar respektvolle Art, so, als habe er einen guten Begriff von dessen geistiger Überlegenheit. Sein Benehmen ihm gegenüber war ohne Familiarität. Er sprang nicht an ihm hoch, sondern hob nur die rechte Vorderpfote, die der Professor auch sich niederbückend vorsichtig schüttelte. Nach dieser Begrüßung war Ronny zufrieden. Er wartete noch, bis der Professor sich gesetzt hatte, dann erst ließ er sich nieder, rieb noch ein wenig seine zottige Schnauze an den Schuhen des bärtigen Gottes und schloss mit einem tief befriedigten Seufzer die Augen. Professor eröffnete Match die Unterredung. Sie machen mir Sorgen. Wissen Sie, dass die Polizei sich für Sie interessiert? So? Das wundert mich nicht. Die Polizei leidet, wie mir scheint, unter der allgemeinen Arbeitslosigkeit. Auch sie hat nicht genügend zu tun, darum beschäftigt sie sich mit meiner, im kriminologischen Sinn, wohl herzlich unbedeutenden Persönlichkeit. Darauf schien es den beiden Besuchern als lächle der Professor. Seine Züge waren kaum erkennbar im Schatten und er verschränkte friedlich seine sehr weißen Finger. Professor, sagte Match, ich würde die Sache nicht zu spaßhaft nehmen. Unten vor ihrer Tür steht ein Geheimpolizist, wohl auch ihre Flucht verhindern soll. Flucht? Aber mein liebes Kind, ich denke doch gar nicht an Flucht. Ich bin ein alter, harmloser Mann, der ein vielleicht nicht ganz regelmäßiges Leben führt, aber das ist doch kein Grund zu einer Verhaftung, oder? O'Ki mischte sich ein. Wo waren Sie letzte Nacht, Professor? Es entstand ein Schweigen, das so schwer im Raum lag, dass Ronny plötzlich die Augen aufschlug, hellwach, den Kopf hob, ein rollendes Stöhnen hervorgurgelte, aber ein sanfter Klaps des Professors beruhigte ihn wieder. Mein junger Freund, sagte Dominicé, und einen Augenblick war sein Gesicht hell beleuchtet, als er sich vorbeugte. Glauben Sie nicht, dass dies eine Privatangelegenheit ist? Nein, sagte O'Ki, es klang nicht unfreundlich, nur respektvoll und dort, wo Sie diese Nacht waren, ist ein Verbrechen geschehen. Nun, wenn Sie wissen, wo ich gewesen bin, so ist Ihre Frage müßig, mein junger Freund, so ist sie eine Untersuchungsrichterfrage und ich wäre sehr dafür, dass wir dieses Gespräch, falls wir es weiterführen wollen, doch mit menschlichem Anstand fortsetzen. Oder sind Sie ein Emissär der Polizei? Herr O'Ki, sagte Match und wurde rot, ist ein Reporter, den eine Londoner Zeitung zur Aufklärung von Crawleys Tod nach Genf geschickt hat. So, von Crawleys Tod, Dominici zerdehnte die Worte, und an Crawleys Tode soll ich wohl auch schuldig sein? Es scheint so, sagte O'Ki gereizt. Er war über sich selbst verärgert, denn er mußte sich gestehen, daß der alte Herr davor ihm auf eine absonderliche Weise bedrückend wirkte. Nicht nur, daß es den Eindruck machte, als habe sich der Professor mit einem gläsernen Panzer umgeben, der ihn unantastbar machte, auch sein ganzes Gehaben zeugte von einer Überlegenheit, die niederdrückend wirkte, vielleicht gerade, weil sie dem alten Herrn gar nicht bewusst war. Woher kamen sie, als sie in jener Nacht Crawley fanden. Ich bin ein Nachtwandler, lieber Freund, sagte der Professor mit einer entwaffnenden Herzlichkeit. Ich bin spazieren gegangen, weil die Nacht so schön war. Ich habe zuerst die Wellen des Sees belauscht und die Gespräche der Bäume. Dann habe ich versucht, die Geschichten zu enträtseln, die auf den Fronten der Häuser eingegraben sind, in Rissen und Sprüngen und nur wenige Vermögen, diese Schrift zu entziffern. Dann habe ich zufällig Crawley gefunden und ihn nicht einmal erkannt. Flüchten Sie nicht in die Lyrik, Professor. Crawley war an jenem Abend bei Ihnen, oder wollen Sie das leugnen? Leugnen? wiederholte Dominici. Was für sonderbare Worte gebrauchen Sie, mein junger Freund? Ich habe nichts zu verbergen. Crawley war bei mir, das ist wahr. Er interessierte sich für eine neue Arbeit von mir, die er ins Englische übertragen wollte. Über diese Arbeit sprachen wir, und dann verließ er mich, es mochte gegen elf Uhr sein, und als ich seinen Körper sah, später in der Nacht, so ist es gar nicht erstaunlich, dass ich ihn nicht erkannte. Das Gesicht war verkrampft. Crawley war halb entkleidet, und sie werden selbst wissen, wie sehr ein Mensch durch seine Kleidung verändert wird. Aber dass er vergiftet war, das wussten sie sofort. Gifte, Gifte, lieber Freund, sind meine Spezialität. Die letzten Jahre habe ich mich mit den Wirkungen der Gifte beschäftigt. Fragen Sie Dr. Tevinos, meinen Schüler. Die Gifte verändern die Seele, nicht wahr, liebes Kind? Dominicé wandte sich an Madge, die schweigsam dasaß, und mit ängstlich verzerrtem Mund dem Redekampf der beiden Männer folgte. Aber Madge antwortete nicht. War Ältester der Apotheker ein guter Freund von Ihnen, bohrte Oki weiter, besuchten sie ihn oft? Waren sie so gut mit ihm bekannt, dass sie auch nächtelang mit ihm zusammen sein konnten? Sie werden indiskret, junger Mann, und ich bewundere meine Geduld, die mich ihre Fragen beantworten lässt. Oki wollte auffahren, da aber legte Madge ihre Hand auf seinen Arm. Ruhig, Oki, so kommen wir nicht weiter. Sie müssen uns nicht für neugierig halten, Professor. Wir wollen Ihnen doch helfen, verstehen Sie das nicht? Wissen Sie nicht, dass Sie in einer bösen Situation sind? Ich habe Oki zu Ihnen gebracht, damit er Sie kennenlernt, damit er versteht, dass es unmöglich ist, Sie zu beschuldigen, aber Sie dürfen es mir nicht zu schwer machen. Wahrhaftig, Madge hatte Tränen in den Augen. Ratlos stand Ronny in der Mitte des Zimmers, er ging zu jedem, stieß ihn sanft an mit der Schnauze und seine Blicke bettelten um den Frieden, aber auch hier wurde es deutlich, von welch kleinen Zufälligkeiten beginnende Friedensaktionen manchmal abhängig sein können. Ronny fühlte nämlich den Stich eines Flohs, er musste abhocken und sich kratzen, so kam es, dass die folgende Verständigung ohne seine Hilfe zustande kam. Professor Dominice lenkte ein. Ich glaube Ihnen, mein Kind, und Ihnen, junger Mann, glaube ich auch den guten Willen. Ihre Fragen entstammen wohl nur zu einem kleinen Teil der Neugierde. Sie wollen mir helfen, sagen Sie, und Sie machen Ihre Hilfe abhängig von der Beantwortung einer Reihe von Fragen. Nun, diese Fragen kann ich nicht beantworten. Nehmen Sie meine Behauptung wörtlich. Ich kann nicht, und nicht ich will nicht. Ich bin gebunden, durch ein Versprechen, nennen Sie es ruhig ein Gelübde, also durch ein Gelübde bin ich gebunden. Sie müssen mir einfach glauben, dass ich weder über Crawleys Tod noch über Ältestes Unfall etwas weiß. Diese Dinge sind geschehen ohne mein Zutun. Ich muss es einfach tragen, wenn ich verdächtigt werden sollte. Ich werde mich wehren, und wenn ich Ihrer Unterstützung sicher sein kann, junger Mann, dann will ich zufrieden sein. Aber Professor, rief Oki, Sie werden eine Verhaftung doch gar nicht überstehen. Warum nicht? fragte Match, während der Professor den Kopf im Schatten verbarg. Mein liebes Kind, sagte Dominicé, Sie haben noch viel zu lernen. Haben Sie noch nicht gemerkt, dass ich ein Morphinist bin? Und in meinem Alter eine Entwöhnungskur? Ich weiß nicht, ob ich das aushalten werde. Cyril, sagte Match, und sie schob ihren Arm unter den Arm des Reporters. Cyril, Sie müssen dem guten Mann helfen. Dann erst merkte sie, dass sie den Mann, den sie vor knapp einer Stunde kennengelernt hatte, mit dem Vornamen angeredet hatte, nicht nur das, dass sie Arm in Arm mit ihm dasaß, aber trotzig verzog sie das Gesicht und lehnte sich noch enger an Oki. Der arme Tevenos, sagte Dominicé in die Stille. Aber nicht einmal diese Bemerkung machte Eindruck auf Match. Sie musste lächeln, denn ihr fiel eine Kindheitserinnerung ein. Nahe beim Sommerhaus ihres Vaters war ein hoher Baum gestanden, der ganz nah am Wipfel zwei Äste getragen hatte. Dort war sie oft gesessen, mit baumelnden Füßen über der grünen Leere, und neben ihr war der Sohn des Gärtners gesessen, ein rothaariger Bursche. Wie alt war sie damals gewesen? Zehn Jahre? Aber sie hatte den Buben sehr lieb gehabt. Er hatte eine lange, bewegliche Nase gehabt, wie ein Kaninchen, und er war der Einzige gewesen, unter all ihren Kameraden, den sie nicht tyrannisiert hatte. Merkwürdig, dass Oki sie an jenen Jungen erinnerte. Sie hatte eine Zärtlichkeit für ihn gefühlt, schon unten auf der Straße, eine merkwürdig heitere Zärtlichkeit, die nicht zu vergleichen war mit dem verkrampften Zustand, der sie jedes Mal ergriff, wenn sie mit Thevenus zusammen war. Sie blieb an Oki gelehnt, auch als es draußen läutete. Dominic ging öffnen. Abschnitt 2 Es ist Thevenus, sagte der Professor und versperrte die Tür mit seinen breiten Schultern. Er soll nur kommen, sagte Match und richtete sich ein wenig auf. Aber als sie Thevenus sah, bedauerte sie ihre Haltung, sie ging ihm entgegen und schüttelte ihm die Hand. Thevenus sah schlecht aus, seine dünnen Haare waren glanzlos und sein Gesicht schien bedeckt zu sein mit einem staubigen Gewebe. Er war zu müde, um sich über irgendetwas zu wundern. Er starrte an Match vorbei in das grelle Licht der Lampe, die immer noch wie ein Scheinwerfer gegen das Innere des Zimmers gerichtet war. Endlich schien ihn die Helle doch zu stören. Er schloss die Lieder und drückte Daumen und Zeigefinger auf die Augen. Er ist uns doch abhanden gekommen, sagte Tevenos und nichts hätte verzweifelter wirken können, als sein schwacher Versuch zu kohlen. Und Rosenstock hat sein zugenähtes Knopfloch zerrissen, zum Zeichen der Trauer und als Symbol für das Zerreißen der Kleider. Er hat Klagetöne ausgestoßen und ich habe ihn aus dem Zimmer werfen müssen. Aber denken Sie, Meister, die Russin ist wieder da gewesen, kurz vor dem Exitus. Sie kam ins Zimmer, beugte sich über Ältester, strich ihm mit den Fingern über die Stirn und dann verschwand sie wieder, lautlos, schweigend. Ich habe sie aufhalten wollen, nichts zu machen. Sie hätten eher einen Schatten aufhalten können. Was glauben Sie, Meister, sollte ich der Polizei davon erzählen? Das wird nicht nötig sein, Tevenos. Professor Dominice saß wieder am Schreibtisch das Gesicht in den Schatten des Lampenschirms getaucht. Der Herr dort steht mit zwei modernen Gewalten auf vertrautem Fuß, mit der Presse und mit der Polizei. Er wird ihre Bestellung ohne weiteres übernehmen. Und Dominice legte ein Bein über das andere, verschränkte mit einer sanften Bewegung die Hände und wartete geduldig auf die Wirkung seines Ausspruchs. Es sah aus, als wollte er sich auf eine kindliche Art für lästige Aufsagerei rächen. Und doch wirkte diese Rache viel eher traurig als boshaft. Tevinos blickte böse in die Ecke, in der Okie neben Match saß. Aber er schwieg. Nur Match sagte ruhig, Johnny, du musst nicht alles glauben, was dein Meister sagt. Okie will uns helfen, das hat er mir gesagt, und ich glaub's ihm, es ist nur schwer mit dem Professor zu verkehren, er ist so misstrauisch und so verschwiegen. Er räusperte sich Okie und während sein Blick auf Tevinos Füßen haften blieb, fragte er, er ahmte den zögernden Tonfall Tevinos nach, war ihr Besuch, ihr Krankenbesuch interessant, Doktor Tevinos? Tevinos sah hilflos aus wie ein ertappter Schuljunge. In diesem Augenblick und mit diesem Ausdruck fühlte Match mit Tevinos ein Mitleid, das in des Wortes vaster Bedeutung als brennend zu bezeichnen war, so brennend, dass es ihr die Tränen in die Augen trieb. Sie sah diesen Doktor Tevinos, den sie oft gequält, oft verspottet hatte, mit einer Deutlichkeit, die an Hellsichtigkeit grenzte. Diesen grundanständigen Kerl, der sich abplagte, dem es nie gelingen würde, sich durchzusetzen, weil er eben zu anständig war, weil er sich zu große Mühe gab, die anderen zu verstehen und weil er es nicht verstand, auch gegen sich selbst rücksichtsvoll zu sein. Und sie verglich ihn mit dem Manne an ihrer Seite, jenem Oki, den sie erst seit einer Stunde kannte. War es wirklich nur eine Stunde und nicht Jahre? Vergleichen kann man die beiden nicht, dachte sie, denn das ist der Befreier. Ihr Leben in den letzten Jahren schien ihr plötzlich dem Zustand jener Eichhörnchen zu gleichen, die in einer Drahttrommel die Pfoten bewegen und die Trommel dreht sich, aber die Tiere kommen doch nicht vom Platz. Tevenos, der war eben solch ein Eichhörnchen, eingesperrt in die Trommel des Berufs und die Trommel drehte sich, man wurde müde, aber man kam doch nicht vom Platz. Sie sehnte sich danach, mit Okie irgendwo hin, weit weg zu gehen, in der Sonne am Meer zu liegen und den Sand durch die Finger rinnen zu lassen, keinen weißen Mantel mehr anziehen zu müssen, keine Kranken mehr zu sehen, keine Visite mehr zu machen, nur da zu liegen, im warmen Sand oder über die Felsen zu klettern. Mit diesem Okie verstand man sich ohne zu reden. Er wusste sicher viel, nahm einen an der Hand, ging mit einem fort, und alles war leicht und gar nicht mehr kompliziert. Wieder sah sie den Baum auf dem väterlichen Landgut und den kleinen rothaarigen Jungen, mit dem sie ganz oben in den Zweigen tagelang geschwiegen hatte. Sie seufzte, und dann hörte sie Tevinos antworten, es sind meine Angelegenheiten und ich habe es nicht gern, wenn man sich in meine Angelegenheiten mischt. Wie komisch doch die Männer sind, dachte Match, sie sind so stolz darauf, eigene Angelegenheiten zu haben. Was heißt das, eigene Angelegenheiten? Sie wollen sich ja nur interessant machen. Oki schien Ähnliches zu denken, denn er grinste und sein Grinsen war reichlich frech. Dann erhob er sich und sagte abschließend, ich werde also Fräulein LeMoyne heimbringen und sie beide ihren Angelegenheiten überlassen. Wenn aber diese Angelegenheiten reif für die Öffentlichkeit sein werden, so möchte ich mich empfohlen halten. Ich konnte vielleicht dann noch nützlich sein. Er machte zwei große Schritte, stand vor dem Professor, schüttelte ihm die Hand, verbeugte sich vor Tevenos und verließ das Zimmer, doch vergaß er nicht, Match und ihrem Hund Ronny den Vortritt zu lassen. Ende von Teil 8 Schäftigung es zu sein schien, vergifteten Personen eine Abschiedsvisite vor ihrem Weggang aus dieser Welt abzustatten. Er hätte sich nur an den Bruder seines Assistenzarztes Rosenstock zu wenden brauchen, einen 19-jährigen Jungen, der eben daran war, sich auf die Matura vorzubereiten, indem er die meisten Stunden schwänzte, Professor Dominicis Vorlesungen besuchte und außerdem an seiner ersten Liebe erkrankt war. Wladimir Rosenstocks Bruder Jakob hatte vor einiger Zeit die Bekanntschaft der Russin Natalia Kuligina gemacht. Es wäre noch vorauszuschicken, dass es drei Brüder Rosenstock gab, den Assistenzarzt, der im Alter nach Isaak kam, dem Advokaten. Der Advokat, er war bekannt und nicht unbeliebt, hatte zu Beginn seiner Karriere die letzte Silbe seines Patronyms verloren. Er nannte sich Isaak Rosän und da biblische Vornamen in puritanischen Gesellschaften nicht Seltenes waren, da außerdem der Fürsprech Rosän glatt rasiert war und blond wie reife Ehren, Erbschaft der Mutter, einer Demoisier, weitläufig verwandt mit dem so nette dichtenden Staatsanwalt, was übrigens Isaaks Fortkommen im Palais bedeutend erleichtert hatte, hielt man ihn nur ganz selten für einen Juden. Und hätte man es auch getan, so wäre es nicht schlimm gewesen. Es gab nur wenige Antisemiten in Genf und diese hatten nicht viel zu sagen, da sie von einem jungen Manne angeführt wurden, dem es selber nur schwer gelang, seine Abstammung von Noas Sohne Japheth glaubhaft zu machen. Doch wir wollten von Jakob Rosenstock erzählen, dem Jüngsten der Brüder, seine Bekanntschaft mit Natalia Ivanovna Koligina und seiner ersten Liebe. Die drei Brüder bewohnten eine einsame Villa ganz in der Nähe der Palanterie, jenes Sumpfes, der den Genfern im Winter als Schlittschuhlaufplatz dient. Die Eltern der drei Brüder waren vor bald fünfzehn Jahren gestorben. Isaak war damals noch ins Gymnasium gegangen, aber trotz dieses Trauerfalles hatten die jüngeren Geschwister Wladimir und Jakob eine glückliche Jugend verbracht. Isaak, der spätere Advokat, hatte es mit bewundernswerter Energie verstanden, sich die Einmischung von Onkeln und Tanten zu verbitten. Er hatte sich an Herrn Philippe de Morsier gewandt, den Verwandten seiner Mutter, der damals und durch dessen Vermittlung gelang es ihm, schon in seinem neunzehnten Jahre mündig gesprochen zu werden. Vater Rosenstock hatte ein annehmbares Vermögen hinterlassen, außer der Villa am See. Die Erziehung der jüngeren Brüder übernahm Angel, Angelika, wenn es ihnen lieber ist, eine katholische Savoyerin, kinderlose Witwe, die sich mit Begeisterung der Knaben annahm. Das Erziehungsresultat war gar nicht herrschte ein freier Ton. Außer Mutter Angel gehörte noch André, der Chauffeur und Gärtner zur Familie. Da die Villa ziemlich weit von der Stadt entfernt war, kam keiner der drei Brüder zum Mittagessen heim. Am schwierigsten war es für Jakob, den Gymnasiasten, gewesen, einen zusagenden Mittagstisch zu finden. Jakob hasste von Jugend auf öffentliche Abspeisungen, als öffentlichen Fütterungsstellen zu nennen belieben. Auch hier hatte der Staatsanwalt hilfreich eingegriffen und sich an eine alte Dame erinnert, die in der Rue Verden eine riesige Wohnung bewohnte, allein mit einem tyrannischen Mädchen für alles und dem Schatten ihres verstorbenen Freundes. Dieser Freund war erst nach seinem Tode eine Berühmtheit geworden, durch ein nachgelassenes Tagebuch nämlich, das an selbstquälerischer Bespiegelung seines Innenlebens seinesgleichen suchte. Dieses ältliche Fräulein Celestine Honorine Benoit mit Namen, als Schriftstellerin unter dem Pseudonym Agnès Sorel bekannt, war von einer so unförmlichen Häßlichkeit, so daß sie wieder schön wirkte, wie eine rassereine Bulldogge. Negerlippen, kurzgeschnittene, ewig verfilzte graue Haare, so hockte sie vor ihrem Schreibtisch und verfaßte antike Tragödien in schwungvollen Alexandrinern. Außerdem schwärmte sie für Voltaire und den Spiritismus. Wie sie diese beiden Begeisterungen zu vereinigen vermochte, war ihr Geheimnis. Jakob Rosenstock war lange der einzige Pensionär Fräulein Sorels gewesen. Wir wollen ihr Pseudonym beibehalten, da es die Dichterin ihrem richtigen Namen vorzieht. Erst seit zwei Monaten war ein neuer Gast aufgetaucht, eben jene Natalia Gulligina, und Fräulein Sorel tat geheimnisvoll, wenn sie über die Herkunft ihres neuen Gastes befragt wurde. Die Sache war übrigens höchst einfach. Fräulein Sorel war nicht reich, manchmal war sie auf die wohlwollende Unterstützung verschiedener Mäzene angewiesen, aber die Mäzene wurden rar, und so hatte Fräulein Sorels Mädchen einfach eine Annonce in der Tribünen aufgegeben, auf welche Annonce hin eines Tages ein Herr erschienen war, klein und fremdländisch, mit einer großporigen Gesichtshaut, die unsauber wirkte, um für seine Schwester, so behauptete er, ein Zimmer zu mieten. Fräulein Sorel aber hatte sich in diese Schwester, die am nächsten Tage erschienen war, auf ihre sonderbar enthusiastische Art verliebt, nannte sie Natascha, betrachtete sie als die Verkörperung Russlands und sah in ihr eine lebendig gewordene Heldin Dostoyevskis, eines russischen Schriftstellers, den sie zu verabscheuen vorgab, den sie aber heimlich mit glühenden Wangen verschlang, wie ein Junge im Pubertärsalter die Memoiren des Casanova. Da aber das alte Fräulein alle näheren Bekanntschaften idealisieren musste, sah sie auch im jungen Jakob eine Art Cherubin. Sie war nicht prüde, denn sie liebte das galante Jahrhundert, das achtzehnte nach unseres Herrn Geburt, und leistete naive Kupplerdienste. So kam es, dass sich Jakob Rosenstock in die Agentin 83 verliebte, die in Genf unter dem Namen Kuligina auftrat, deren Mission es war, den Agenten Baranov Nummer 72 zu überwachen, denn dieser war verdächtig für die eigene Tasche zu arbeiten, was gegen die Prinzipien von Hammer und Sichel ist. Es ist, glaube ich, eine alte Tatsache, dass Jünglinge mit sogenannten geistigen Interessen für schöne Frauen nicht viel übrig haben. Um Magazinschönheiten zu verehren, braucht es ein vollgerütteltes Maß Dummheit. Darum war es ein Glück für Jakob, dass Natascha nicht schön war. Ich weiß, für eine Spionin wäre der Wemp-Typus am Platze, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen. Die Regierungen, die Spioninnen beschäftigen müssen, holen sich gewöhnlich weder bei Feuilleton-Romanciers noch bei Kinoregisseuren Rat. Natascha fiel nicht auf. Sie hatte ein gutmütiges Gesicht, schlichtes schwärzliches Haar, das manchmal silbern schimmerte, wie eine Rabenmähne. Sie glich einem schlanken Seehund und wie ein solches Tier konnte sie auch gut schwimmen. Einmal hatte sie zum Spaß den Weltrekord für Brustschwimmen um zwei Fünftel Sekunden geschlagen, aber sie durfte an keiner Konkurrenz teilnehmen, ihr Beruf verbot ihr dies. Wie sie aber zu diesem Beruf gekommen ist, denn Spionage ist schließlich ein Beruf wie Gärtner, Generaldirektor, Pfarrer oder Einbrecher, ist eine andere Geschichte. Jakob kannte die Agentin 83 seit einem Monat und nannte sie Natascha. Zuerst hatte das alte Fräulein Sorel die beiden nach dem Mittagessen allein gelassen. Dann saßen sie gewöhnlich auf einem alten verschnörkelten Sofa, das grün bezogen war. Natascha hatte dem Jungen gegenüber zuerst eine etwas merkwürdige Einstellung. Es reizte sie, diesen behüteten Bürger, der nichts von Hunger und Elend wusste, zu dem Glauben zu bekehren, dem sie anhing. Aber die Predigten über die dialektische Methode verstummten nach und nach. Es war eigentlich nicht klar zu ersehen, warum. Sie verstummten. Das war alles, was ich sagen ließ. Statt der Predigten kamen dann Spaziergänge über Land. Jakob schwänzte gewissenhaft die Schule und sein Bruder Isaac, der Advokat, beklagte sich, weil er allzu viele Entschuldigungsschreiben verfassen musste, ließ dann aber in seiner Kanzlei einige Dutzend Entschuldigungsformulare herstellen, auf denen nur das Datum freigelassen war, unterzeichnete sie und überreichte diese Blankoschecks für Schuleschwänzen dem jüngeren Bruder mit der Bitte, ihn von nun an mit derartigen Miseren zu verschonen. Es kamen Spaziergänge über Land, Nachmittage am See in der Sonne. Jakob lernte richtig schwimmen, was vielleicht nützlicher war als kommunistische Theorien. Hier kommt es wirklich auf den Standpunkt an, den man einnehmen will, und mein Gott, die beiden kamen gut miteinander aus. Jakob glaubte, dass seine Freundin als Sekretärin bei der offiziellen Sowjetdelegation angestellt sei. Von Baranows vorhanden sein, hatte er keine Ahnung. Ende von Teil 9 Gelesen von Hokus-Pokus Teil 10 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 4 Hände, die klein waren, mit spitz zulaufenden Fingern, sodass sie an Maulwurfspfoten erinnerten. Er hatte eine Konferenz einberufen, an der Kommissar Pilloui und der Journalist Ockey teilnahmen. Auf dem großen Schreibtisch, hinter dem Despin's Gestalt wie eine Schießbudenfigur wirkte, lagen Gegenstände verstreut, mit denen sich des Untersuchungsrichters kahle Hände eifrig beschäftigten. Es war zu sehen, eine Flasche mit eingeschliffenem Stöpsel, und auf der Glaswand war weiß ein gespenstischer Finger abgedrückt, ein schwarzer Wollschal, ein gelbes Band, ein zerknittertes Pergament. In der Hand hielt Despin die Münze, besah sie angestrengt durch eine Lupe und schüttelte von Zeit zu Zeit ratlos den Kopf. In einem Armstuhl am Fenster saß Ockey Piloui hingegen hatte sich in einem Clubsessel versteckt, von ihm war eigentlich nur ein Schimmer des leuchtend gelben Fahnenbartes zu sehen. Unglaublich, sagte Despin, dass solche Dinge heutzutage möglich sind, Götzenanbetung, hier in Genf. Man sollte doch meinen, Calvin habe die Luft der Stadt gereinigt von jeglichem Unsinn, vom heidnischen sowohl als auch vom baptistischen. Verzeihung, sagte er, neigte den Ockey, ich glaube, sie sind katholisch, ich wollte sie nicht beleidigen. Bitte, bitte, winkte Ockey gnädig ab, wir sind hier ja nicht auf einem Konzil, um Religionsfragen zu diskutieren, sondern haben sie eigentlich diese Jeanne Pochon vorgeladen oder nicht, fragte Piloui aus seinem Clubsessel heraus, ungeduldig und gereizt, kommt das Frauenzimmer, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Sie kommt, lieber Kommissar, sie kommt bestimmt, aber ich habe eine Bitte, ich möchte keinen Schreiber hinzuziehen, das Verhör soll nicht offiziell sein und nur zur Orientierung dienen, kann einer der Herren stenografieren? Ich, sagte Ockey vom Fenster her und hob dabei die Hand wie in der Schule, der Kommissar grunzte. Dann war von draußen durch die Tür ein zitterndes Klingeln zu hören. Die Tür öffnete sich und ein Gerichtsdiener stand da, lang und bleich. Ist Frau Pochon schon da? fragte Despin mit quäkender Stimme. Der Diener verneigte sich. Führen Sie die Dame herein. Pause. Dann trat ein, angetan mit einem schwarzen Seidenkleid, das in allen Nähten krachte, Frau Jeanne Pochon. Sie war rot. Dreifache Falten quollen unter ihrem Kinn. Auf ihrem Haupte lag waagrecht, gehalten von einem grauen Haarknäuel am Hinterkopf, ein mit Federn geschmücktes schiffartiges Gebilde. Der Rock schleppte nach, er verbarg die Füße. Irgendwie gemahnte Frau Pochon an jene riesigen Figuren, die auf dem Karneval in Nizza durch die Straßen geschleppt werden. Sie nahm auf einem Stuhle Platz, den ihr Herr Despin angeboten hatte. Von Pelloui war nichts zu sehen. Er hatte den Clubsessel so gekehrt, dass man nur die nackte Lehne sah. Dadurch wirkte das Möbel unbewohnt. Madame, sagte der Untersuchungsrichter, ich hoffe, Sie haben meine Einladung nicht missverstanden. Es handelt sich, wie ich betonen möchte, nicht um eine Vorladung. Wir möchten einige Dinge erfahren, über die Sie vielleicht Bescheid wissen. Ein junger Freund von mir, er wies auf O'Kee, der am offenen Fenster saß und dort mit einem Bleistift spielte, der sich für die Sache interessiert, hat mich gebeten, der Unterredung beiwohnen zu dürfen. Er möchte sich einige Notizen machen, denn er ist Journalist. Doch ich kann Ihnen versichern, es wird nichts in die hiesige Presse kommen, der Herr ist Engländer. Despin sprach gedämpft, seine hellen Kugelaugen waren halb von den Lidern bedeckt, er hielt die Hände gefaltet und drehte die Daumen. Jeanne Pochon schwieg. Sie sind Haushälterin bei Professor Dominicé. Frau Pochon nickte. Schon lange? Fünfzehn Jahre. Die Stimme war heiser, merkwürdig dunkel, vielleicht wirkte sie auch nur so, weil das Zimmer von der Helligkeit einbrechender Sonnenstrahlen plötzlich erleuchtet wurde. Dann schleppte sich das Verhör weiter über nebensächliche Fragen, deren Technik Herr Despin ausgezeichnet beherrschte, langsam sich näher tastend. Ob sie zufrieden sei mit ihrer Stellung? Jawohl. Ob der Professor nicht schwierig zu behandeln sei? Durchaus nicht. Wie ihre Arbeitszeit sei? Unregelmäßig. Die allzu kurzen Antworten schienen Herrn Despin langsam nervös zu machen. Sein Ton wurde schärfer. Am Fenster spielte Oki immer noch mit seinem Bleistift und blickte auf seine Stiefelspitzen. Sie kannten natürlich, sagte Despin und zündete langsam eine Zigarette an, jenen englischen Sekretär, der viel bei dem Professor verkehrte, jenen Crawley, der eines so merkwürdigen Todes gestorben ist. Ich habe ihn gesehen, ein oder zweimal. Dabei war Frau Pochon einen seltsam prüfenden Blick auf Oki, den dieser wahrnahm, aber sich nicht recht erklären konnte. Erst bei der nächsten Frage des Untersuchungsrichters wäre er sonst noch bei dem Professor verkehre und Frau Pochons Antwort, meistens Ausländer, musste Oki plötzlich an Match denken. Er hatte sie seit dem Abend, dem sonderbaren Abend, der mit Tevenos Erscheinen geendet hatte, nicht mehr gesehen. Und er hatte sie damals heimbegleitet, gewiss, aber nur wenig gesprochen. Es war sehr ruhig und schön in dem Wagen gewesen, dann hatte er noch in Matchs Zimmertee getrunken und dann war er heimgegangen. An jenem Abend, vorgestern war das, hatte er gar nicht mehr an den Fall gedacht und auch Match nichts gefragt. Aber Match musste etwas wissen, etwas, vor dem die dicke Frau da Angst hatte. Vielleicht war es etwas scheinbar Nebensächliches. Oki kritzelte eifrig eine Notiz auf seinen Block. Da schreckte ihn eine im Gegensatz zu den vorherigen scharf gestellte Frage auf. Wo haben Sie diesen Schal verloren, Frau Pochon? Schweigen. Vielleicht war das Summen einer Wespe zu hören, tiefe Atemzüge und das Knistern des schwarzen Seidenkleides. Dann wieder die ruhige Stimme des Pins. Nun, das hat ja nicht viel auf sich, vielleicht ist es auch gar nicht ihr Schal, es ist nur eine einfache Frage. Das gehört mir nicht, sagte Frau Pochon gepresst. Nun gut, meine liebe Dame, wir wollen uns mit diesen Kleinigkeiten nicht aufhalten. Aber der Professor beschäftigte sich Ich kümmere mich nicht um seine Arbeiten. Nicht möglich. Sie, seine Mitarbeiterin, denn es ist doch ein offenes Geheimnis, dass sie früher ein bedeutendes Medium waren, dass Professor Dominicé sogar ein Buch über sie geschrieben hat, ein sehr interessantes Buch, in welchem er einige ihrer unbewussten Unwahrheiten auf eine geniale Art entlarvt hat. Und Sie sollten nichts von seinen Arbeiten wissen, das ist doch kaum unglaublich. Es ist aber so. Frau Pochon hatte ein Taschentuch gezogen, dem ein leichter Kampfergeruch entströmte und wischte sich die Stirne, die mit Tropfen überdeckt war. Es ist so heiß hier, klagte sie. Aber dass er Morphinist ist, das wissen sie, stellte Herr Despin fest, und plötzlich war er aufgesprungen, hatte sich über den Tisch gebeugt und seine hellen Glotzaugen glotzten böse. Ja, flüsterte Frau Pochon, und dann brach ein Redestrom los, der Herr Despin auf seinen Stuhl zurück warf. Sie habe dem Professor oft gesagt, er solle das Gift lassen, aber es habe nichts genützt, es sei nur immer Ärger geworden. Angefangen habe es vor einem Jahr, da habe der Professor Neuralgien gehabt und habe nächtelang nicht geschlafen, dann habe er eben begonnen, aber als die Schmerzen vorbei gewesen seien, habe er nicht aufhören können und habe immer behauptet, er könne besser arbeiten mit dem Gift. Und das sei ja wahr, am Anfang habe er viel geschrieben, damals habe er auch das neue psychologische Laboratorium eingerichtet und zwei Assistenten eingestellt und Material gesammelt für ein großes Werk über die Hallohalla Hallizunationen Halluzinationen korrigierte Ok sanftmütig vom Fenster her, erhielt einen dankbaren Blick und dann floss der Redestrom weiter. Der Professor habe auch bei ihr experimentieren wollen, aber sie sei zu alt, sie falle nicht mehr in Trance. Da habe er diesen Crawley entdeckt, diesen Sekretär, der sei leicht beeinflussbar gewesen, auch habe er immer seine Träume für den Professor aufschreiben müssen und er sei viel mit dem muterte der Untersuchungsrichter und betrachtete aufmerksam seine Hände, deren Finger wie glatte Grottentiere wirkten. Sie haben sich gezankt, sagte Frau Pochon leise, ich habe nur gehört, dass der Professor etwas von unsauberen Machinationen gesagt hat. Wann war das? fragte Oki vom Fenster her und erhielt einen bösen Blick des Untersuchungsrichters. Ja, aber, sagte Herr Despin, wir haben hier eine Karte mit des Professors Schrift, die Crowley für den Abend des wir hatten zuerst das Datum übersehen, aber hier in der Ecke steht es auf den Abend des 22. Juni zu sich eingeladen. Sehr freundschaftlich sogar. Da muss doch eine Versöhnung stattgefunden haben, oder? Vielleicht, sagte Frau Pochon und schloss den Mund, definitiv. Wo waren Sie in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni? Frau Pochon schwieg. Dann schrak sie plötzlich zusammen, denn der Forteuil, der ihr seine nackte Lehne zugekehrt hatte, so, als sei er unbewohnt, hatte einen Satz nach hinten gemacht, und nun stand vor ihr ein blondes, kleines Ungetüm mit wehendem Bart, und tönische Fragen prasselten auf sie herab. Ja, in der Nacht, in der Älteste ermordet worden ist, wo waren sie da? Und dieser Schal gehört nicht ihnen, und sie waren nie in dieser Apotheke, und der alte Professor hat sein Gift durch himmlische Boten bekommen? Himmlische Boten? stotterte Frau Pochon, ehrlicher Schrecken war auf ihrem Gesicht, so daß Piloui erstaunt schwieg über die Wirkung dieses so alltäglichen Vergleichs. Himmlische Boten, murmelte Frau Pochon, und sie nickte mit dem Kopf, während ihre Lippen sich langsam von den Zähnen zurückzogen. Sie wirkte wirklich unheimlich, diese alte Frau. Aber Kommissar Piloui hatte sich schon wieder gefasst. Also, sie geben zu, daß sie in der Nacht vom 25. zum 26. Juni bei Ältester waren, zusammen mit Professor Dominicé. Frau Pochon schien die Frage gar nicht gehört zu haben. Sie auf die Hände des Untersuchungsrichters, am Kommissar vorbei, denn diese Hände spielten mit einer Münze, und von dieser Münze konnte Frau Pochon nicht die Augen lösen. Wo haben Sie die Münze gefunden? fragte sie atemlos. Wissen Sie das nicht? Dort, wo wir den Schal gefunden haben. Wollen Sie nicht zugeben, daß Sie den Apotheker gekannt haben? Sie sollten mir die Münze geben, sagte die alte Frau ruhig, das ist nichts für Sie, das könnte gefährlich werden. Halten Sie uns für Kinder, schnaubte Pellui böse, Kinder, die sich vor Hexen und solchen Dingen fürchten, oder etwa vor Geheimgesellschaften, religiösen oder politischen. Wollen Sie mir jetzt bitte eine genaue Antwort geben, wo Sie in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni waren? Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie gesehen worden sind und zwar nicht nur von einem Zeugen. Dann kam wieder das Zurückziehen der Lippen, das wie ein höhnisches Lächeln wirkte und dann sagte Frau Pochon Das ist nicht gut möglich. Bis Mitternacht war ich mit Sir Eric Bose zusammen und dann war ich daheim denn mein Sohn hatte Fieber und ich musste ihn pflegen Um sechs Uhr morgens hat mich Sir Eric im Auto abgeholt und ich habe meinen Sohn einer Nachbarin übergeben Sir Eric meinte ich sei müde und brauche Erholung Hä? fragte Kommissar Piloui sein Mund stand hilflos offen er wandte sich zum Fenster wo Oki jetzt aufrecht stand und die beiden sahen sich an viel zu verwundert um ein weiteres Wort zu finden Herr Despine der Untersuchungsrichter faltete ergeben die Hände seufzte zündete dann eine Zigarette an und sagte sehr still wenn sich die Herren von ihrem Erstaunen erholt haben können wir vielleicht die Aussagen von Madame kontrollieren wie kommt es aber dass sie mit einem immerhin angesehenen Diplomaten so intim sind Frau Pochamps Gesichtsfarbe die nach der lächelnden Aussage auf ein zartes Rot zurück gegangen war dunkelte augenblicklich nach jetzt war es die Haushälterin die aufrecht dastand die Fäuste auf die abstehenden Stäbe des Korsetts gestemmt und sie schrie los wie ein wütendes Marktweib für wen man sie eigentlich halte keifte sie sie stamme aus einer anständigen Familie sie habe Manieren wenn auch ihr verstorbener Mann ein Lump gewesen sei so habe das nichts zu sagen sie habe ihre Torheiten schwer genug büßen müssen und ihr Sohn sei ein Künstler ihr Sohn verfertige wunderbare Töpfe arbeiten und für diese habe sich Sir Eric interessiert und er habe sie besucht und er sei ein feiner Mann er habe ihren Sohn zu würdigen gewusst er sei ihr Freund und überhaupt habe sie genug von dieser Ausfragerei wenn man ihr die Sünden des Professors aufbürden wolle so werde sie schon wissen wie sie sich zu wehren habe sie habe mächtige Freunde in ihren Mundwinkeln bildeten sich kleine Schaumbläschen als sie zu einer neuen Rede ansetzte stand plötzlich Okie hinter ihr sein roter Haarschopf überragte den Federschmuck ihres Hutes und laut sagte er in das Ohr der Frau Atalus der dritte Philometor Sohn des Dartonike letzter König von Bergamo besaß einen Giftgarten in dem wuchsen 132 verschiedene Pflanzenarten als da sind Schierling Bilsenkraut Nieswurz und Akonit der römische Schriftsteller Flavius aber erzählt dass in einem Feldzug gegen die Parter die Soldaten ein Kraut aßen das geistes krank mache bevor es töte was wollen sie was wollen sie damit sagen nichts sagte Oki still nur in Ruhe telefonieren sie erlauben fragte er und hob schon den Hörer ab stellte eine Nummer ein die er auswendig zu wissen schien fragte wer am Apparat sei führte dann ein Gespräch auf Englisch es war kurz dann sagte er über die Achsel lassen sie die Frau gehen Herr Richter was sie gesagt hat wird von Sir Eric bestätigt aber Herr Dispin brauchte kein Wort zu sagen bevor er noch den Mund hatte öffnen können klappte die gepolsterte Tür hinter einem wehenden schwarzen Rock zu es wären noch zwei Kleinigkeiten mitzuteilen die erste nach dem Weggang Jean Pochamps entdeckte der Untersuchungsrichter das Fehlen jener kleinen Medaille die Oki als ein Amulett jener Sekte bezeichnet hatte die unter dem Namen Basilidianische Gnosis im alexandrinischen Ägypten geblüht hatte aber Herr Dispin sowohl als auch der Kommissar waren zu erschöpft um aus dem Verschwinden dieser Münze die juristische Konsequenz zu ziehen vielleicht hielt sie auch das zweite Geschehnis von weiteren Schritten ab es hieß nämlich am selben Tag noch man habe im Palais noch nie so viel Bremen Mücken Wespen Hummeln bemerkt wie heute und zwar erst nach dem Vergehen jener alten Frau mit hochrotem Gesicht die murmelnd und scheinbar sehr gereizt durch die Gänge gefegt sei ja Polizist Malan an den wir uns erinnern und der an diesem Tag Dienst vor dem Tore hatte behauptete sogar die Frau habe dieses Ungeziefer angelockt denn sie sei die Rue Verdaine hinab verschwunden umgeben von einem ganzen Schwarm Ungeziefer und er selbst Malan sei von drei Bremen und vier Wespen gestochen worden diese Frau aber habe etwas in der Hand gehalten was nicht zu erkennen gewesen sei und auf dieses etwas habe sie eingesprochen als wolle sie ihm Befehle erteilen Nun Polizist Malan Herrn das wissen wir er war ein Wartländer Bauernsohn ganz hinten aus dem Jura und dort sind die Leute abergläubisch es ist selbstverständlich dass keiner der beiden Kriminologen an solche Ammenmärchen glaubte merkwürdig blieb aber immerhin ein Ausspruch Okies der seinen historischen Tag zu haben schien nach dem Weggang der Frau Pochon wurde er nämlich zuerst gefragt was er mit seinem Attalus der dritte Philometor eigentlich gemeint habe Bluff sagte Okie haben sie noch nie gemerkt dass man schreiende Leute sofort mit einem historischen Ausspruch mundtot machen kann Pilui saß darauf lange schweigend dann sagte er ich glaube ihnen nicht recht er okese sie sind ein ganz durchtriebener aber das ist ja gleichgültig jetzt sollten wir wohl den professor doch vernehmen nicht wahr oder gar verhaften vorsicht meine herren flüttete Herr Despin und machte die stimme des so nette dichtenden Staatsanwalts so ausgezeichnet nach dass die beiden anderen lachten lassen wir unsere genfer berühmtheit in frieden wir besitzen so wenig hervorragende mitbürger von internationaler bedeutung richtig sagte okese halten wir uns vorläufig an dieses argument es ist so gut wie ein anderes vielleicht kann ich ihnen morgen weitere neuigkeiten mitteilen ich treffe heute nachmittag einen bekannten da klopfte es der gerichtsdiener trat ein lächelnd und wandte sich vertraulich an Herrn Despin die beiden kannten sich schon lange und der Diener schwäche für klatsch es wird erzählt begann er und dann berichtete er von dem seltsamen raunen in den gängen von der frau die fliegen und ungeziefer herbeigezaubert habe Herr Despin lachte schallend ergräte sogar als er vom zerstochenen malan hörte und Kommissar Piloui stimmte mit tiefem gurgeln in dieses lachen ein nur Okie blieb schweigsam als die Herren sich dann einigermaßen beruhigt hatten geschah jener zweiter Ausspruch Okies I.A.O. sprach er ist ein anderer Name für Abraxas und im Louvre Papyrus steht zu lesen sprecht nicht den Namen I.A.O. aus unter der Strafe des Pfirsichs und das will heißen Stein Früchte enthalten in ihrem Kern Bittermandelöl Vielleicht ist es gut dass Jean Pochon das Amulett mitgenommen hat Erst jetzt bemerkte Herr Despin das Fehlen der Münze mit dem Fliegengott und vielleicht doch beeinflusst durch den Ausspruch Okies beschloss er jeglichen Schritt zu ihrer Wiedererlangung zu unterlassen Nachher freilich erinnerte er sich an Okies Bemerkungen von der Mundtotmachung durch historische Zitate Er schämte sich ein wenig aber dies schadet nicht da Okie zusammen mit dem Kommissar schon das Zimmer verlassen hatte Ende von Teil 10 gelesen von Hukuspokus Teil 11 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 5 In der Gegend der Palanterie jenes Sumpfes der den Genfern im Winter als Schlitzschuhlaufplatz dient aber noch weiter gegen die französische Grenze zu steht eine einsame Bank am See Man kann sie auf zwei Wegen erreichen Der eine führt von der Tramhaltestelle über die Felder Der andere hält sich an das Seeufer und kommt vom Pornoir Es war tiefer Nachmittag als zwei Herren jeder von einer anderen Seite kommend sich an der Bank trafen Sie lächelten als sie sich sahen zogen beide die Uhren nickten Der eine von unbestimmbarem Alter und neutralen Gesichtszügen trug trotz der Hitze einen steifen runden Hut eine Melone und war in dunkles Blau gekleidet Der andere trug einen grauen Flanellanzug weißes offenes Sportshemd Die Sonne hatte den See in eine glattpolierte Silberplatte verwandelt Sein Anblick schmerzte Colonel sagte O'Kee verzeihen Sie meinen Anruf aber es war wichtig Es war ganz richtig Simp sagte der Kammerdiener Charles Wenn ich alter Esel Fehler mache so muss ich sie auch ausbaden Ich werde es mir nie verzeihen dass ich meinen alten an dem Morgen hab entwischen lassen Kannst du dir vorstellen wie erstaunt ich war als ich um 8 Uhr ihm sein Frühstück bringen wollte und kein was kann ich mir lebhaft vorstellen mach keine Witze sonst zieht sich der alte nie ohne mich an aber ich sage die dümmsten leute werden raffiniert sobald sie alt werden sie verlegen sich dann aufs intrigieren weil ihnen die liebe nichts mehr zu sagen hat schon dort unten Charles winkte in die ferne hatte mich übers Ohr gehauen mit seiner plötzlichen Landesverweserschaft nur gut dass man mir in London keinen Strick daraus gedreht hat ach die wissen dort auch dass es nicht immer einfach ist alles zu erfahren aber sagen sie wie ist die vertreibung des Maharaja vor sich gegangen offen gestanden simp ich bin selbst nicht ganz nach gekommen das ganze hat mit einer spekulation zu tun unser alter hat sich mit der Standard zu tief eingelassen und dann ist Petroleum entdeckt worden dort unten in Yamnaga und der Fürst war noch ein ganz junger Mensch ein anständiger Kerl der war gegen die amerikanischen Interessen und diese wurden vertreten von einem Missionar der aussah als käme er direkt aus dem Regen von Morgham der alte Eric Bose war delegierter Berater oder beratender Delegierter vom indischen Vizekönig bei dem Maharaja es war ja schon eigentlich Hochverrat dass Bose sich mit der Standard Oil eingelassen hat aber ich bin zu spät gekommen als ich hinkam war schon alles im gleiten der alte Bose hat zusammen mit dem amerikanischen Missionar das Volk gegen den jungen Fürsten aufgeputscht und der Fürst in seiner Anständigkeit hat abgedankt schweigen langes schweigen er hat abgedankt der Maharaja Yamnaga weil er zu anständig war wiederholte Charles seine Stimme war traurig war ein Gentleman der junge Fürst sah aus wie Krishnamurti der Heiland der Theosophen ja und sie wissen nicht Colonel wo der junge Fürst steckt steckt wiederholte Charles gereizt sprechen sie anständig junger Mann seine Majestät residiert irgendwo ich vermag nicht den Ort näher zu bezeichnen aber sie steckt nirgends Oki unterdrückte sein freches Buben Lächeln man durfte dem Colonel nicht zu nah treten aber was ich sie noch fragen wollte wie kommt der alte Bose zu der Witwe Pochon die zwei haben doch nichts gemein der Sohn Simp der Sohn der Witwe beschwörend hob Charles die flachen Hände vergiss den Sohn nicht ich bitte dich der Kerl ist unheimlich es sieht aus ja wie 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 seine Mutter wenn sie eine entfettungskur gemacht hätte kannst du dir das vorstellen die Haut ist ihm zu weit überall falten und runzeln und doch ist er jung sehr jung übrigens seine Mutter ist eine Hexe sagte Charles ganz ernst der ernst dieser behauptung hätte bei einem agenten des IS eigentlich komisch wirken müssen aber auch O'Kee blieb ernst wenn er aus Irland stammte so stammte Deal Donnell aus Schottland und das hielt sich was Aberglauben betrifft die Waage aber rief O'Kee plötzlich warum Gottverdamm ihre Seele Charles stieß ein begütigendes Psch aus warum hat man dann Crawley umgebracht das zu entdecken dazu bist du da Simp und bitte Fluche nicht mehr ich bin ein alter Militär aber ich liebe das Fluchen nicht das Einzige was ich dir sagen kann ist dass Crawley am Abend des 23. Juni mit meinem Alten einen großen Krach gehabt hat ich habe nichts davon gewusst ich habe dir ja gesagt ich war gar nicht da der Etagen Kellner hat es mir gestern erzählt ein wenig spät aber sie haben gegeneinander getobt wie zwei Stiere so sagte mein Gewehrsmann und dann kam Crawley mit einer Mappe unter dem Arm aus dem Zimmer gelaufen sprang die Treppe hinunter ohne Hut und war fort um zehn Uhr ist dann der alte Bause ebenfalls ausgegangen Okie blieb stumm und seine Nase wackelte Hä stieß er dann so laut hervor wie Pilwee am Morgen ein unerträglicher Kerl dieser Crawley zuerst hatte mit dem Professor Krach eine Woche vor seinem Tode dann mit seinem Vorgesetzten und um allem die Krone aufzusetzen erlaubt er sich auch noch auf mysteriöse Art ums Leben zu kommen und ich ausgerechnet ich soll nun seinen Tod rächen schauderbar er schüttelte sich ruhig mein Junge sagte Charles alles wird in Pension bin schon zu alt hab ein Landhaus von dem erzähle ich immer dem Etagen Kellner dorthin will ich ziehen und dann will ich versuchen einen ganz dunkelblauen Rittersporn zu züchten fast schwarz muss er werden so wie mein Anzug kannst du dir vorstellen so eine lange lange Blüten Rispe ganz dunkel und viele dieser Blüten in einem Rasen in einem englischen Rasen versteht sich denn hier wissen die leute ja gar nicht was ein Rasen ist er blickte träumerisch über den See der dunkel geworden war denn die Sonne war schon tief wie jetzt der See ist so muss sie werden mit einem kleinen Schuss purpur und heißen wird sie Delphinium Hybridum Colonel oder soll ich ihr deinen Namen geben mein Junge die Stimme war ein wenig ängstlich nein Colonel der andere ist viel schöner nicht wahr man denkt dann an einige ganz hübsche Stunden nun gute Nacht mein Junge mach 's gut gute Nacht Colonel Die Bank war leer Ein Wind der von den Voirons kam bemühte sich das Loch zu füllen das der heiße Spiegel des Sees in die Luft gebrannt hatte Ende von Teil Elf gelesen von Hokus Pokus Teil Zwölf von der Tee der Drei Alten Damen von Friedrich Glauser Kapitel 5 Beranow wie sich Agent 72 in Genf nannte jener Mann mit der großporigen Gesichtshaut der den alten Professor in der Lathem Bar so sehr erschreckt hatte bewohnte in einem kleinen unscheinbaren Hotel an der Rue de Chene ein einfaches Zimmer er empfing wenig Besuch des Morgens kam seine Privatsekretärin jene Natalia Koligina Agentin 83 die bei Fräulein Sorell wohnte und brachte ihm Briefe die sie zuvor aus einem Postfach an der Rue d'Italie geholt hatte Dann sah Herr Baranov viele Zeitungen durch ausländische und Einheimische und dann diktierte er gewöhnlich einige Antworten Am heutigen Morgen war er guter Laune hatte sich in einen Plüsch Sessel verkraben und lutschte an dem Kartonmundstück einer ausgegangenen Zigarette dazu summte er Melodiefetzen Er begann mit den Wolga Schleppern wechselte hinüber zu Valentine und endete mit der Internationale Er summte die Melodien falsch aber immerhin erkennbar Da trat Natascha ein Guten Morgen sagte Baranov gnädig Gut geschlafen Natascha Ja er nannte seine Sekretärin Natascha und seine Sekretärin hatte nichts dagegen Denn Herr Baranovs Erotik hatte sich schon lange zu einer allgemeinen Liebe für die Verdammten dieser Erde sublimiert Der etwa übrig gebliebene Rest beschäftigte sich mit gutem Essen und Trinken Herr Baranoff hatte einen Spitzbauch Natascha nickte ohne eine Gegenfrage zu tun Herr Baranoff empfand dies nicht als Beleidigung Er wusste Natascha war schweigsam Er streckte die Hand aus empfing zwei Briefe einen Stadtbrief und einen Brief mit einer indischen Sie sollten den Professor in Ruhe lassen Kostja Herr Baranoff hieß Konstantin es war die Schuld seines Vaters der in einer kleinen russisch-polnischen Stadt koscheres Fleisch verkauft hatte und auch eine Pension hatte er gehabt die aber hatte die Mutter geführt Konstantin klingt nicht jüdisch hatte der Vater gedacht denn es war damals die Zeit der Progrome und in einem Progrom war der alte Vater erschossen worden hmm brummte Herr Baranoff in den tiefen Lagen anfangend dann steigend und warum das weil es schmutzig ist der Mann weiß doch nichts warum wollen sie ihn zugrunde richten darum sagte Herr Baranoff weil er ein Intellektueller ist weil er mir in meine Angelegenheiten hinein pfuschen will weil ich der dritte bin der den Vorteil hat wenn zwei sich prügeln der indische Fürst und England auf der einen Seite das amerikanische Kapital auf der anderen wer trägt den Sieg davon wetten dass es Kostja ist und dann setzt sich Kostja zur Ruhe aber nicht im Sowjet Paradies in Paris vielleicht ja oder in Burgund dort ist die Küche noch wunderbar nicht zu sprechen vom Wein und sie verraten die Partei sagte Natascha böse haben sie nicht Angst dass ich sie anzeige verrate die Partei du schnappst über mein Kind ich will nur Provision und die teilen wir das Geschäft kann die Partei dann allein aufziehen ich nehme Provision rechts nehme Provision links und betrüge auf beiden Seiten aber ehrlich bleibe ich denn schließlich bekommt Russland doch die Sache in die Hand und Geld stinkt nicht nun Olet fügte er hinzu um zu zeigen dass er das Gymnasium besucht hatte dann hatte er plötzlich den Brief mit der indischen Marke in der Hand öffnete ihn mit seinem aufgeklappten Taschenmesser studierte ihn lange nahm auch ein kleines Notizbuch zu Hilfe sowie einen Bogen weißen Papiers auf welchem er Berechnungen anzustellen schien räusperte sich schien etwas sagen zu wollen schwieg aber wieder Natascha hatte eine Reiseschreibmaschine unter dem Bett hervorgezogen das Frühstücksgeschirr auf dem Tisch beiseite gerückt sich niedergesetzt und gewartet dann wurde sie ungeduldig ging ans Fenster und öffnete es herein drang der Geruch von feuchtem Asphalt ein Sprengautomobil zog die weißen Fächer seiner Wasserstrahlen an den Bordschwellen entlang ein kleiner Milchwagen blau wie ein himmlisches Schaf rasselte aufgeregt mit einer Glocke da hörte Natascha Herrn Baranow sagen hör zu sie drehte sich um kam langsam auf den Tisch zu setzte sich und stützte das runde Gesicht in die Hände die runde eingeführt und durch diese sind ein paar leute ans Ruder gekommen die nun Kirchen bauen wollen und Tempel zerstören es hat schon Ausschreitungen gegeben die Partei des vertriebenen Fürsten konspiriert gegen den Missionar und der hat sich eine Leibgarde angeschafft von bekehrten Bergbauern es gärt und das ist die Hauptsache wir sind immer dankbar wenn andere Unzufriedenheit stiften unsere Leute organisieren die Kleinbauern besonders die die am Fluss wohnen und die anderen die in der Nähe der Ölfelder angesiedelt sind hoffentlich schlagen sie den Missionar nicht tot das wäre unangenehm Amerika müsste dann einschreiten die dialektische Methode ist mir lieber und sicherer ist sie auch die dialektische Methode sagte Natascha und betrachtete aufmerksam die Tastatur der Schreibmaschine und sie sind ganz sicher Kostja dass die dialektische Methode Erfolg haben wird nun ich glaube dass dies durch die Untersuchungen Marxens Plaschenovs und Lenins endgültig festgestellt worden ist also sie prophezeien Kostja sie prophezeien aus Büchern Herr Baranov zündete eine Zigarette an und zog den Rauch tief in seine Hühner Brust deine Skepsis gegenüber den Richtlinien der Partei wird manchen sicher interessieren Schreib jetzt Herrn Baranoffs farblose Augen starten böse er sah aus wie ein gereizter an Fettsucht leidender Kater an den Vorsteher des Departements für Justiz und Polizei Genf Herr Staatsrat Unverantwortliche fremde Elemente treiben mit den altbewährten Institutionen einer der ältesten Demokratien Europas ihr frevelhaftes Spiel Sie wagen es unter dem Vorwand der Polizei Hilfe zu leisten notwendige Verhaftungen zu unterbinden Ist es Ihnen nicht aufgefallen in wie viele Widersprüche sich ein Universitätsprofessor verwickelt hat als er in offiziell über den geheimnisvollen Mordfall an der Place du Mollard ausgefragt wurde außerdem fühle ich mich verpflichtet sie von einer unbekannten Tatsache in Kenntnis zu setzen in stummte Möchte Möchte ich Sie Herr Staatsrat in Ihrer schweren Säuberungsaktion streich schwer schreib schwierig schwierigen Säuberungsaktion unterstützen und unterbreite Ihnen daher diese Fakten Es ist nötig mit einem eisernen Besen den Besen unterstreichen diesen ganzen ausländischen Schmutz aus unserem schönen Land zu kehren In der Hoffnung dass meine bescheidene Hilfe Ihnen von Nutzen sein wird zeichne ich mit ergebenster Hochachtung ein Freund der Genfer Justiz Der Genfer Justiz sagte Natascha drehte die Walze um das eingespannte Papier so schnell wie möglich zu befreien hielt plötzlich inne und blickte zur Tür diese öffnete sich langsam ein roter Haarschopf leuchtete in der Spalte dann erst war ein leises Klopfen zu hören Abschnitt 2 Herein sagte Varanov er saß mit dem Rücken zur Tür wandte sich nicht um denn er dachte es sei das Zimmermädchen das Frühstücksgeschirr holen wolle Okie trat ruhig an den Tisch nahm den Brief auf und las ihn Natascha hinderte ihn nicht daran es schien ihr sogar recht zu sein dass der Brief gelesen wurde Ich würde ihn nicht abschicken an ihrer Stelle Monsieur sagte Okie und Varanov der zum Fenster hinaus gesehen hatte fuhr herum Ach Sie sind's sagte er und beruhigte sich wieder Okie ließ sich in einen Foteuil fallen und seine Gelenke knackten Ich habe zu wenig Sport getrieben in der letzten Zeit bin ganz eingerostet aber was den Brief betrifft ich würde ihn nicht abschicken und warum nicht weil ich sonst meinem Freund dem Kommissar erzählen müsste wer den Brief geschrieben hat und das könnte sehr unangenehm werden für den Freund der Genfer Justiz wäre das fair fragte Varanov Okies Augen wanderten im Zimmer umher blieben am Waschtisch haften er stand auf machte über der Schüssel die Gebärde des Händewaschens was ist fair Monsieur fragte er dagegen so möchte ich in Anlehnung an Pilatus fragen wir spielen ein Spiel und das Spiel hat nur eine Regel Erfolg nicht wahr was hat da Fairness zu suchen es gefällt mir nicht immer das Spiel aber es ist ja nicht die erste Partie die wir spielen nicht wahr 72 wir wissen zu viel voneinander sie sind offizieller Korrespondent der Bravda ich vom Club was wir daneben treiben ist gleichgültig aber arbeiten sie mit den Behörden so kontaminiere ich ebenfalls bei den Behörden ich habe im Palais nichts von ihnen gesagt werde auch nichts sagen aber Okis weiche Stimme gefrohr ein wenig lassen sie meine Leute in Ruhe lassen sie die Finger vom Professor lassen sie die Finger von Fräulein Lemoyne Fräulein Lemoyne ist schon verlobt grinste Baranow wenn sie heiraten wollen müssen sie schon jemand anderen suchen 72 sagte Okis warnend dehnte dann die Arme und gähnte verächtlich ich warne sie sie können nicht boxen reizen sie mich nicht übrigens woher haben sie die Neuigkeit mit dem verrückten in Bel-Air ist das wahr merkwürdig dass mir Fräulein Lemoyne nichts davon erzählt hat sie hatte wahrscheinlich wichtigeres mitzuteilen höhnte Baranow Okis machte zuerst Miene seine verstreuten Glieder einzusammeln blickte dann auf Natascha streckte sich wieder aus wenn sie nicht so fett wären 72 würde ich sie ohrfeigen aber es lohnt sich nicht nennen sie mich nicht immer 72 nur Zuchthäusler ruft man bei ihrer Nummer und ich bin kein Gefangener was nicht ist kann noch werden bemerkte Okis friedlich und wir wollen uns nicht streiten aber ich möchte gerne noch wissen was mit dem Patienten los ist auf den sie anspielen von wem haben sie etwas erfahren und überhaupt was hat der Mann für eine Rolle gespielt in der ganzen Affäre er hat Crawley gesehen sagte Baranov ich brauchte es ihnen ja nicht zu sagen aber immerhin eine Hand wäscht die andere und vielleicht können sie mir auch einmal nützlich sein er hat Crawley gesehen wiederholte Okie gedehnt er war also an jenem Abend an der Place du Mollard dann war es warten Sie Baranov dann war es der Mann mit den weißen Tennis Hosen den die Polizei sucht ja und Match hat die ganze Zeit davon gewusst ich glaube nicht dass Fräulein Lemoyne etwas von der Rolle gewusst hat die Niedegger in der ganzen Affäre gespielt hat es war übrigens keine große Rolle nur Statist war er aber er weiß viel schwieriger wird es schon sein es aus ihm heraus zu graben sie haben bös gehaust mit ihm Sie wer sind die Sie Das müssen Sie nicht etwa dass ich ein Interesse hätte die Leute zu schützen aber alle Geschäftsgeheimnisse darf man nicht ausplaudern sagen Sie 72 pardon Baranov wie stehen heute die Standard Oil Standard Oil warum aber noch nicht nachgesehen da vor Ihnen auf dem Tisch liegt eine Zeitung schauen Sie selbst nach Shell Transport hat aufgeholt sagte Okie nach einer Weile und die zwei ein Viertel Anatol ist seit gestern um sieben Achtel in Frankfurt gefallen Was wird gespielt dort unten Baranov Kann man keinen Tipp bekommen Wer managt dort unten die Sache denn dass es Petrol ist weiß ich bereits aber ich sage ich weiß noch nicht gegen wen es geht und wer der dritte ist sie etwa kost ja pass auf sagte natascha er will dich nur ausholen vielleicht sah Baranov einen Augenblick erstaunt auf aber es war wohl mehr das ungewohnte duo das ihn zum Aufschauen brachte dann lachte er ein unangenehmes heiseres lachen hören sie das mädchen okay ist das nicht zum aus der haut fahren will einem alten parteifunktionär die leviten lesen und dabei hat dieser besagte parteifunktionär die ganze geschichte erst auf die beine gestellt es ist noch idealistisch gesinnt das kleine mädchen mein liebes kind dies zu natascha wir machen hier in tatsachen und nicht in parteipropaganda es wird dir auch gar nichts nützen nach moskau zu berichten dass ich mit okay hier verhandelt habe ich habe vollmacht verstehst du und du bist meine untergebene überhaupt die sache ist so gut wie perfekt und wenn ihr uns doch zu vorkommt so hat das nichts zu sagen mit euch lässt sich immer verhandeln ihr braucht uns wir brauchen euch nur mit den Amerikanern wollen wir nichts zu tun haben verstanden also hören sie okay die lage der felder ist günstig drei kilometer von einem fluss der auch für große tank schiffe genügend tiefgang hat euer bose ja sir avindranat eric bose mit dem horn gefassten monockel hat euch verraten und jetzt baranow klopfte mit seinen kurzen fingern auf den schiffre brief jetzt macht sich ein amerikanischer missionar unten bemerkbar stöbern sie den vertriebenen fürsten auf okay dann ist alles in ordnung wir einigen uns schon aber die amerikaner müssen raus wissen sie dass die leute schon bohrmeister geschickt haben der junge fürst ist loyal er hat die englischen interessen schützen wollen und hat dem bose vertraut passen sie auf den bose auf okay der kerl ist raffiniert aber vielleicht nun das ist ihre sache 72 sagte okay nach einer pause in der er abwechselnd seine stiefel spitzen natascha und baran aufs hände betrachtet hatte 72 sie haben schon einmal versucht mich anzuschmieren damals in paris wissen sie es soll ihnen vergeben und vergessen werden wenn sie mich jetzt nicht anschwindeln aber ich traue ihnen nicht sie sind zu treuherzig irgendwas steckt dahinter wir werden sehen und sie werden sich wohl die finger verbrennen ok sammelte nun endgültig seine verstreuten glieder ein stand auf dann trat er zum tisch lehnte den rechten schenkel an die tischkante und sprach gegen das offene fenster hin was ist das übrigens für ein vertrag der crawly gestohlen worden ist darum ist er doch ermordet worden oder hat der alte bauze mit euch paktieren wollen doppeltes spiel treiben antworten sie nun ungescheu 72 wir sind ja auch nicht ganz dumm baranufs großporige gesichtshaut wurde fleckig grau und weiß er zündete umständlich eine zigarette an und es muss festgestellt werden daß seine hände nicht zitterten er war eben wie er sich selbst gerne nannte ein altes zirkuspferd und bekanntlich ticken sie glauben gar viel zu wissen ok sagte er ruhig aber sie wissen eben doch nichts sonst wenn sie nämlich alles wüssten würden sie vielleicht noch angst bekommen wegen des fliegen gottes machen sie sich nicht lächerlich man hat doch schon allerlei erlebt und die furcht ist auch ein aber glaube und wenn noch jemand sterben soll so werde ich es nicht sein glauben sie mir sie sind sehr sicher ok desto besser aber ich habe zu tun auf wiedersehen baranow stand auf öffnete die tür ok verbeugte sich von natascha dann verschwand er lächelnd aber kaum hatte sich die türe hinter ihm geschlossen als baranows gesicht sich veränderte plötzlich war es eine maske eine jener masken die neger tragen wenn sie kultische tänze aufführen er hob den hörer ab nannte eine nummer benachrichtigen sie den meister dass eine untersuchung in bel-air stattfinden wird gegen den professor ist vorzugehen schicken sie die dokumente an den staatsanwalt ich gebe den rat den patienten stumm zu machen was sie können nicht vermorgen warum so weil sie nicht dienst haben nun es wird nicht so eilen gut ende von teil zwölf gelesen von hukuspokus teil 13 von der tee der drei alten damen von friedrich klauser abschnitt drei in in der mittags stunde bei fräulein sorelle der dichterin gelang es natascha ihrem jungen freunde jakob zuzuflüstern in einer halben stunde am kurde rief jakob nickte und freute sich eine stunde physik und eine stunde geschichte seiner ersten liebe zu opfern ich weiß es gibt in der liebe größere opfer aber diese kommen später sie nahmen das tram bis Jussi aber sie umgingen dann das berühmte wirtshaus in welchem match mit tevinus zu nacht gegessen hatte nahmen einen feldweg der sie in die wälder führte die laubwälder die sich ausdehnen weit und flach bis zur savoyischen grenze besonders in der woche waren diese wälder wenig von störenden menschen heim gesucht in einer lichtung lagerten sie sich durch die stämme war flugzeuge ratterten schwarze heuschrecken über die grashalme hatten plötzlich rote tragflächen und die mücken spannen seltsame tongewebe natascha zog sich hinter einem busch aus trat hervor in einem badeanzug ihr körper war dunkel braun als jakob gestand er trage auch immer eine badehose in der tasche wurde er gelobt und aufgefordert sich auch von der sonne bescheinen zu lassen die sonne schiene nämlich auch für kleine bürger wie er einer sei aber dann schämte sich jakob denn er kam sich lächerlich vor viel zu knochig er ärgerte sich über seine dünnen waden und bedauerte innerlich in der letzten zeit zu wenig geturn zu haben wie ein knochen gerüst sehe ich aus klagte er und du wirst dich sicher über mich lustig machen er versuchte zaghaft nataschas runde schulter zu streicheln die haut war trotz ihrer bräune sehr kühl natascha rückte nicht weg aber sie blickte ernst und ein wenig traurig in den himmel der aus einem sehr zarten blauen stoff war wir müssen vernünftig sein kleiner junge sagte sie wir haben viel zu besprechen und du musst mir helfen dein Bruder ist doch advokat helfen zu müssen schien jakob sehr schön er stützte den langen schädel und die haare darauf ringelten sich feucht auf die geballten fäuste und blickte aufmerksam auf zu der frau natascha erzählte zuerst in den himmel hinein dann drehte sie sich auf die seite es war als würden ihre blicke angezogen von den aufmerksam auf sie gerichteten augen und so kam es dass vorgänge der letzten wochen das geringste interesse besaß zuerst einen teil der wahrheit erfuhr weißt du begann natascha ich bin gar nicht sekretärin bei der russischen delegation sondern eine agentin eine spionin jakob rosenstock verzog das gesicht die tatsache dass seine freundin eine spionin war passte nicht in sein weltbild das war augenblicklich begrenzt von den versen einiger dichter vom ende des vorigen jahrhunderts und in diesen versen war eine gläserne wirklichkeit aufgebaut worden in der nackte tatsachen politische materialistische keinen platz finden konnten aber schließlich war natascha kein ätherisches wesen keine ferne prinzessin und jakob liebte an ihr vielleicht gerade das was ihn hätte stören sollen das robuste das robbenhafte darum war eigentlich gar nichts zu verzeihen sie war eine spionin nun gut es schmeckte nach hintertreppen roman aber eigentlich nur das wort denn die frau diese natascha war ein einfacher mensch vielleicht hatte sie ihren beruf aus idealismus ergriffen und der politische idealismus hatte mit dem ästhetischen doch vieles gemein vor allem wohl den aufenthalt in einer selbst erbauten unsicheren welt übrigens war es schön in der sonne das gras war trocken es roch nach zerriebenen minze blättern ameisen und käfer trieben auf den gliedern der beiden liegenden geologische studien man wußte in der ferne war der see es war schön sich nach seiner kühle zu sehnen irgendwo gab es auch noch eine stadt mit einer schule darin in der man eine prüfung bestehen sollte aber das war nicht wichtig und diese tatsache vergaß man besser jakob nahm nataschas hand legte seine wange darauf und sagte still und ergeben also du bist eine spionin wenn schon und ich arbeite vor natascha fort mit einem agenten zusammen dessen name nichts zur sache tut schon lange es werden bald vier jahre sein dann bist du natürlich seine geliebte stellte jakob ruhig fest aber diese ruhe war doch nur scheinbar es tat ganz abscheulich weh in der magengrube und in seine augen traten tränen so als hätte er an einer ammoniak flasche gerochen zuerst wollte natascha lachen unterließ es dann aber sie hob langsam die hand auf der jakobs wange lag und damit seinen kopf küsste des jungen augen und ließ den kopf sanft auf ihre brust sinken jakob fand es liege sich da sehr weich er streckte sich und seufzte befriedigt etwa wie der airdale ronnie wenn er einmal ausnahmsweise auf dem sonst verbotenen sofa liegen durfte jakob mußte lächeln denn es war lustig natascha weitersprechen zu hören es dröhnte dann so merkwürdig tief innen in ihrer brust und durch das andere ohr vernahme ihre stimme sehr weit als würde sie als echo vom hohen himmel zurückgeworfen dummer kleiner junge sagte natascha wenn du den mann kennen würdest würdest du nicht so dumm fragen ich bin seine sekretärin und weißt du er ist dick und schon ein wenig alt aber das ist nebensache ich wollte von etwas anderem sprechen du kennst doch den alten professor du hast mir doch einmal erzählt dass du die schule geschwänzt hast um in seine vorlesungen zu gehen professor dominiz fragte jakob hob den kopf ganz hell wach aber er wurde schnell wieder in seine ursprüngliche stellung zurückgedrückt was ist mit dem professor wladimir mein bruder hat so dunkle andeutungen gemacht der professor sei in einer schwierigen situation was ist weißt du etwas hast du den professor gern wollte natascha wissen außer meinen brüdern ist er der einzige intelligente mensch der in der stadt genf herum läuft sagte jakob überzeugt ich meine unter den männern du bist auch nicht dumm danke sagte natascha aber wir können uns später komplimente machen nun dein professor ist in gefahr und dass er in gefahr ist daran bin auch ich nicht ganz unschuldig das ist aber so gekommen als wir nach genf kamen und wir kamen zu einem ganz bestimmten zweck mussten wir zuerst einen englischen diplomaten beobachten der mit einem indischen staat in verbindung steht dieser hatte einen privat sekretär und an diesen sekretär sollte ich mich heran machen aber das gelang nicht der sekretär war anders als du ich interessierte ihn nicht da bemerkte mein mitarbeiter dass dieser sekretär crawley hieß er und von seinem bruder hast du ja gehört dass dieser mit deinem professor eng befreundet war nun versuchten wir näheres über den professor zu erfahren er ging oft zu einem apotheker und von diesem apotheker hatten wir schon in paris gehört er war bekannt als lieferant von rausch giften mein mitarbeiter ist auch mit der sogenannten unterwelt in verbindung er ließ sich an den apotheker empfehlen und durch zufall traf es sich dass ein bekannter ihn persönlich bei diesem apotheker einführen konnte und gerade an dem abend an dem mein kollege bei diesem apotheker war wurde auf den alten mann ein überfall versucht mein mitarbeiter übrigens heißt er baranow konnte bei der abwehr helfen und zum dank erzählte ihm der apotheker verschiedenes es war merkwürdig denn dieser älteste war als verschwiegen bekannt aber durch älteste erfuhr baranow dass dein professor sich mit giften abgab dass er morphinist sei dass er sich viel mit okkulten phänomenen beschäftige und dann sei da noch etwas aber da wollte der apotheker nicht weitersprechen wir haben dann nur noch später aus andeutungen erfahren dass es hier in genf eine art geheimen ordens gibt das hat uns nicht weiter interessiert die nichtstuer des kapitalistischen regimes müssen doch irgendeinen zeitvertreib haben aber die erzählungen des apothekers zusammen mit anderen mitteilungen die baranow erhielt nämlich dass der professor schulden habe genügten uns um den professor in der hand zu haben nun begann baranow die vorlesungen des professors zu besuchen machte sich an ihn heran lud ihn einmal zum abendessen ein stellte sich als ein Korrespondent davor der über das laboratorium des professors einen artikel zu schreiben gedenke erzählte viel von russland lud den professor ein am dortigen psychologischen forschungsinstitut einen vortrag zu halten dominiz ging aus seiner reserve heraus baranow wurde eingeladen ihn einmal besuchen zu kommen und baranow ging hin nahm mich mit natascha schwieg eine weile sie hatte mit einer neutralen stimme gesprochen während des schweigens wälzte sich Jakob zur seite er stützte den kopf auf die hand und betrachtete seine freundin wie einen fremden menschen für den alten mann ist dies ein böser abend gewesen und ich muss gestehen dass er mir leid getan hat aber was soll ich mit mit mitleid anfangen wenn das schicksal eines ganzen landes auf dem spiele steht wir hatten erfahren dass der englische diplomat der hier die interessen eines indischen randstaates vertritt irgendetwas gegen uns plante und wir wussten nicht genau was es war er hatte besprechungen mit den vertretern von buchara und türkistan es ging gegen uns das war alles was wir wussten wir mussten irgendwie an crawley herankommen nun gingen wir also zum professor ich wurde als sekretärin vorgestellt Jakob gähnte die blätter über seinem kopf waren grün durchscheinend wie fein ausgewälzte gold plättchen muss ich viel politik lernen fragte er faul es wäre doch viel schöner hier zu liegen und an nichts zu denken aber du verlangst dass ich mir den kopf über deine rätselhaften geschichten zerbreche denn ich sehe noch gar nicht ein wie ich dir helfen soll kannst du nicht einfach sagen tu dies tu das oder willst du nicht lieber mit meinem bruder dem advokaten sprechen der weiß in solchen dingen viel besser bescheid das geht nicht manchmal wirst du allein entscheiden müssen und dann kann ich nicht immer hinter dir her sein wie dein kindermädchen natascha seufzte jakob du wirst mich hoffnungslos kompromittieren mein bruder isaac ist ein guter mann aber wenn er erfährt dass ich mich mit kommunistischen agenten herumtreibe wird er mich aus dem haus jagen nun das ist ja gleich du nimmst mich dann nach russland mit und wir heiraten vielleicht hast du mich dann bekehrt aber natascha lachte nicht was willst du in russland machen alles was du bis jetzt gelernt hast wird dir gar nichts nützen auch die sprache kennst du nicht vielleicht wäre es doch eine rettung für dich du würdest wenigstens nicht hier in aller bequemlichkeit verfaulen ohne ziel und zweck jakob schien zu erwachen ja ein ziel seufzte er und seine stirnhaut war dabei komisch gewählt erzähle weiter natascha du bringst mich ganz durcheinander also vor zwei monaten an einem abend haben wir beide den professor besucht er empfing uns sehr freundlich seine haushälterin diese jean pochon brachte Tee und Rum und kleine schokoladen kuchen dann ging sie wieder hinaus und wir blieben allein übrigens die haushälterin kannten wir schon wir hatten uns an einen ihrer mieter herangemacht einen gewissen nieder und auf den waren wir auch durch den apotheker gekommen natascha schwieg wieder es schien jakob fast als enthalte dieses schweigen ein wenig verlegenheit und er betrachtete seine freundin erstaunt weil er sie nie unsicher gesehen hatte sie fuhr fort baranow ging zuerst unter den erstaunten blicken des professors zur tür öffnete sie um nachzusehen ob niemand horche und dann begann die unterhaltung er kann sehr grausam sein mein mitarbeiter zuerst warf er dem professor an den kopf dass er morphium nehme und dass er ihn ohne weiteres an der universität unmöglich machen könne wenn er diese tatsache publik mache der professor war ganz verstört und fragte was er denn getan hätte um so behandelt zu werden baranow antwortete nicht und wartete bis sich der professor ein wenig beruhigt hatte dann kam der zweite schlag sie haben schulden sagte baranow und zählte die gläubiger auf wenn ich nun all diesen leuten verrate wie viel sie im ganzen schuldig sind so kommen sie wegen betrug ins gefängnis es nützte dem professor nichts zu erklären er habe das geld doch für wissenschaftliche zwecke gebraucht er selber sei doch bedürfnislos er habe sein geld verloren weil er zu vertrauensvoll gewesen sei bei einem bank krach baranow sagte trocken gewiss sie werden nicht lange im gefängnis bleiben man wird sie in eine irren anstalt bringen und dann ins Altersheim der professor erholte sich er lächelte sogar ich weiß was sie jetzt denken aber mit diesem ausweg ist es auch nichts fuhr baranow mit leidlos fort sie denken an selbst mord aber das können sie nicht sie sind religiös erzogen worden sie haben in ihren abhandlungen so viel schönes ethisches zeug verzapft dass sie doch daran glauben müssen die letzte Hemmung werden sie nicht überwinden können da nickte der professor traurig sie werden wohl recht haben flüsterte er jakobs kinn hing ein wenig blöde herab aber er lauschte mit einer qualvollen aufmerksamkeit er fragte und du bist da gesessen und hast kein wort gesagt du hast zusehen können wie man diesen alten mann so gequält hat mein lieber Junge ich habe so viel derartige Szenen erlebt dass ich mit der Zeit unempfindlich geworden bin glaubst du dass eine operationsschwester mitleid mit jedem patienten haben kann der unter dem messer stöhnt das das sind reaktionen denkt sie vielleicht und ich denke das gleiche ich saß daneben mit meinem block auf den knien und wartete bis mir baran auf das zeichen zum nachschreiben geben würde denn das alles war ja nur die einleitung dann kam der dritte schlag baran warf dem professor vor er habe an seinen schülern und ohne deren wissen mit giften herumexperimentiert das stimmt nämlich und zwei davon waren einmal ziemlich krank geworden aber ohne den zusammenhang zu ahnen aber dass jemand davon wußte erschütterte den professor so sehr dass er in ein haltloses weinen ausbrach baran ließ die krise vorüber gehen da tat er mir zum ersten Male leid denn plötzlich legte der alte mann seinen kopf an meine hüfte ich stand neben ihm er saß so als ob er schutz suchen wollte bei mir und ich habe ihm ganz ohne es zu wollen das haar gestreichelt du bist doch ein guter kerl natascha sagte jakob und drückte seine lippen auf die weiche haut der ellenbogen beuge aber seine freundin wehrte ab das sind sentimentalitäten aber es ist eben immer so bei den ärgsten gräueln bleibt man kalt aber wenn plötzlich an ein tiefes gefühl appelliert wird ist man hilflos und leidet mit aber baranov wurde ungeduldig also hören sie sagte er scharf und da fuhr der professor zurück und packte die armlehne seines stuhles wie ein patient der sich beim zahnarzt auf das ausreißen eines zahnes vorbereitet wir haben in erfahrung gebracht dass der indische delegierte bei dem ihr schüler krawley sekretär ist die ausarbeitung seiner vertragsentwürfe eben diesem krawley überlässt nun scheint sich aber krawley mehr mit psychologie als mit diplomatie zu beschäftigen wir aber brauchen die vertragsentwürfe verstehen sie nun werden sie krawley erzählen dass sie im begriff seien ihre notizen zu sammeln und sie möchten diese arbeit gleichzeitig in französischer und englischer sprache herausgeben dazu aber bedürfen sie seiner mithilfe er wird ihnen einwenden dass er von seinem vorgesetzten zu sehr in anspruch genommen wird da sagen sie dann sie wüssten ihm eine gute entlastung sir bose gebe ihm doch seine entwürfe immer in stichworten die könne er doch einem anderen schnell diktieren sie professor wüssten einen vertrauenswürdigen menschen der ihm crawley einen teil der arbeit abnehmen würde und sir bose braucht ja von der ganzen geschichte nichts zu erfahren der vertrauensmann den sie ihm empfehlen werden wird seine instruktionen von mir erhalten sie brauchen sich dann um die ganze geschichte nicht mehr zu kümmern und wer soll dieser vertrauensmann sein fragte der professor ein gewisser Niedecker sagte Baranow ein ehemaliger staatsangestellter der augenblicklich arbeitslos ist Niedecker fuhr der professor auf kennen sie ihn denn der professor schwieg und Baranow wollte nicht weiter fragen vielleicht wäre es besser gewesen wenn er mehr interesse gezeigt hätte wenn sie das zustande bringen professor so zahlen wir ihnen vorläufig 5000 franken um sie aus ihren Erxenschulden heraus zu bekommen sobald wir den wichtigen Vertrag in Händen haben stehen ihnen weitere 5000 zur Verfügung Jakob seufzte schwer auf es schien ihm als habe die Sonne ihre ganze Helligkeit eingebüßt die Frau neben ihm war ihm fremd und verhasst er starrte sie an und sie fühlte den Hass aber sie war auf tapferkeit trainiert und außerdem hatte sie noch trümpfe in der Hand man konnte sie vielleicht psychologische trümpfe nennen von denen der naive junge nichts wusste nachdem Baranow seine Rede gehalten hatte fuhr sie fort schwieg er der professor saß steif in seinem lehnen stuhl sein Bart zitterte mein herr sagte er was wagen sie mir vorzuschlagen ich soll einen ahnungslosen gentleman er sagte gentleman der nicht nur mein Schüler ist sondern auch noch Vertrauen zu mir hat einfach verraten professor antwortete ihm Baranow sie verwechseln die Zeiten wir leben jetzt im dritten jahrzehnt des zwanzigsten jahrhunderts und nicht mehr am ausgang des neunzehnten damals hat man noch solche phrasen gemacht in ihren moralisierenden broschüren macht sich dieser sogenannte idealismus vielleicht noch gut aber heutzutage regieren die tatsachen die tatsachen aber sind folgende sie haben schulden sie sind morphinist sie haben unerlaubte experimente gemacht nehmen sie an nehmen sie nicht an mir kann es gleich sein ich finde schon andere wege um ans ziel zu kommen aber ich mache ihnen einen guten geschäftlichen vorschlag nicht weil sie mir besonders sympathisch sind sondern weil dies ein leichterer weg für mich ist nehmen sie nicht an bitte dann erscheint morgen in der tribün oder in der Swiss ein anonymer artikel über sie tun sie was sie wollen das Menschen wille ist sein himmelreich sagen die deutschen und die müssen es ja wissen denn sie haben seit etwa einem jahrhundert den himmel metaphysisch exploriert der professor kehrte sich ab er legte den kopf auf die schreibtisch platte sein haar schimmerte unter der lampe es sah ein wenig nach pose aus aber vielleicht war es doch echt wenigstens zuckten seine schultern so als unterdrücke er ein schluchzen dann hob der professor wieder den kopf gut sagte er nur ein verstanden vor der türe knackte etwas baranov sprang auf friss die türe auf es war dunkel im gang niemand zu sehen es ist ein altes haus sagte der professor die dielen knacken oft baranov sah ihn misstrauisch an schläft ihre haushälterin manchmal in der wohnung jeanne nein die ist schon lange fort gegangen ich habe gehört wie sie die wohnungstür abgesperrt hat dann haben sie scharfere ohren als ich schreiben sie sagte baranov dann zu mir er diktierte rasch eine zusammenfassung der unterredung die einem geständnis gleich kam ich hatte meine maschine mitgebracht und schrieb und schrieb das ganze ins reine baranov und der professor unterzeichneten ein exemplar erhalten sie eins behalte ich das dritte deponiere ich an einem sicheren ort mit der weisung das der staatsanwaltschaft einzusenden falls mir plötzlich etwas zustoßen sollte ich habe meine erfahrungen gemacht mit leuten die sich gerne mit giften beschäftigen sagte baranov noch sie haben jetzt auch eine waffe gegen mich in der hand sie können mich wegen erpressung anzeigen aber sie werden es wohl nicht tun jetzt war wieder deutlich das knacken draußen vor der türe zu hören aber wieder war der gang leer als baranov die tür auf riss das gefällt mir nicht sagte er wir wollen gehen das war die erste Szene dieses Trauerspiel Ende von Teil 13 gelesen von Hokus Pokus Teil 14 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser Abschnitt 4 Die Voirons jener Höhenzug der aussieht wie ein behaglich hingelagerter Riese über und über schwarz behaart schickte Windstöße als Botschaft zum See um ihm zu verkünden der Abend sei nahe langsam stand Jakob auf wie ein Mann den man mit einem schweren Sack bepackt hat und der sich nun aufrichten muss er machte ein paar Schritte sehr unsicher waren sie bis zu den ersten Stämmen der Lichtung kehrte dann wieder zurück und ließ sich zu Boden fallen Natascha packte die mageren Knabenschultern siehst du sagte sie das war das schwerste was jetzt kommt ist nur halb so schlimm und dann kann ich dir auch sagen wie du mir helfen kannst wenn du es noch willst sie ließ ihre Hände über die Schultern zum Hals wandern dann hielt sie den Kopf gepackt drehte ihn trotz seines Sträubens zu sich und blickte lange in die Augen Jakobs der Blick hatte eine sonderbare Wirkung Jakob riß sich los begann zu weinen das Gesicht ins Gras vergraben mein kleiner sagte die Frau tut es weh ja es tut vielleicht weh wenn man Bilder zertrümmert aber es ist sicher notwendig du hast immer so vom Professor geschwärmt vom Meister wie du gesagt hast und mich hast du auch anders gesehen nicht wahr ist es das Jakob nickte eifrig ein trockenes schluchzen ließ die hervorstehenden Schulterblätter auf und ab hüpfen Natascha hob wieder Jakobs Kopf sie küsste die geschlossenen Augen nahm ihnen die Lippen waren weich auch die Haut ihrer braunen Arme Jakob wurde ruhig und nun willst du mich hassen fragte die Frau die in Genf unter dem Namen Koligina auftrat die Agentin 83 die sich Mühe gab Politik und Liebe auf einen Nenner zu bringen die vielleicht wir wissen es nicht aber anzunehmen wäre es ja die Genossen Ulianov und Braunstein persönlich gekannt hat und vielleicht hätten diese asketischen Genossen sich aufgeregt dass die Agentin der proletarischen Internationale mit einem Jungen schäkert denn Sentiment und Liebe sind eine Zerstreuung für indolente Bourgeois und entbehren jeglicher aufbauende Eigenschaften aber trotz aber trotz all dieser Erwägungen müssen wir feststellen dass besagte Natascha eigentlich ganz zufrieden war sie war ja nicht so gar viel älter als dieser junge Rosenstock vier fünf Jahre vielleicht sie sagte Natascha auch der kleine Junge hasst die böse alte Hexe die Menschen quälen lässt und sich daran erfreut ist es nicht so Jakobs lachen war darauf noch feucht mit schluchzen vermischt du hast es doch für deine Überzeugung getan und nicht für Geld stotterte er vielleicht habt ihr auch das Recht so zu handeln oder das ist gleichgültig Natascha wurde wieder ernst ich muss noch fertig erzählen der Professor hat seinen Vertrag gehalten bis kurz vor Crawleys Tod da ist eine Veränderung mit ihm vorgegangen plötzlich war nichts mehr mit ihm anzufangen es war als hätte er plötzlich einen neuen Rückhalt bekommen Baranow konnte drohen so viel er wollte er erhielt immer die gleiche Antwort bitte tun sie was sie nicht lassen können und Baranow konnte nicht einmal mit seinem unterschriebenen Dokument herausrücken sonst hätte er sich ja selbst bloß gestellt dieses ganze Geständnis des Professors war ja eigentlich nur eine Waffe solange sich der Professor unsicher fühlte und plötzlich benahm er sich sicher er ließ Baranow von einer Bank 10.000 Franken überweisen er hatte auf einmal Geld und wir konnten nicht herausbringen woher älteste der Apotheker wurde schweigsam ob er vor irgendetwas Angst hätte er ließ sich verleugnen wenn Baranow ihn besuchen wollte ich habe dann Crawley überwacht und zugleich den Professor die beiden waren fast immer zusammen aber jeden Tag sind sie mir auf ein oder zwei Stunden entwischt und ich konnte nicht herausbringen wohin sie verschwunden waren und dann kam das Merkwürdigste Niedecker der für Crawley immer noch die Auftragsentwürfe abschrieb brachte uns an einem Tag die Abschrift eines merkwürdigen Dokumentes Vertragsentwurf zwischen dem indischen Randstaat in dem der alte Bose Landverweser ist und du wirst es nie erraten und Moskau Baranow lief zur Delegation die wussten gar nichts von der Sache also machte sich jemand lustig über uns nie Decker war darauf verschwunden wir haben ihn gesucht er hatte sein zimmer bei jener jeanne pochon der haushälterin des professors nie war er daheim wenigstens behauptete es die frau und wie sollten wir ihre aussagen kontrollieren dann kam Crawleys geheimnisvoller tod ich bin am nächsten Tag ins Spital gegangen um zu sehen wie es dem jungen geht aber ich habe nichts erfahren können an einem abend habe ich ältester besucht das heißt ich wollte ihn besuchen aber der laden war geschlossen ich habe geklopft aber niemand hat mir antwort gegeben durch die geschlossene tür habe ich ein merkwürdiges singen gehört so wie in unseren alten russischen gottesdiensten klang es das singen gegen morgen bin ich dann noch einmal hingegangen aber da war alles still am abend haben wir dann erfahren ältester sei ermordet worden und das schwierigste für mich ist folgendes ich habe gemerkt dass baranow gegen mich arbeitet er weiß etwas und das sagt er mir nicht heute hat uns ein engländer besucht und da hat baranow sehr merkwürdig gesprochen einen teil der wahrheit gesagt einen teil verschwiegen als der engländer dann fort war hat baranow telefoniert er hat etwas von einem meister verlauten lassen und ich habe nicht verstanden wen er damit gemeint hat nur dass du den professor meister nennst hat mich auf den gedanken gebracht dass vielleicht doch der professor hinter der ganzen sache steckt er hat ja gewusst dass nieder für uns arbeitet und nieder ist jetzt im irren haus verrückt geworden darum haben wir ihn nicht gefunden aber auch hinter dieser verrücktheit steckt etwas ein sonst normaler mensch und dieser nieder war ein harmloser bursche hatte ein wenig überspannte religiöse ideen nein sagte sie plötzlich fest der professor ist es nicht denn baranow will ja den Professor aufliegen lassen es muss da noch einen anderen meister geben also du musst mir helfen ich kann nicht zu dem englischen journalisten gehen du musst deinen bruder dem advokaten sagen er soll sich des professors annehmen baranow will ihn hoch gehen lassen und ich habe heute einen anonymen brief schreiben müssen an die staatsanwaltschaft und dann hat baranow noch telefoniert jetzt verstehe ich gar nichts mehr unterbrach da Jakob das ganze kommt mir wie ein ungeheurer italienischer salat vor du musst klarer reden natascha wenn ich dir helfen soll mein gott sagte natascha wie spät ist es sie grub aus ihrer handtasche eine kleine uhr schon sechs wir müssen in die stadt zurück ich will dir sagen was du tun sollst du musst den professor überzeugen dass er sich an deinen bruder wendet und ihm alles erklärt du musst dem professor sagen dass er den englischen journalisten um hilfe angehen soll und in der irren anstalt sollen sie auf ihren patienten aufpassen auf den niedecker wirst du dich daran erinnern ich weiß morgen gibt es eine große aktion ich möchte sie verhindern der professor ich will nicht dass ihm etwas geschehen soll also du weißt was du zu tun hast sei ruhig natascha ich will schon alles machen und du weißt nicht von des professors seite natascha schauderte leicht zwei sterbende habe ich schon sehen müssen ich will keinen dritten mehr sehen ruhig natascha ich werde schon alles machen manchmal glaube ich sie wie baranow immer sagt sind hinter mir her ein sonnenstrahl fiel schräg durch die blätter der lichtung die heuschrecken hatten die motoren ihrer doppeldecker abgestellt der abend schien daran zu denken seinen hellen anzug gegen einen dunkleren zu vertauschen in der lichtung war es still geworden gräser sind geduldig wenn sie zu boden gedrückt werden richten sie sich wieder auf und wenn der abend tau sie nicht zu trösten vermag so tut dies der morgent tau jakob sagte leise ich will dir schon helfen also ich soll aber das kannst du mir noch einmal auf dem heimweg sagen ich will dir helfen bekräftigte er auch wenn ich drauf gehen sollte nicht sagte die frau wer wird denn von drauf gehen sprechen ich werde ja da sein jakob jakob schnaubte befriedigt es befriedigte ihn offenbar beschützen zu dürfen und doch der beschützte zu sein die tram die von jussi in die stadt zurück fuhr musste um viele kurven es schüttelte ihre insassen gehörig durcheinander denn die schienen gehen manchmal über felder oder über gesenkte straßen stellen das schütteln brauchte nicht immer unangenehm zu sein und dann ist der wagen der um viertel vor sieben abfährt meistens leer ein flüsterndes paar fällt nicht auf der kondukteur hatte genug mit der abend ausgabe seines leib blattes zu tun es kümmerte ihn nicht um was das flüstern sich drehte um politik oder um liebe vielleicht um beides aber das ist ihm ja gleichgültig hokuspokus simpson o'kee hatte glück gehabt er hatte in chapelle eine wohnung gefunden zwei zimmer bad küche das ganze mit beides ein landsmann von ihm englisch lehrer der in die ferien gefahren war hatte sie ihm überlassen charles der kammerdiener und colonel hatte ihm die gelegenheit verschafft okee stieg gedankenvoll die treppe herab trat auf die straße und schlenderte der inneren stadt zu es war verschiedenes zu tun er musste nach bel air überlegte er und er freute sich darauf er musste match fragen was es mit dem mann in weißen tennishosen für eine bewandtnis hatte vielleicht hatte baranov recht und man konnte allerlei aus diesem patienten herausholen aber wichtiger schien ihm match wiederzusehen es schüttelte den kopf es konnte doch manchmal merkwürdig gehen im leben da kann man nach genf ungern denn die ferien waren schön gewesen und plötzlich traf man eine frau die man auf den ersten blick gern hatte fall in love nannte man das in die liebe hineinfallen es war ein hineinfallen aber ein schönes hineinfallen und die frau war noch dazu verlobt aber das kümmerte sie nicht sie zeigte deutlich dass man ihr gefiel und der andere der offizielle verlobte sollte sehen wie er zurecht kam grausam eigentlich gegen den armen tevenos aber schließlich dem mann war nicht zu helfen auki fand dass seine liebe viel wichtiger war als die verzweiflung des guten tevenos und tevenos ja tevenos war auch in anderer beziehung ein konkurrent was waren das für mysteriöse kranken besuche die er zu machen hatte hatte er etwas entdeckt nun wenn er gedachte geheimnisvoll zu tun bitte sehr wenn er sich jede einmischung in seine privat angelegenheiten verbat warum nicht sagte oki laut und zog die achseln hoch da sah er ganz nahe vor sich eine weiße wölbung er wollte schnell ausweichen aber er hatte zu viel schwung prallte dagegen und entschuldigte sich wortreich die weiße wölbung war der unwahrscheinlich dicke bauch eines älteren herrn gewesen mit dem er zusammen gestoßen war pfuh sagte der dicke herr sie sollten nicht an ihre liebste denken dir master oki wenn sie morgendliche spaziergänge machen zur strafe müssen sie mich jetzt begleiten dort unten an der ecke ist eine stille brasserie die gutes frisches bier hat bei dieser hitze nicht zu verachten kommen sie junger man das bier wird ihre tiefsinnigen gedanken klären und ich habe übrigens mit ihnen zu reden herr staatsrat guten morgen antwortete oki auch ich bin begeistert daß ich sie getroffen habe ich hätte sie sonst in ihrem büro aufsuchen müssen aber im freien ist es unbedingt gemütlicher und verzweifelt zermaterte sich oki das gehirn um den namen des dicken herrn zu finden der name war ähnlich wie der eines berühmten cocktails und er ging sie im geiste durch es war weder bronze noch sidecar auch unter den flips und fiss war der name nicht zu finden endlich wie man das immer zu sagen pflegt der berühmteste kam ihm am schluss in den sinn und sonst geht es ihnen gut herr martini will sagen herr martiné gut mein junger freund sagte der herr staatsrat martiné so gut wie möglich wenn man so dick ist wie ich das fett ist eine echte plage man schwitzt man zerläuft man zergeht man hofft bei dieser hitze abzumagern aber das ist ein irrtum ach pfuh seufzte herr martiné und es klang wie das ausströmen der luft aus einem zerplatzten veloschlauch herr martiné hatte ein quadrupel kinn wenn dieser ausdruck erlaubt ist und in den falten dieses kinns schimmerte es feucht tröpfchen bildeten sich flossen zusammen sickerten bergab und herr martiné tupfte und tupfte mit einem weißen seidenen taschentuch vergebens er sank erschöpft auf einen der kleinen stühle die auf dem trottoir vor der brasserie aufgestellt waren august rief er august bring mir meinen stuhl jawohl herr staatsrat und august erschien mit einem breiten rohrstuhl der bedenklich krachte als herr martiné sich in ihn versenkte so august danke und nun ein großes helles für mich und für den herrn einen whisky so damit eis nicht wahr das ist doch ihr wunsch lieber freund okie nickte august verschwand und die beiden hörten ihn drinnen mit singender stimme die bestellung wiederholen gesundheit sagte herr martiné und labte sich mit einem langen schluck dann trocknete er seine riesige klatze vergaß auch das kinn nicht fächelte sich kühlung zu und schwieg eine weile okie wartete geduldig und wie kommen sie mit meinem kommissar aus lieber freund fragte herr martiné danke herr staatsrat kommissar piloui ist die freundlichkeit selbst und seine tüchtigkeit ist so groß daß ich mir wirklich überflüssig vorkomme ich begreife gar nicht warum man mich hierher beordert hat ich komme mir vor wie das fünfte rad am wagen die fähigkeit der genfer polizei äpfuh sagte herr martiné genug mein freund genug der schmeicheleien seien sie sparsam sonst muß ich erröten wie ein junges mädchen und das würde mir nicht gut stehen bei meiner korpulenz es freut mich daß sie mit piloui gut auskommen er ist tüchtig sehr tüchtig aber ihm fehlt die fantasie ja die fantasie herr martiné schwieg er ließ seine faltigen lieder über die kleinen augen fallen und schien einzuschlafen okie nahm einen schluck whisky und wartete solche leute darf man nicht drängen dachte er die müssen zuerst lange redensarten machen bevor sie zu den wichtigen dingen kommen und die wichtigen dinge teilen sie dann nur so nebenbei mit damit sie sich dann immer noch rausreden können und einen rückzug haben diese schlauen provinzpolitiker okie lächelte für ihn waren alle staatsmänner außer den britischen provinzpolitiker herr martiné stöhnte als werde er von einem bösen traumheim gesucht er öffnete seine schweinsäuglein und sagte trübe sie haben doch die bekanntschaft meines dichtenden staatsanwalters gemacht ja ein schwer zu behandelnder herr reizbar und störrisch wie ein alter maulesel ja die mageren leute in der politik die sind eine arge plage kein verständnis kein fingerspitzengefühl keine gemütlichkeit mit dem kopf durch die wand wenn sie überzeugt sind von einer idee und sie leiden alle an chronischer überzeugtheit furchtbare krankheit und dicke männer schätzen sogar die großen dichter wenigstens habe ich einmal bei shakespeare etwas ähnliches gelesen wissen sie was der durre de morcier mit der baskenmütze im sinn hat unseren professor dominici verhaften einfach einsperren will er den alten mann unsere internationale berühmtheit aber er hat doch vorher immer natürlich hat er vorher immer diese art leute hat vorher immer irgendeine ansicht gehabt aber wehe wehe wenn sie diese ansicht geändert haben mein lieber prokureur habe ich ihm gestern gesagt passen sie auf sie werden sich blamieren überschlafen sie die sache vergeblicher rat solche leute leiden immer an schlaflosigkeit wie sagt schon der große dichter dicke männer und die nachts gut schlafen ich schlafe gut lieber freund gott sei dank aber wissen sie was mir dieser staatsanwalt geantwortet hat ich werde kein auge zutun hat er gesagt bis ich nicht der gerechtigkeit zum sieg verholfen habe immer poetisch diese leute immer überspannt mein gewissen hat er gerufen mein gewissen gebietet mir und so weiter und so weiter sie kennen ja den refrain august rief martini das gleiche noch einmal trinken sie aus lieber freund wir müssen unseren flüssigkeitsverlust kompensieren gott helfe mir bei dieser hitze ist das bier frisch herr staatsrat erlaubte sich august zu fragen ja ja august ausgezeichnet grüßen sie den patron ich komme heute abend zu meinem gewohnten piqué sagen sie ihm das und er soll eine flasche neuen burger aufs eis legen bei dieser hitze am abend trinke ich lieber wein es ist gut august ich danke ihnen mein freund ich glaube sie werden gerufen ja herr journalist das sind so sachen ich habe einen aufschub heraus geschunden bei unserem staatsanwalt bis morgen morgen soll der professor verhaftet werden natürlich nur unter uns ich erzähle ihnen das um zu demonstrieren wie schwer es ein gerechter mann in unserer stadt hat sie sind zuschauer gewissermaßen handelnder zuschauer und ich habe vertrauen zu ihnen die empfehlung die sie mir überbrachten stammt von einem guten freund einem bruder möchte ich sagen mein gott mein gott diese hitze und nun soll ich mich in mein büro begeben ja übrigens was ich noch sagen wollte ja wir haben ein paar ganz gute advokaten in dieser stadt diplomatische leute die nicht immer gerade fensterscheiben zertrümmern müssen da haben wir zum beispiel einen gewissen isaac rosen den ich ihnen sehr empfehlen kann ein tüchtiger junge in der politik daheim ja ja falls sie einen rat brauchen sollten danke herr staatsrat sagte okki seine stimme kam ihm seltsam fern vor der whisky begann zu wirken der dicke herr vor ihm mit seiner öligen beretsamkeit war ungemein sympathisch okki spürte anwandlungen ihm auf den bauch zu klopfen aber das ging nicht an er war ein großer mann in der genfer politik freimaurer darum hatte er von einem bruder gesprochen hatte sicher in dieser versorgungsgenossenschaft auf gegenseitigkeit einen hohen grad inne und plötzlich platzte okki los es war ein stummes lachen das seinen körper schüttelte er hatte sich herrn martinet in ordens tracht vorgestellt mit einem kleinen leder schurz über dem dicken bauch lachen sie mein junger freund sagte herr martinet und blinzelte mit seinen klugen schweinsäuglein lachen ist gesund und wenn sie auch über mich lachen so schadet es nicht sehen sie ich habe diverse abmagerungskuren probiert aber mir nur den magen verdorben und den schlaf verloren jetzt habe ich mich damit abgefunden wissen sie übrigens dass wir seit drei wochen hohen besuch in unseren mauern haben wir haben ja ständig hohen besuch ich weiß aber das sind alles bürgerliche hoheiten die nicht zu viel zu bedeuten haben die haben sich alle mit dem mund in die höhe geschafft aber jetzt jetzt mein freund haben wir einen waschechten prinzen von uraltem adel unsere gastfreundschaft gewährt dem maharajah jamnaga laute a in seinem namen es klingt wie ein gelber trompetenruf finden sie nicht auch ja auch ich war einmal dichter aber das ist fern schöne namen wie aus einem panassischen sonett vermag ich aber auch jetzt noch zu schätzen der maharajah jamnaga welch schöner name der ist in genf fragte okki und der mund blieb ihm offen stehen der whisky hatte seine kaltblütigkeit untergraben und in seinem kopf war ein großes chaos wußte der colonel diese tatsache dass der vertriebene prinz in genf war er sah den listigen blick des staatsanwaltes martiné auf sich gerichtet und beherrschte sich da staunen sie master okki aber ich teile ihnen dies nur zur privaten orientierung mit der maharajah ist natürlich inkognito hier nennt sich george whistler und hat eine villa gemietet die villa des alten de la rive die seit ewigkeiten leer steht auch ganz einsam liegt sie draußen an der straße die nach jussi führt er hat nur zwei diener ich habe es durch zufall erfahren durch einen zufall wissen sie uns brüdern auch wenn wir den anderen noch so lächerlich erscheinen uns brüdern bleibt nichts verborgen wir verstehen uns lieber freund nicht wahr aber interessant ist die sache doch oder denn zu gleicher zeit beherbergen wir ja den verweser jenes randstaats den berühmten sir avindranath bose merkwürdig demokratischer mann der verehrte sir bose finden sie nicht auch schließt freundschaft mit alten köchinnen ja ja man hat es nicht leicht wenn man das departement für justiz und polizei unter sich hat graue haare könnte man bekommen gut dass der eigene haarboden unfruchtbar geworden ist sonst herr martinet fuhr sich mit dem seiden tüchlein über die blank polierte glatze ich wundere mich sagte okay der ganz nüchtern geworden war ich wundere mich herr staatsrat über ihre hervorragende kombinationsgabe warum sind sie nicht diplomat geworden sie wollten etwas anderes sagen master ok warum sind sie nicht bei uns wollten sie sagen und meinten dass es habe ich nicht recht junger freund wozu ich handle nicht gerne ich bin zuschauer ich ärgere gern die leute alles eigenschaften die gut zu einem politiker passen ich habe vermögen was will ich mehr wie sagte caesar lieber der erste in genf als der zweite in london oder so ähnlich ich bin der erste hier meine kollegen von den anderen departements sie hassen mich der große rat hasst mich einstimmig hasst er mich aber er braucht mich mein lieber merken sie sich das ohne schieber kommt man in der politik nicht aus wenn ich schieber sage ist das ein grobes wort ich meine einen menschen der allerhand weiß und das allerhand wissen auch zu verwerten vermag wenn die leute etwas brauchen zu wem kommen sie zum dicken martinet ja ja weiß der kollege vom erziehungsdepartement nicht wie er seinen unliebsamen lehrer der in der schule sozialpolitik treibt am besten los wird dann können sie zehn zu eins wetten dass er den papa martinet antelefoniert ich gebe ihnen das nur als beispiel wenn sie einmal nicht ein noch auswissen ich will ihnen lieber auch meine telefonnummer geben hier ist sie herr martinet zog aus der hinteren hosentasche unter vielen seufzern eine lederbrieftasche kramte in alten rechnungen postcheck talons und fand schließlich ein schmutziges stückchen papier leicht zu merken dreimal drei ist neun und auch von hinten gelesen gibt die nummer das gleiche drei drei neun drei drei und dann will ich sie auch nicht länger aufhalten leben sie wohl junger freund begeben sie sich halt nicht in gefahr damit die schönen augen einer kleinen ärztin nicht zu tränen brauchen leben sie wohl die hand herrn martinets war klein und trocken zierlich fast im vergleich zu dem massigen körper okie fühlte etwas wie respekt für den dicken mann der so lächerlich aussah aber dumm war er nicht der herr staatsrat martinet und noch war okie keine zehn schritte gegangen so hörte er master okie ich habe noch etwas vergessen herr martinet winkte ihn ganz nah heran er machte zeichen bis okie sein ohr fast vor den mund des staatsrates gebracht hatte dann flüsterte herr martinet intensiv passen sie auf okie alte damen sind gefährlich alte damen sind das gefährlichste besonders wenn sie tee trinken denken sie an meine worte alte damen die tee trinken und wenn die alten damen noch mit staatsanwälten und fremden politikern verkehren dann sind sie doppelt gefährlich ich habe eine alte tante die hat fünf katzen zu tode gefüttert ja bis sie geplatzt sind regelrecht geplatzt vielleicht werde ich auch einmal platzen leben sie wohl okie der große baumeister sei mit ihnen ende von teil fünfzehn gelesen von hokus pokus teil sechzehn von der tee der drei alten damen von friedrich clauser abschnitt zwei cyril simpson okie ließ seine nase wackeln ließ seine ohren wackeln als er durch den hellen schon heißen vormittag wieder zu seiner wohnung zurück ging er stellte wasser auf den gasofen denn sagte er laut ich brauche kaffee starken schwarzen kaffee es sah wirr aus in seinem kopf was für alte damen hatte der staatsrat gemeint das war kein witz gewesen was wußte der dicke mann warum sprach er nicht deutlicher okie gab sich selbst die antwort der dicke herr wollte seinen spaß haben einen merkwürdigen spaß bei dem es schon zwei tote gegeben hatte wer würde der dritte sein und der maharajah okie ging ans telefon stellte eine nummer ein aber trotzdem es noch früh am tage war meldete sich sir eric bose auf den anruf und es ging nicht gut an den kammerdiener seiner exzellenz ans telefon bitten zu lassen so entschuldigte sich okie wortreich sir boses stimme klang merkwürdig müde musste er denken und stellte eine andere nummer ein die er im telefonbuch nachgeschlagen hatte hier kanzlei von maitre rosen meldete sich eine frauenstimme okie fragte ob der advokat zu sprechen sei jawohl einen augenblick knistern im hörer dann eine ruhige stimme rosen okie meldete sich und fragte wann er den herrn sprechen könne in welcher angelegenheit okie gab auskunft sprach andeutungsweise von professor dominici da wurde er unterbrochen merkwürdig sagte herr rosen mein bruder hat mich gerade heute morgen gefragt ob ich mich nicht des professors annehmen wolle es drohe gefahr und sie wie wissen sie von der sache nein lieber nicht am telefon können sie in einer stunde in mein büro kommen sie haben etwas anderes vor fuhr isaac fort und deutete das zögern okies ganz richtig noch besser kommen sie heute abend gegen halb neun uhr zu mir wir wollen kriegsrat halten bringen sie den professor mit wird das gehen gut also um halb neun villa mimosa gleich nach der pornoir die zweite villa können gar nicht viel gehen hat mich gefreut okie trank kopfschüttelnd eine große tasse schwarzen kaffees die sache wurde immer merkwürdiger alle leute schienen etwas zu wissen nur er nicht woher wußte der bruder des rechtsanwalts etwas von der sache wer war dieser bruder plötzlich packte ihn die angst es könne match etwas zugestoßen sein er erinnerte sich dass er hatte nach bel-air fahren wollen um über den mann mit den weißen tennishosen etwas zu erfahren fahren dachte er womit fahren tram zu kompliziert wenn die sache in fluss kommt und das scheint sie so wertig genug herumfahren müssen match braucht ihr auto selbst ein motorrad ist praktischer eine viertelstunde später es war inzwischen elf uhr geworden knatterte eine harley davidson die lange route de chen hinauf bog dann links in ein sträßchen ein und hielt schließlich vor einer ansammlung kleiner pavillons ist fräulein lemoine zu sprechen fragte okie den portier der murmelte etwas von konferenz und bald fertig und so lange warten okie wollte wissen wo die assistentin wohne erinnerte sich dann aber dass er ja schon einmal beim match gewesen war wurde ärgerlich weil sein kopf diesen morgen nicht klar zu funktionieren schien da sah er match über den hof kommen sie winkte ihm schön dass sie kommen cyril wie geht es ihnen schlecht sagte okie es ist heiß und ich habe heute morgen zu viel whisky getrunken match lachte nahm seinen arm und diese familiäre bewegung erregte beim dürren portier ein sehr missbilligendes kopfschütteln kommen sie ich werde ihnen eine tasse tee machen haben sie hunger ich habe orangen konfitüre orangen konfitüre okie strahlte und vielleicht auch toast ja ich werde ihnen auch toasts präparieren sagte match wären die beiden deutsche gewesen so hätten sie sich schon längst geduzt aber das englische ist eine besondere sprache in ihr duzt man nur den lieben gott und dieser lässt sich die familiarität gerne gefallen matchs zimmer ging auf einen garten kugelförmige robinien standen darin die noch nicht erwachsen waren aber die vögel hatten dennoch von ihnen besitz ergriffen und übten darin sehr fleißig und sehr ausdauernd schwierige a cappella chöre in einer ecke des raums lag ronnie der airdale der die eintretenden mit einem trommelwirbel empfing den er mit seinem schwanzstummel auf dem boden erzeugte er verschmähte es aufzustehen es war viel zu heiß okie trank tee und aß toast mit orangen konfitüre und plötzlich ergriff ihn das bedürfnis den ganzen fall mit match zu besprechen es war dies ein neues gefühl und durchaus nicht unangenehm bis jetzt hatte er immer allein gearbeitet manchmal mit kameraden aber jeder hatte seine bestimmte arbeit man kam zusammen um neue schritte zu besprechen aber mit einer frau eine neue affäre zu besprechen das war ihm bis jetzt noch nie vorgekommen schließlich dachte er bei sich im grunde ist sie fast eine kollegin sie kann mir vielleicht ratschläge geben die ganze geschichte kam ihm vor klagte okie wie eine fotografische platte die zwei oder dreimal mit immer wieder verschiedenen ansichten belichtet worden sei er saß in einem bequemen rohrstuhl hielt in der rechten die teetasse in der linken einen toast von dem die zähe konfitüre auf seine hose tröpfelte trank und aß abwechselnd und sprach mit vollem mund er redete zum fenster hinaus ohne match anzublicken er wolle versuchen zusammenfassend zu berichten das würde ihm helfen nachher seinen artikel zu schreiben wichtig schiene ihm vor allem genau festzustellen wo überall crawley der ermordete sekretär sich am fraglichen abend herumgetrieben habe beim professor sei er um acht uhr gewesen wie lange sei er beim professor geblieben ob match das vielleicht wisse als keine antwort erfolgte zuckte okie müde mit den achseln und fuhr fort zu klönen offenbar sei er nicht länger als bis zehn oder höchstens elf uhr in der wohnung des professors gewesen und dann sei er herumgestreucht aber wo er habe sicher den mann mit den weißen tennishosen getroffen übrigens habe er okie gestern von einem ziemlich anrückigen individuum erfahren der mann mit den weißen tennishosen sei jetzt in matches behandlung was match zu dieser tatsache zu bemerken habe ob ihr nicht auch scheine sie hätte ihm von dieser tatsache kenntnis geben sollen her matches schweigen war anhaltend er habe da seine eigene meinung in bezug auf die merkwürdigen roten höfe in der ellenbogenbeuge die man bei crawley sowohl als auch bei ältester festgestellt habe er glaube nicht dass es sich da um einstichstellen handle um eine intravenöse injektion um genauer zu sein ob match nicht vielleicht auch bei ihrem patienten solch ein merkwürdiges zeichen festgestellt habe wieder keine antwort okie fluchte weil er die konfitürenflecken auf seiner grauen hose endlich bemerkte er rieb sie mit dem taschentuch aber machte die sache dadurch noch ärger hilflos wandte er sich nach match um die hoch aufgerichtet in ihren weißen mantel gehüllt neben der tür stand hören sie okie wenn sie sich benehmen wollen wie mein früherer freund wie der doktor tevenos so werfe ich sie hinaus ich habe zur trösterin augenblicklich kein talent und mit unartigen buben mache ich kurzen prozess sie waren faul geben sie es zu sie waren bequem sie haben die sache leicht genommen mit ihrem wissen gepunkt aber beweise haben sie beweise sehen sie und match trat mit zwei schritten an den tisch haben sie das buch schon einmal gelesen okie vollständig ernüchtert starrte auf das titelblatt das ihm in augenhöhe präsentiert wurde die abenteuer des arsène lupin stand in großen buchstaben in einer ecke und darunter blickte ein monockel behafteter herr sehr arrogant auf den beschauer gott sagte okie kriminalromane stellen sie einen schriftsteller vor einen komplizierten fall in der wirklichkeit und er wird nicht wissen wo er beginnen soll spotten sie nicht über kriminalromane sagte match streng sie sind heutzutage das einzige mittel vernünftige ideen zu popularisieren und wissen sie wer arsène lupin zitiert niemand anders als professor locart die leuchte der kriminalistik er zitiert das wort des gentleman einbrechers nur dummköpfe erraten sie wollen nur erraten master okie die leute verblüffen aber arbeit vielleicht langt ihr geist zur aufklärung eines automobilunfalls aber mir scheint wir haben es hier mit wichtigeren dingen zu tun dies alles wurde in einem merkwürdigen gemisch von ernst und scherz vorgebracht der okie aller fassung beraubte als match schließlich noch ein handtuch befeuchtete und die konfitürenflecken entfernte brauchte okie einige minuten um seine fassung wieder zu erlangen sie müssen verzeihen match sagte er aber heute morgen sind mir alle fähigkeiten abhandengekommen ich habe mit einem entsetzlich dicken staatsrat auf fast nüchternen magen whisky trinken und geheimnisvollen anspielungen lauschen müssen er hat mich vor damen gewarnt die tee trinken er hat mir von einem maharajah erzählt der inkognito in der nähe von genf wohnt warten sie okie der staatsrat hat sie vor damen gewarnt die tee trinken sehr interessant ich trinke zwar auch gerne tee aber schwarz tee haben sie nicht an jeanne pochon gedacht ich glaube bei ihr werden wir den schlüssel finden nidecker hat bei ihr gewohnt korbas hat bei ihr gewohnt und jetzt da sie mich fragen beide hatten jenen roten fleck in der ellenbogenbeuge ich habe ihn nicht weiter beachtet mein gott es konnte eine pigmentierung der haut sein aber jetzt erinnere ich mich er war verblasst aber noch deutlich zu sehen und was glauben sie hat dieser fleck zu bedeuten bei den hexenprozessen des mittelalters sagte okie und geriet wieder in seinen dozierenden ton suchten die richter zuerst nach dem abdruck der teufelskralle ich habe bei den flecken an eine normale nachahmung gedacht warum weil alles nach schwarzer magie riecht in diesem fall das hexensalbenrezept das wir bei ältester gefunden haben das ornat die münze mit dem abraxas und alte damen befassen sich doch gerne befassen sich doch gerne okie geriet ins stottern und match vollendete den satz mit dem teufel wollen sie sagen das ist auch so ein allgemeiner ausspruch der nicht viel zu sagen hat aber wir wollen das beiseite lassen sie sind ja nur gekommen um mich über nidecker auszufragen da match nahm vom tisch eine rote mappe und reichte sie okie sie können meine notizen lesen ich bitte sie vor allem den herren der gelben himmel zu beachten von dem nidecker spricht und während sie die akten lesen will ich telefonieren damit man uns den kleinen nidecker hierher bringt wir wollen sehen ob ich nicht einen schlüssel finden kann um sein schweigen zu brechen es geht ihm jetzt ganz ordentlich aber er spricht nichts hockt herum ist nicht mehr als ein vogel was wollen sie eine art katatonen stupors aber vielleicht vielleicht abschnitt drei okie sollte die folgenden szenen nie vergessen nicht etwa weil sie ziemlich abrupt endete und ein neues rätsel aufgab sondern weil ihr gehalt an spannung sehr groß war es fehlte die letzte aufklärung und gerade jene erlebnisse die sich nie ganz restlos klären haften am stärksten in unserer erinnerung match hatte telefoniert nach einer weile klopfte es an die tür sie ging auf im rahmen stand ein langer hagerer mann mit hängendem chinesen schnurrbart und die farbe seines gesichts war gelb er ließ seine blicke suchend über das zimmer gleiten aber er sah weder match noch okie in die augen an der hand hielt der mann in der weißen bluse ein kleines wesen das verschüchtert hinter ihm zurückblieb und das der große mann fast gewaltsam ins zimmer drängen mußte danke chef sagte match ich lasse sie rufen wenn ich den patienten nicht mehr brauche kommen sie herr nidecker der oberwärter warf einen langen blick auf okie der als wäre er daheim bequem im lehnstuhl am fenster saß dann machte er eine eckige verbeugung und verschwand match hatte nideckers hand ergriffen zog den widerstrebenden in die mitte des zimmers scheuchte okie mit einer kurzen bewegung aus seinem lehnstuhl auf und ließ das männchen darin platz nehmen nidecker verhielt sich ganz passiv nur seine augen rollten und die lieder bebten was sicher spaßhaft geschienen hätte wenn dieses alles nicht von einer bedenklichen lehre und ausdruckslosigkeit gewesen wäre nidecker balancierte zuerst vorsichtig auf der kante des fauteuils dann gehorchte er dem sanften druck von matches hand rückte nach hinten streckte seine kurzen beine aber ohne den boden erreichen zu können match schob ihm eine fußbank hin nidecker stellte die absätze darauf faltete die hände über seinem eingesunkenen bauch und blinzelte schläfrig in die gefiederten blätter der kugel rubinien die einem leichten wind zum spielzeug dienten manchmal sprang der wind mit einem kurzen satz ins zimmer und wieder ins freie dann ließ er stets einen leichten duft von gemähten wiesen und besonntem wasser als erinnerung an seinen besuch zurück lieber wind sagte nidecker leise streckte die hand aus so als wolle er ein unsichtbares tier streicheln und zog sie dann wieder zurück dies gab match einen guten gedanken ein wir wollen spielen herr nidecker ein lustiges spiel und der herr hier wird auch mitspielen spielen nickte nidecker monsieur pierre will gern spielen und während er dies sagte blickte er zum ersten mal auf ok in seinen augen glitzerte ein verständnis auf und er lächelte den journalisten an ich werde ihnen nun worte vorsagen fuhr match fort und sie werden das erste wort das ihnen darauf einfällt laut sagen verstehen sie der herr da übrigens entschuldigen sie ich habe ihn noch nicht vorgestellt das ist also herr cyril oky und das ist herr nidecker der kranke rutschte auf seinem fauteuil nach vorne stand dann aufrecht auf der fußbank und streckte oky seine kurzfingrige hand hin die beiden verneigten sich zeremoniös monsieur pierre ist entzückt sagte nidecker und versank dann wieder mit zufriedenem aufseufzen in seinem lehnstuhl match holte in ihrer schublade eine stoppuhr sie legte sie vor sich auf den tisch nahm sie dann wieder in die hand drückte auf den oberen knopf und hielt sie nidecker ans ohr nideckers gesicht verklärte sich er suchte in der westentasche aber die war leer und dann verzog sich seine mine zu einem weinerlichen ausdruck ich habe eine uhr gehabt sagte nidecker und er sprach ganz natürlich nicht mehr kindlich wie vorher eine schöne uhr mein freund hat sie mir geschenkt und hat gesagt die musst du immer tragen siehst du jetzt geht sie ganz genau und du musst sorgfältig mit ihr umgehen damit du mich nicht verfehlst wenn ich dir ein rendezvous gebe welcher freund war das denn der freund er hat mich immer pit genannt er hat immer viele papiere gehabt in seiner tasche dann hat er gesprochen sehr schnell und die maschine hat von selbst geschrieben die maschine hat die finger von monsieur pierre angezogen auch in der maschine war der große gott und fliegen viele fliegen und wespen gar sehr viele nidecker schwieg und seufzte tief auf seine augen blickten starr zum fenster hinaus und der ausdruck der in ihnen lag war schwer zu deuten die pupillen waren merkwürdig groß die iris ein schmaler grüner streifen okie blickte in diese augen und sagte plötzlich auf englisch zu mad die augen passen gar nicht zu dem menschengesicht es sind fremde augen bald blicken sie wie die augen eines tieres in todesangst und dann ist wieder etwas abgründig böses in ihnen als ob ein unsauberer geist sich ihrer bediene um uns zu foppen träumereien sagte match verächtlich wir wollen das experiment beginnen was ist das für ein experiment wollte okie wissen es ist sagte match ihr tonfall wurde ganz wissenschaftlich sie war vollkommen die erste assistentin einer psychiatrischen klinik es ist das jungsche assoziationsexperiment wir haben für die gewöhnlichen fälle ein vorgedrucktes exemplar hier und fräulein dr le moine zeigte einen bogen der mit vier wörter kolonnen bedruckt war wir lesen dem patienten die worte einzeln vor und verlangen von ihm er möge das erste ihm einfallende wort auf das reizwort sagen die zeit die zwischen der nennung des reizwortes und seiner antwort liegt kontrollieren wir mit der stoppuhr und finden dann gewisse wörter heraus die eine längere reaktionszeit bedingen als andere die wörter mit der längeren reaktionszeit können uns dann wichtige aufschlüsse geben über das verborgene innenleben des patienten merveilleus sagte okie ich habe schon einmal von dieser sache gehört und bei diesem kleinen mann wollen sie wahrscheinlich wörter nehmen die mit unserem fall in beziehung stehen okie betonte das unsere und haschte nach matches hand ja sagte match machte ihre hand sanft los und fuhr über okies drahtige haare und in der auswahl müssen sie mir helfen also schreiben sie okies stimme wurde ein flüstern aber vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen zu flüstern denn die decker starrte noch immer mit jenem seltsamen ausdruck zum fenster hinaus und schien die vorgänge im zimmer keine aufmerksamkeit zu würdigen toilette schlug okie vor schreiben sie weiße toilette nämlich jene auf der platz du molar in der unser niederger vom polizisten malan überrascht worden ist dann würde ich professor nehmen dann stechen und zum schluss probieren wir es mit alten damen alten damen wiederholte match wir können den versuch auch ein wenig ändern niederger soll nicht nur ein wort sagen sondern hintereinander eine ganze reihe dann brauchen wir die lästige zeitkontrolle nicht aber sie müssen es ihm zuerst vormachen sie verstehen mich doch ich sage zum beispiel sonne auf sonne fällt ihnen doch allerlei ein regen auf regen gras auf gras heu auf heu kühe dann milch so dass sie die reihe regen gras heu kuh milch bekommen ich verstehe sagte okie ende von teil 16 gelesen von hokus pokus